Dein Name ist Programm, aber man merkt, dass da eigentlich Kamilurin dahinter ist. Alles Geschichten, mein Lieber. Auch alles. Alles. Alles Intelligent. Was? Die sind doch intelligente Wunsch. Was? 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 Wie kann man doch ruhig an Geschichten glauben, ehrlich? So allgemein. Du bist doch im Zeitalter des Internets, mein Lieber. Du kannst doch fünf Minuten googeln und herausfinden, ob die Bibel die Wahrheit ist, die perfekte Ecke überliefert wurde, wurde Jesus Christus gekreuzigt und ist er aufrechterstanden. Du siehst ja, dass es dafür absolute, atemberaubende Beweise gibt. Ja, aber du bist doch Ex-Muslim, ne? Ja, genau deswegen bin ich ja Ex-Muslim, ich habe zu Jesus Christus gefunden. Ja, aber es gibt doch 5000 Religionsrichtungen. Du kannst doch nicht einfach davon jetzt aufgehen, nur weil du zwei Religionsrichtungen kennst, dass das Richtige ist. Ja gut, die Religionen sagen etwas und der Gott der Bibel macht etwas. Die Religionen sagen, dass du zu Gott kommen musst und der Gott der Bibel hat bewiesen, durch sein Wort und durch seine Prophetien, dass er der wahrhaftige Gott ist. Zu wem wollen wir jetzt? Zu den 5000 Religionen oder zu dem Gott, der über Raum und Zeit verfügt? Ja, aber hast du mal Buddhismus durchgelesen? Buddhismus ist leere Philosophie, brauchen wir nicht. Hast du was? Der Apostelbaum sagt, lasst euch nicht auf leere Philosophien ein. Ja, aber du musst erst mal alles erkundigen, weißt du, mein Lieber? Und danach kannst du entscheiden. Ich habe mich doch auseinandergesetzt mit verschiedenen Glaubensrichtungen, verschiedenen Religionen und niemand bietet dir das, was der biblische Gott dir bietet. Das war's. Ich glaube dir, ja, aber hast du schon mal nachgeforscht, dass das ganze Geschichte... Wenn du mir glaubst, dann sag doch nicht, aber... Hör mal zu, die Selbstbeschichten kommen ja von den Sumerern, das weißt du doch. Die Sumerern, die gab es ja schon, vor Moses gab es die ja schon. Ja, aber die, dass der Beginn von ihrer Zeit ist mit Adam und Eva. Das musst du doch ein bisschen bewusst. Guck mal, das ist das Gleiche. Die haben nur mehrere Götter gehabt. Und ihr habt das dann mit allen Gott gefangen. Ich danke dir von ganzem Herzen für Kamelurin. Vielen Dank. Gott segne dich mal. Hä? Gar kein Nerv auf sowas. Wie oft haben wir denn die... Die sind nicht mehr normal, ne? Einfach mal fünf Minuten googeln. Einfach mal... Eine Stunde Zeit investieren, das wissen sie alle. Ich will es einfach nur nicht diskutieren. Das ist nicht normal. Reza! Reza, die wollen diskutieren. Reza! 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 Reza, die wollen diskutieren. Tony! Reza! 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 gesagt habe ich das nicht gesagt ja natürlich das geld ist für arme leute anstatt die selber alle der braucht doch kein geld für eine frage kann er sagen leute lasst uns mal alle zusammen schmeißen und wir wollen ein projekt starten und dann nimmt er einfach für fragen geld nicht für fragen heute sagen so doof dass einfach so etwas machen sonst nur die wiedergeborenen christen sind so naiv und machen alles umsonst aus liebe für andere menschen ja du glaubst ja wohl nicht dass man kein geld nehmen was war mit ihren propheten hat er nicht geld genommen wenn er etwas machen musste nicht so machen wenn ihr propheten ihr vorbild schon so ist es läuft also alles nach plan unser vorbild hat gesagt umsonst habt ihr es empfangen umsonst gibt es weiter der mohamed hat für fragen und antwort vier euro genommen damals und so machen das auch anders islam und seine nachfolge das ist ein unterschied das ist der feine aber der kleine aber feine unterschied jeder nach seinem vorbild jeder nach seinem vorbild ja danke schön immer hat hat es gar nicht da seit kamellorin bleibt ja das beste war wo man zu dem meinte ja okay lasst uns jetzt diskutieren und dann sagst du okay lasst uns diskutieren ja 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 das lautas fauligste Tatsächlich, wie du schon gesagt hast, im Roten Meer hat man ja diese Überbleibsel von den Rädern, von den goldenen Rädern und so weiter, wie sie so im Sand stecken. Die haben wirklich die Form von diesen goldenen Rädern und weil das schon so alt ist, das Ganze so alt ist und marodiert ist alles und alles kurz vor dem Zerfall ist, wenn du das kurz nur berührst, dann zerfällt das alles. Deswegen berühren die Wissenschaftler die Sachen nicht. Deswegen lassen die es das einfach so stehen da. Hallo, wer ist mit uns? Hallo? Ja? Sei gegrüßt. Was? Sei gegrüßt. Sei gegrüßt, mein Kleiner. Sei gegrüßt. Ich bin ein Mädchen. Sei gegrüßt. Sei gegrüßt. Was kann ich denn für dich tun? Ich wollte nur was zu diesem Mann sagen, der mit dem Arm, wo er gesagt hat, dieser verkrüppelte Arm, der wurde geheilt. Ja. Und zwar wollte ich einfach nur sagen, dass solche Begegnungen, die gibt es ja im Islam gar nicht. Also, die haben ja sowas nicht, dass sie beten und dann geheilt werden. So eine Erfahrung haben die ja nie gemacht. Ja, weil der Alla ja nicht Heiler ist. Ja. Der Alla existiert ja gar nicht. Der einzige, der heilt ist Jesus. Genau. Und deswegen sind die auch da so abwertend gegen und sagen, ja, ihr seid verrückt, ihr bildet euch irgendwas ein. Weil ich habe das auch selber erfahren und habe zu Jesus gebetet und der hat dann auch, also ist in mein Leben getreten und ich habe auch viele Menschen, die diese Erfahrung auch gemacht haben, getroffen. Und wenn man das mit dem Islam vergleicht, da gibt es sowas ja gar nicht. Also solche Begegnungen oder dass sie irgendwie Träume haben von Jesus, sowas haben die ja überhaupt nicht von ihren Propheten. Ja, es gibt bestimmt weltweit Muslime, die da von Mohammed da träumen oder was. Aber ja, es gab zum Beispiel ein Mädchen bei TikTok, die hat ein Video gemacht, wie sie geträumt hat und Jesus zu ihr gesagt hat, er kommt bald wieder. Und die Muslime haben ja sofort gegen sie geschossen, haben gesagt, die ist verrückt, die gehörte eine psychistatische Anstalt und die kann man nicht vervollnehmen und haben sich überschleuchtet. Ja, aber warte mal, der Anna sagt das selber, dass sie so zurückkommen wird. Ja, 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 wir haben halt gesagt, sie ist irre. Ja, dann sind die Muslime, die sie anmachen alle. Da war ich schon was. Ja. Okay, meine liebe Gott segne dich von deiner Familie. Ja, Gott segne dich auch. Ciao. 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 Wir sind alle schon weg. Alle schon weg. Alle schon. Entrückt oder verrückt? Alle schon in alle Berge, Riza. Alle schon in alle Berge, Riza. Ach, ach, ach. Sober, Schoen. Sober! Put your hands in the air. Come on, come on. Ich wollte was fragen, und zwar warst du im Knast, weil du Kamelurin geklaut hast? Ja, ich habe sehr viel Kamelurin geklaut und dann habe ich das verkauft. Hat Alazi gesagt, dass du 50 mal Honig nehmen sollst? Ja, das hat er auch gesagt. Deswegen kam auch das Lied. Nimm noch einen Schluck von Kamelurin auf Kombi und Zehner. Nimm jetzt sofort. Die Amerikaner nennen ja immer Ölflüssiges Gold. Das ist ja eigentlich das Kamelurin. Auf Kombi kriegst du kein Problem. Ich verstehe auch die Muslime nicht. Warum die nicht einfach dieses Kamelurin importieren, damit sie sich eine goldene Nase verdienen? Das verstehe ich auch irgendwie nicht. Wollen wir drei vielleicht Business aufmachen, dass wir zusammen Kamelurin verkaufen? Ja, wenn ich das machen würde, dann würde ich natürlich Multimillionär werden. Nein, direkt Kamel züchten und verkaufen. Dann hast du beides. Also wenn man die Bibel anfängt zu lesen, dann soll man erst die Evangelien anfangen zu lesen. Soll man danach weiter das Neue Testament lesen oder dann erst mit dem Alten Testament anfangen? Nein, es ist eigentlich egal, mit welchem Buch du beginnst. Wenn du natürlich wissen willst, wie alles entstanden ist, natürlich dann mit dem ersten Buch Mose. Die Entstehung des Universums, die Entstehung von Adam und Eva, die Tiere, die Pflanzenwelt. Und wie der Sünde in die Welt gekommen ist, durchgedrungen ist, zu den Menschen, zu der Tierwelt und zu der Pflanzenwelt. Also alles, die Sünde in die Welt gekommen ist. Oder du wirst direkt mit dem Neuen Testament beginnen, wenn du wissen willst, wer der Jesus ist, was er getan hat, gesagt hat und so weiter. Also eigentlich ist das egal. Aber ein bisschen vom Alten Testament, ein bisschen vom Neuen Testament täglich, das ist immer am besten. Okay, Dankeschön. Ja, mein Lieber, nicht zu danken. Arno, Arno will rein. Ich dachte, der ist tot, der Arno Dübel. Arno Dübel, der hat es auch geschafft, ne? Der hat es geschafft. ABK-Army. ABK-Army. ABK-Army, bist du da oder bist du nicht da? Ich bin hier, Mann. Ich muss nur ganz kurz hier aus dem Auto raus. ABK-Army. Ach so, okay. Jetzt kommt auch Don Giovanni, ne? Ich muss hier in die... Don Giovanni, der Frauenverführer. Don Johnson. Genau, der Don Johnson von Spanien. Casanova und Don Giovanni. Don Juan de Marco. Also ne, der ist Don Juan, der andere hier. Stimmt. Don Juan. Aber Don Juan. Ja, das ist der. Ja, das ist der. Hallo, mein Lieber Gabriel. Don Giovanni. Reden ist Gold, schweigen ist Silber. Schweigen ist Florian Silber. Schweigen ist Florian Silber. Ich muss den Amro einmal blockieren. Amro wird jetzt blockiert. Der ist mir zu sehr auf den Sack gegangen. Nein, Army, Army, Army. Entschuldigung, 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 Entschuldigung. Ja, manchmal kommt das auch aus mir raus. Ich kann nichts dafür. Wer hat denn die Frage von Dr. Fisch? Ist das schon wieder ein Fake? Ich lasse jetzt letzte Zeit versuchen die ganzen Fakes, die ganzen Brüder und Schwestern ihre Fakes, also ihre Dingens zu faken, ihre Profilbilder. Und dann kommen die hier rein, um zu treuen, um so Fangfragen zu stellen, damit du fällst. Und die denken, ich hätte jetzt was, ich würde jetzt was verstecken, was ich so in der WhatsApp-Gruppe sage und nicht in der Öffentlichkeit. So Banane sind die. Die kennen mich immer noch nicht. Die wissen, dass ich kein Blatt vor den Mund nehme, egal wo ich bin. Ob ich jetzt in der WhatsApp-Gruppe rede oder hier draußen. Das ist dasselbe. Ich weiß noch, ja, die verstehen nicht, dass du jetzt in der WhatsApp-Gruppe bist. Ja, die denken, die sind alle wie diese Leute im Brüdergemeinen, dieses Doppelgesichtige. Ja, nein. Mit mir und so und mit mir und an mir ist nicht zu verhandeln. Ja, das, was ich im öffentlichen Hand sage, ist auch das, was ich im Geheimen sage. So wie der Herr Jesus sagt, ja. Nicht verhandeln. Ja, das, was ich im Geheimen sage, das müsst ihr verkünden von allen Dächern. Und da für Abi Reza. Abi Effa, Abi Effa. Hallo, Abi, Amir. Abi. Hast du denn heute vernünftig gehetzt schon? Ja. Oh, jetzt kommt die ganze Hetzerbande. Abi, Amir, Abi Reza. Das kann doch nicht wahr sein. Jetzt mich noch auf Manuel Eza rein, damit Manuel Eza sagen kann. Schlimmste erklär mir was, und das hat der Exmo für mich jetzt hier drin. Das kann doch nicht wahr sein. Abi Reza? Ja, Abi Effa. Abi Amir, Abi? Ja. Abi Amir geht es immer gut. Ich habe gestern gesehen, Manuel Eza. Ja, jeder, ich habe das mit Manuel Eza verpasst. Ich habe das mit Manuel Eza verpasst, ich habe das Video bis nachgeguckt. Der Manuel Eza ist der beste. Komm, komm, wir reden jetzt darüber. Ja, okay, wir reden jetzt darüber. Ja, okay, geh jetzt beiseite. So, der hat fertig geredet und er so, ja, ich will nicht darüber reden. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Amir, aber eine andere Frage. Was hat denn die Bombe Manuel Eza mit dem Anas Islam und mit diesen ganzen Leuten zu tun? Der will sich ein bisschen da einschleißen. Ja, keine Ahnung. Ja, ich habe das Gefühl, aber das sind dann da unten. Schau mal, bitte, einer hier ist dumm. Denny. Der Evangelist ist zu laut. Oder der Pavlos. Der Evangelist. Der ist schon wieder im Restaurant. Der ist schon wieder im Restaurant. Der ist wieder am Essen. Das kann nicht wahr sein. Der Denny. Der sitzt doch nicht mehr normal. Wie viel Geld hat der auch, sich die ganze Zeit Essen dazu leisten. Nee. Aber Denny, ist das so laut bei dir? Denny, hör auf, wie der Quatsch, Mann. Unglaublich. Der muss immer dein Bestes präsentieren. Als ob der so viele schlimme Zeiten in seiner Höcker speichert wie Kamel. Damit er überlebt. So drei Jahre oder 30 Jahre überlebt. Bei dem, was der Speichert in seinen Höcker, wenn er auf den Atomen kriegt, überlebt. Aber wir haben hier Denny, den wir mal Kamelurin trinken. Der will wissen, ob das gut ist. Ja, da muss er den Adel anschreiben. Dann kriegt er da eine gute Empfehlung. Der probiert das, glaub mir. Der macht ein Video so eins, Skala 1 bis 10, wie das schmeckt. Irgendwann bringt er das, ehrlich. Der macht es noch fünf Videos raus. Aber Bruder Amir, hat der anders ihm was gesagt? Hat er ihm was Wichtiges gefragt oder hat er nur geschwiegen? Ich hab den gefragt wegen vier Euro. Er meinte so, du Gauner. Er hat gesagt, ja. Das haben wir damals gemacht. Hat er da zugegeben. Da sagt er, ja wir haben das aber für Sachen investiert. Er meinte, ach so. Ihr könnt also nicht zusammen, hab ich gerade gedacht. Ihr könnt also nicht zusammen irgendwie was schmeißen. Da musst du Geld für Fragen nehmen. Klar, natürlich. Aber wehe, wenn ich das mache. Wehe, wenn ich das mache. Wenn Ex-Muslim das macht. Da siehst du, wie alle Muslime auf einmal Videos drehen und sagen, guckt euch den Amir an. Der nimmt Geld für eine Frage. Aber wenn es anders ist, dann bleibt das in der Familie und wird unter dem Teppich gekehrt. Wahnsinn, ne? Ja, der Satan greift ja nicht den Satan an. So sieht das aus. Leute, ich komm gleich nochmal rein, weil ich bin hier im Restaurant, das ist sonst zu laut. Okay, ciao, ciao, ciao. Ciao, ciao. Ja, das ist schon heftig. Und was war mit Manuelsen? Wie ging das eigentlich weiter, wo er gesagt hat, ich will jetzt nicht mehr, Armin weg jetzt. Und wo er gesagt hat, lass mal darüber reden. Ja, es ging um diese, der meinte am Tag des jüngsten Gerichts, lass uns lieber über den Tag des jüngsten Gerichts reden. Da habe ich den direkt gefragt, ja, wer ist denn der Richter am Tag des jüngsten Gerichts? Und dann hat er auf einmal kurz gestoppt, er gesagt, okay, mit dir rede ich nicht mehr. Ja, der Manu hat ja wirklich null Ahnung von Islam. Und wie war Isam? Wie war Isam? Ich habe ihn ja auch schon mal wieder erlebt. Wie war der so? Isam war auch sehr, sehr nervös. Also ich glaube, alle von denen waren so ein bisschen nervös. Sehr, sehr nervös. Der Isam kannte mich damals nicht, ne? Ist ja klar, wer bin ich ja. Und dann habe ich eine Frage gestellt und dann war er richtig nervös und dann war vorbei. Ich habe das sogar gepostet, da war er mundtot, weil er selber dann zugegeben hat. Ja, okay, keiner prophezeit, keiner prophezeit durch Koran, Mohammed und so weiter. Die geben das dann am Ende zu, wenn man aber drauf pocht. Eine halbe Stunde hat er gebraucht, meine Frage beantwortet. Ja. Ja. Die Isams Stimme hat mega gezippert. Ja, heftig. Gottes Segen. Ich wollte noch sagen, der Manuesen heute Morgen hat einen Stream gemacht. Ich weiß, da habe ich geredet. Mit Ölmann. Mit Ölmann hat er auch geredet. Nee, nee, nicht mit Ölmann. Ohne Ölmann. Der hat alleine einen Stream gemacht. Alleine heute Morgen war das. So Mittagszeit. Ja. Da hat er live gesagt so, weil ich gesagt habe, Ex-Muslim hat dich widerlegt. Da hat er gesagt so, lass mich in Ruhe mit diesen Ex-Muslim. Lass mich in Ruhe. Der hat keinen Bock mehr auf dich. Lass mich in Ruhe mit Tyrannosaurus-Rex-Muslim. Aber wisst ihr, was legendär war? Wisst ihr, was echt legendär war? Ganz am Ende, ich bin ja da noch drin geblieben, ist Isam Bayerns Gesicht eingefroren. In so einer unkomfortablen Position. Dann ist der andere eingefroren, dann der andere und dann war nur noch rechts dieser eine komische Typ und hat die ganze Zeit gesagt, ist hier jemand noch im Stream? Weißt du, weil alle, alle zeitgleiche. Der Typ redet so die ganze Zeit quasi alleine mit sich selber. Ist hier noch jemand? Hallo? Ja, das war echt lustig, ey. Der Isam, der ist einer, wo ich bei den live war einmal, das war ja etwas her. Und da hat er immer seinen PC angemacht. Ist so, musst du ja zugehen für Bibi, wie du sprichst du eben hast, oder für deine Antwort? Der Google das? Und ich denke so, der ist jetzt nicht dein Ernst, ne? Und dann hat mich darauf geantwortet und da habe ich gemerkt, nicht mehr er. Die haben alle keine Ahnung, alle gleich. Ich habe vorgesucht. Hallo mein lieber Gott, sehen Sie mich schon einfach mit. Danke, euch auch. Wie kann ich dir helfen? Ich habe mitbekommen, also ich habe irgendwie gesehen, es war wer auf TikTok live. Und hat angeblich über die erste Frau Adams gesprochen, dass die Lilith angeblich heißt. Ich habe mir jetzt gedacht, ich frage euch vielleicht, Beißer Esa oder du, irgendwas darüber stimmt das, oder ist das...? Nein, Lilith ist eben in der mystischen Geheimschrift der Juden, die sogenannte Kabbalah wird sie dort so beschrieben. Und wir wissen ja, dass die Kabbalah nichts anderes ist als ein Hexenwerk. Die ganze Elite, die sind alle Kabbalisten. Okay, das ist das Dämonischen. Ja, genau. Das hat also nichts mit unserem Glauben zu tun. Nein, nein, nein. Das ist das Biblische. Das ist das Nicht-Biblische. Nein, nein, nein. Nicht-Biblische. Genau. Okay, verstehe. Und deswegen muss man sich von sowas immer in Acht nehmen. Die Juden sind halt darauf reingefallen, mit diesem jüdischen Mystizismus, Kabbalah, und die jüdische Geheimschrift, Geheimlehre vom Baum des Lebens etc. Das ist alles esoterischer Satans Zeugs. Worauf aber viele Juden, vor allem die sogenannten Hasidin, die ultraorthodoxen, da hatte Satan die richtig mit diesem Kabbalah richtig im Griff. Ja, sein Argument war halt von dem Typen, also wo ich das Video gesehen habe, dass eben ja Eva aus der Rippe stammt von Adam und dass Gott aber davor gesagt hat, er hat die Menschen gemacht und also in Mehrzahl geredet. dass er sozusagen aus Erde die Menschen und nicht den Mensch gemacht hat. Und irgendwie war das ein Argument. Aber ja, ich habe mir gedacht, ich gehe da nicht weiter darauf ein. Ich frage euch. Ich weiß, da hat der Reza mehr Wissen dazu und der Armin auch. Sehr genau. Also Mililit ist nichts anderes als ein Dämon. Also das ist eigentlich nicht eine andere Bezeichnung, zum Beispiel für Ishtar oder Ashtoreth. Das war halt so eine Göttin, die auch verehrt wurde in den antiken Völkern. Das ist aber eigentlich ein Dämon, der eben durch Opfer Verehrung angenommen hat. Auch durch Menschenopfer. Also auch durch Menschenopfer. Okay, liebe Brüder, dann sage ich mal vielen Dank für eure Zeit. Ich wünsche euch noch einen gesegneten Livestream. Und vielleicht hören wir uns ja noch später oder so. Ja, alles klar. Das ist schön. Danke euch. Ciao. Ciao, ciao. Amir, eine Frage noch. Dass dieser Hamdi sich dann noch mit allen da im Stream gestritten hat. Ja, haben die oder haben die nicht? Haben die Flick. Weil man den schnell sagt, ne? Haben die oder haben die nicht? Aber heftig, ne? Ich hab das gar nicht mitbekommen. Ich hab das nur im Chat gelesen, dass der dann irgendwie eskaliert ist und sich dann noch mit den ganzen anderen Dalmstream gestritten hat. Na gut, ich mach mal wieder Platz, aber gestern war echt Hardcore. Das war echt Hardcore. Die Gesichter alleine. Der Dr. Scherch, der läuft einfach überall entlang. Du musst dir vorstellen, wie vielen Menschen manuell ein NRW-Verbot gegeben hat. Kaum bist du reingekommen, sagt er, guckt er so und sagt, oh mein Gott. Der ist der Meister der NRW-Verbote, ne? Der ist der Pate von NRW, ne? Das ist heftig. Aber kaum hat er dein Gesicht gesehen, wie er vor dir fliehen wollte. Gar nicht mehr sprechen wollte. Ja, weil der Manu, der kennt sich ja auch nicht aus. Der Manu, der muss sich erstmal selber hinsetzen und sich mit seiner Religion erstmal beschäftigen. Er ist jetzt Schiite geworden und muss jetzt erstmal mit seinen schiitischen Glauben auseinandersetzen. Dass die Pia da glauben, dass alles durch Ali entstanden ist und dass Ali über der Schöpfung steht und so. Das ist Wahnsinn. Hast du den einen Schier gehört, wie er heute geredet hat? Ja, heftig. Heftig. Also so eine, die wollen so alle sein wie Jesus Christus, ne? Der, der über der Schöpfung steht, der weitaus über den Engeln ist. Verstehst du? Ja. Die wollen alle sein wie Jesus. Ja, das ist das Problem. Alle wollen so Erlöser und Erlöserfiguren darstellen und die Anbetung und die Verehrung der Menschen auf sich ziehen. Genau so sieht's aus. Aber jede Verehrung und Anbetung gebührt dem Sohn Gottes. Ja, und. 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 Unitarier gesammelt, Zeugen Jehova, noch nie. Ich glaube, die kennen mich, die wissen, dass bei mir nichts zu holen ist. Ja, bei mir kommen die sogar in meinen Kommentaren, ich sperre die dann einfach, weil die sogar in meinen Videos kommentieren. Die muss man direkt blockieren. Im Mai auch mal, das ist ja völliger Quatsch, was erzählt man hier, Jesus ist Gott, der hat debattiert in meinem Kommentarfeld mit anderen Geschwistern. Dass Jesus nicht Gott ist, das kann es niemandem geben. Ja. Was ist denn jetzt, Amir, wenn jetzt jemand sich anscheinend bekehrt hat und sagt, ich glaube an Jesus und der glaubt auch an die Trinität, aber dann irgendwann mal fällt er ab und glaubt nur noch, dass der Vater Gott ist. Ist er dann abgefallen oder kann er noch wieder zurück? Er glaubt nur, dass dann auf einmal der Vater Gott ist. Ja. Da war er teilhaftig des Heiligen Geistes, hat geschmeckt und ist abgefallen. Ja, so sieht es aus. Wenn er auf dem Feld abfällt in einer falschen Lehre, verlangt, genau, der hat ein wenig erkannt und hat sich dann verführen lassen. Ja. Ja, und wenn er nicht begreifen will und so fest verharrt, da ist alles Hopfen und Malz verloren. Ja, genau, das meinte ich ja. Also, wenn man in eine falsche Lehre abfällt und immer noch sagt Jesus, Jesus. Also, Abfall ist Abfall. Ob du ganz weggehst vom Herrn Jesus oder in die falsche Lehre kommst. Abfall ist Abfall, ne? Da bist du abgefallen. Und da auf diese Dinge müssen die Leute achten. Ganz, ganz wichtig. Weil wenn du versichert bist mit dem Heiligen Geist, erlaubt der Herr Jesus ja nicht, dass du abfällst und seine Gottheit leugnest. Ja, wo das so drin steht. Hebräer Kapitel 10 Vers 28 Also 7, 28, 29. Ja, genau. Hebräer 10 ist halt die Parallelstelle, ne? So Hebräer 6. Genau. Häftig, ne? Wie das beschrieben wir, Bruder. Da steht sogar drin, ne? Damals hat man die Todesstrafe bekommen, ne? In alten Bundes. Ja. Ja. Und was ist denn schlimmer als der Tod? Weil wir die Gnade des Herrn Jesus keinem Wurf mehr haben. Der wird schlimmer behandelt als der Tod. Ja, was passiert denn da? Das ist so schlimmer als Tod. Die Hölle. Die Hölle, ja genau. Kato Silversurfer auch angefallen. Katholischer Silversurfer. Ja, ich weiß es nicht. Ich erinnere mich an irgendjemanden, den ich so genannt habe. Ich weiß es nicht. Katholischer Silversurfer. Ach so, ja. Ist das so ein Typ der Folie? Ja, ja, ja. Ja, da war was. Ich erinnere mich. Irgendwas gesagt. Er war einer wie wir und dann ist er abgefallen. Ja, ich glaube schon, ja. Wenn er in eine falsche Lehre abfällt, dann ja. Ja, weil der Herr Jesus in Matthäus 10, 28 ganz klar ist in seinen Worten. Keiner kann sie aus meiner Hand reißen. Das heißt, er erlaubt auch nicht, dass du in eine falsche Lehre hineinkommst. Du kannst als Wiedergeborener in eine falsche Gemeinde reingehen, in ein Gebäude, wo die sich treffen. Aber das hat keinen Einfluss auf deinen Geist, weil du ja versiegelt bist mit dem Heiligen Geist. Früher oder später gehst du auch wieder raus. Aber wenn du nicht versiegelt bist mit dem Heiligen Geist, dann fällst du in eine falsche Lehre ein. Und der Herr Jesus, also der hält dich nicht, weil du nicht sein Schaf bist. Du gehörst nicht zu denjenigen, wo der Herr Jesus sagt, niemand wird sie aus meiner Hand reißen. Ja. Da steht in Johannes 10, Vers 27, 28 Niemand wird sie aus meiner Hand zerreißen und von meinem Vater auch nicht. Denn ich und der Vater sind eins. Hast du gesagt, niemand wird sie aus meiner Hand zerreißen? Ich höre nichts. Nochmal, Bruder? Niemand wird sie aus meiner Hand zerreißen, hast du gesagt? Niemand wird sie aus meiner Hand zerreißen, hat der Herr Jesus gesagt. Ja, der Bruder bei Bruder Paulus ist alles immer Superlative. Einfach reißen reicht ihm nicht. Das ist schon mehr als reißen. Dieser zerreißen ist ein bisschen heftiger. Ach so. Ich bin jetzt frisch ausgetaniert. Der will ja reißen. Ja, dem ist das alles nicht heißig genug. Ja, ja. Der Samet will mit dir reden, Lissar. Einen wunderschönen guten Tag. Hallo Samet. Guten Tag. Wie geht's euch? Bis zum. Danke dem Herrn Jesus, gut. Ich hoffe, dir auch. Na, mir geht's sehr. Mir geht's wunderbar. Sehr schön. Sehr schön. Also, ich hab schon hier... Einen Moment, grad kurz. So, okay. Also, Reza, du bist der Bruder von Amir. Also, Leibnischer. Ja, leider. Leider? Ja. Und dein Gedankengut ist genau wie von Amir. Ja, der wahrscheinlich denkt ja dasselbe. Ehrlich? Also, und auch... Ja, ich bin nur ein bisschen hübscher und schlauer und reicher als er. Aber sonst sind wir fast gleich beide. Macht ihr euch auch... Macht ihr euch auch lustig über andere Religionen? Nee. Ja, das macht der Amir zum Beispiel. Das wollte ich nicht sagen, weißt du? Nee, der macht sich nicht lustig. Der zitiert nur die Islam. Nee, der macht sich lustig. Wenn du das lustig findest, ja, dann ist das natürlich... Dann findest du das lustig, die Sachen von Islam. Ja, nein. Aber er zitiert nur. Er zitiert nur und du findest natürlich die Sachen lustig. Ach so, und Leider über Kamelurin und alles. Ist nicht lustig zu machen? Ja, aber Mohammed hat ja gesagt, ihr müsst Kamelurin trinken, damit es euch gut geht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Er hat nicht gesagt, trink Kamelurin. Ja, hat er gesagt. Nein, nein. In einem authentischen Hadith. Es ist ein Hadith, dass man Kamelmilch mit einem Schuss Kamelurin... Ja. Dass es wie ein Medikament wirkt, aber nicht Kamelurin. Genau, Medikament. Genau. Wenn ich jetzt zum Beispiel sagen würde, in der Bibel steht, nimm ein bisschen Milch mit ein bisschen Hasen oder Rabenkacke. Stimmt nicht. Nein, aber das ist dasselbe. Das ist Volksglaube. Solche Sachen haben im Mittelalter in Deutschland auch gesagt. Das muss das dasselbe sein. Sag mal bitte. Samet, solche Sachen mit, nimm ein bisschen Kamelurin oder nimm Rabenkacke oder das ist Volksglaube, Aberglaube. Nee, das ist kein Aberglaube. Das gibt's doch nicht. Der Beweis, dass es keine Wirkung nichts hat. Ja, das machen wir ganz kurz. Nee, wenn ich... Ach so, diese Studie lehntest du ab, wenn ich dir sogar eine Großbritannien-Studie geben kann. Oh, wenn du jetzt sofort Kamelurin... Ich habe eine Studie von Großbritannien, die beweist, dass, äh, geschrieben steht, ja, mit den ganzen Tests, dass Kamelurin keine Wirkung nichts hat. Das ist einfach nur Pipi. Zeig mir jetzt die Quelle, wo das draufsteht. Du wirst mir jetzt helfen, ja? Großbritannien-Studie, kann ich dir jetzt geben? Einen Moment, bitte. Warte, gebe ich dir sofort. Guck mal, ich kann dir was geben. Warum kannst du mir nichts geben? Gib mir, du... Jetzt gib du mir eine Quelle, dass Kamelurin, äh, deine ganze, was weiß ich, Krankheit inhalt außer Tod. Dann will ich mal sehen, dass Kamelurin Krebs heizt. Gib mir deinen Saft, ich geb dir meinen. Moment, ich bin gerade bei einer Patientin, ganz kurz. Patient? Ach so, wir haben einen Arzt auch noch. Oh, das wird interessant. Das wird... Das wird... Gib mir deinen Ohren, ich geb dir meinen. Der Arzt ist weinig. Haben wir einen Arzt, der glaubt... Ein Schuss Kamelurin? Wir haben ja einen Arzt, der glaubt, man muss Schuss Kamelurin reintun, damit man gesund wird. Das ist so hart, ne? Das ist so hart. Ja. Also Leute, alle zu ihm hin, ne? Damit ihr gesund werdet. Er muss nur sagen, wo seine Praxis ist. Ja, der Arzt, der Kamelurin verschreift. Ja, wenn er wirklich glauben würde, dann würde das verschreiben. Der würde dann sagen, nein, diese Medikamente von hier, von dieser Kofarstadt, das ist Schrott. Ihr müsst Kamelurin. Dann wollen wir mal gucken, wie lange der noch Arzt bleibt. Aber der versteckt sein Glaube. Der verkauft seinen Glauben, damit er hier ein schönes Leben haben kann. Hier, die Quelle, die Quelle. DMC PubMed Central hat eine Studie gemacht, dass Kamelurin keine Wirkung hat. Nichts. Hier, ich liess vor. Kamelurin wird seit langem als mögliche Krebsbehandlung untersucht. Aber detaillierte Studien mit aussagkräftigen Statistik über seine tatsächliche Wirksamkeit und Wirkung auf die menschliche Gesundheit sind kaum vorhanden. Hier, ich habe echte Studien. Guck mal, dann sag ich noch was, ja? Ja, ich kann eine Quelle nennen. Warum kannst du mir keine Quelle nennen? Von PubMed Central. Oder PubMed Central wird, glaube ich, so ausgesprochen. Ja, was ist los? Warum habe ich unzählige Studien und du nichts? Woran liegt das? Was macht der jetzt schon wieder? Ja, wie der Kamelurin kurzer Schreiber, die andere Patientin. Ach so, ja, unter der Hand. Ja, genau. Ein bisschen verdienen muss man ja. Da ist der Fläche noch aus, wahrscheinlich. An krasse Zeit, das heißt, der will sich jetzt angucken, guck mal. Der guckt so links, rechts, wo er so allein im Zimmer ist. Und dann sagt er so, ich habe hier was. Der hat selber kurz reingepinkert in dem Moment. Ich habe hier was. Das ist halt alles. Eieieiei. Das ist halt alles, Bruder Ries. Das ist halt alles. Wie kann man sowas glauben? Bei Kamelurin-Impfung. Hat nicht jeden einer gesagt, Bruder Rieser, dass angeblich in ganzen Medikamenten Kamelurin benutzt wird? Oh, Spass, das haben irgendwelche Muslime behauptet. Sogar große Muslime. Häufig. Ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie gehört. In keiner Studie, nirgendswo in Zeitung gelesen. Nirgendswo. Aber dass eben in vielen Sachen auch in Insulin und so weiter, Präparate, Schwein und so weiter drin ist, was die Muslime weltweit auch benutzen, Diabetiker, Muslime, die Probleme haben mit Diabetes, die benutzen das ja. Ja, das dürfen die eigentlich nicht, ne? Weil selbst in Ramadan dürfen die nicht mal Asthma-Spring nutzen. Ja, genau so. Ich mache keinen Spaß, ne? Der ist sogar Fasten gebrochen, wenn die Nutzen. Da kannst du niemanden erzählen. Ja, ja. Das kannst du niemanden erzählen. Du kriegst einen Anfall. Ja, ne? Warte bis Ramadan ist. Bis er vorbei ist, ist er. Damit bist du Doktor? Ich arbeite im Pflegedienst. Ach so, du pflegst Menschen. Okay, ich hätte mir Sorgen gemacht als Arzt, dass man dich als Arzt auf die Leute zutzt. Also wenn du sagst, man muss den Leuten Kamelohin geben. Du weißt schon, dass es von Millionen von Millionen muslimische Ärzte gibt, ne? Das weißt du doch, glaube ich, hoffentlich. Ja, aber Gott sei Dank nehmen die Sachen von Islam nicht ernst. Sonst hätten wir hier ein Zulassungsproblem. Dass jeder von den Millionen von Millionen muslimischen Ärzten, ich glaube, Ahnung als euch beiden da zusammen hat, ne? Ich habe dir eine Studie gegeben, dass Kamelohin keine Wirkung hat. Mehrere Studien. Von Papst, Mad Central. Der Arm hier, der Arm hier zeigt mir ja noch wenigstens Quellen, ne? Ich gebe dir noch eine Quelle, bestimmt wie dein Leben oder du? Aber du liest mir irgendwas vor. Mach einen Screenshot und zeig dir auch mal. Ist der herzlich gut sein Leben oder so? Hey, hey, Summit. Nicht so laut. Das kann nicht wahr sein. Scheiße, weil ich im Auto bin. Ich denke, ihr hört mich nicht deswegen. Im Auto? Äh, ich dachte, der fliegt, äh, Patienten. Ein Auto fliegt er die oder wie? Wenn man im Pflegedienst arbeitet. Was ist denn passiert? Ja, es gibt hier auch ein Thema, äh, weil, weil du ja, äh, äh, so ein bisschen was von, vom Lied Kamelorien, ne? Ich gehe noch ein Schluck von Kamelorien, Kamelorien, Kamelorien. Wow, wie lustig, wie lustig. Ich habe gar nicht gelacht. Und den gräutenden Schoß Kamelorien. Ich habe das Wort gar nicht gelacht. Wie gesagt, ihr könnt ja lachen, ne? Das ist ja kein Problem. So, im Endeffekt mache ich mich nicht über eure Religion lustig. Ich respektiere eure Religion. Aber, äh, was ich nur damit sagen will. Wie bitte? Dein Gott Allah respektiert doch gar nicht unseren Glauben. Nein, stimmt nicht, stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Stimmt nicht. Das sah mir jetzt auch, um zu jaueln. Der Allah sagt dem Zuge 4, Vers 47, dass, wenn wir nicht an seinem Buch glauben, er unsere Gesichter in unsere Hintern rein tut. Er kann sagen, was er will. Wenn ich nicht das weiß, dann sage ich Allah Allah. Und dann raus. Wie? Ja, warum sagst du vorher, es stimmt nicht? Weil, da weiß ich das. Da weiß ich das. Ey. Da weiß ich das. Er sagt, er sagt, ich bin dazu gezwungen. Kann ich bitte ausreden, das hier? Er, Amir hat gerade gesagt, ich bin dazu gezwungen, dass ich eure Religion nicht respektieren darf. Wer sagt das? Das stimmt nicht. Ja, aber bitte, ein Kleidung. Ganz kurz, Leute, lass ich doch mal kurz aussprechen. Ich rede nur einen Satz, direkt redet dazwischen. Ja, sonst würden wir doch längst in Schweden, die Muslime in Schweden, wo jetzt gerade richtig Rambazamba ist, wo gerade wirklich der Koran auf offener Straße verbrennt wird, sonst würden doch die Muslime in Schweden die Bibel verbrennen, vor allen Augen. Bitte, hört auf damit. Ja, die meinen das vor allem, das ist nicht in Schweden. Obwohl, die machen das auch. Und Muslime, und Muslime, die nicht, Muslime, die nicht, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Dein Gelehrter der Al-Azhar-Universität sagt, dass du die Tora und die Seiten der Tora und des Evangeliums rausreißen kannst und als Toilettenpapier benutzen darfst. Stimmt nicht. Also, ich glaube nicht dran, tut mir leid. Ich glaube nicht dran. Ich glaube nicht dran, weil das ist nicht vereinbar mit dem, was im Koran draufsteht. Tut mir leid. Ja doch, die Muslime gehen davon aus, dass die Bibel verfälscht ist. Samet, der kann doch eine Million Ärzte, die ihnen Islam zu bieten hat. Diese Millionen muslimische Ärzte, die können doch einmal diese Kamelurin nehmen und dann den Nobelpreis holen. Warum machen die das nicht? Warum denn? Das tut mir doch die größte Möglichkeit, für einen islamischen Wissenschaftler überhaupt einen Nobelpreis zu holen. Ja, guck mal, ihr lacht über sowas, ne? Nee, ich meine das jetzt ernst. Ja, Resa, ich weiß, was du meinst, wenn du das wirklich schon ernst gemeint hast. Ja, aber guck mal. Warum machen die das nicht? Wenn ihr über sowas lacht, dann fragst du mal eine andere Frage. Medizin Nobelpreis. Medizin Nobelpreis. Glaubt ihr dran, glaubt ihr dran, jetzt guck mal, das hat eigentlich nichts mehr mit Glauben zu tun auch, aber weil das auch im Islam, weil unser Prophet Sallallahu alaihi wa sallam das auch vorher gesagt hat, sag ich, was frag ich euch jetzt und danach mich auch geantwortet haben, was sagt ihr zu der Theorie, dass wir eine Fliege auf euren Glas Wasser haben, ne, und die Fliege auf dem Glas Wasser hängen geblieben ist. Glaubt ihr dran, dass man die Fliege komplett drauf tunken muss, weil auf einer Flügelseite von der Fliege die Bakterien ist, also die Krankheit, und auf der anderen Seite das Antibiotika. Ja, wie unsinnig ist das, wenn ich denn da gar nicht da reinzunehmen, damit ich überhaupt nicht eine Bakterie von den rechten Flügel da reinhaben will, um dann das wieder auszugleichen mit dem anderen. Wie unsinnig ist das? Genau, und die Wissenschaft. Und heute, es gibt jede Wissenschaft, jede Theorie, die dazu gegeben wurde, jede Studie. Das ist so, als wenn du sagst, das ist ein Elefant auf seiner linke Arbake, ist dann die Kacke, und auf deiner rechten Arbake ist so eine Spraydose. Damit du das wegmachst, dann musst du das so küssen. Damit du diese Spraydose bekommst, damit du das wegkommst von deinem Mund. Warum soll ich denn das so küssen, diese Arbake von dem Elefanten? Damit ich die Spraydose benutzen muss. Guck mal. Samet, das ist bei mir dein Ernst. Das kann doch nicht mehr wahr sein. Du willst uns also diese Fliege als wissenschaftliches Errungenschaft verkaufen? Warum macht ihr mich jetzt dumm? Ja, du redest ja die ganze Zeit rein. Lass doch meinem Bruder auch mal reden. Lass doch zusammen eine Kunde. Wie wäre das, mein lieber Samet, wenn du die Fliege gar nicht da reintupfen würdest? Damit du nicht diese Bakterien auf seine Flügel nicht da reinkriegst. Ich rede doch davon, dass wenn es passieren sollte, es passiert doch manchmal, dass einfach mal so ausversehlt eine Fliege auf dein Getränk reingeht. Kann ja passieren. Ja, dann ist er ja schon drin. Dann sind ja seine Flügel schon beide drin gewesen. Ja, man sollte aber komplett da drauf tunken. Das ist auch wissenschaftlich bewiesen. Lies mir! Wow, wie so eine Quelle. Ey, das ist nicht normal. Gib mir eine Quelle, Samet. Quelle. Lach das, aber egal. Das kann nicht wahr sein. Gib doch eine Quelle. Heftig, das ist heftig. Samet, jetzt kommt ein paar Worte. Samet, siehst du nicht, was der Islam mit deinem Gehirn gemacht hat? Samet, jetzt mal eben erst. Siehst du nicht, dass der deinen kritischen Verstand ausgeschaltet hat mit solchen Sachen? Guck mal. Ja, der Islam hat mich sehr weit gebracht. Wo denn? Dass du sagst, diese Fliege, rechte Flügel, rechte Flügel ist da schlimme Sachen drauf, linke Flügel ist die Heilung dafür. Wisst ihr, wie weit der Islam mich gebracht hat? Dass ich nicht so wie ihr auf Live gehen muss und versuchen muss, ein paar Menschen reinzuholen. Brauche ich nicht. Weißt du warum? Der Islam wird von selber und selber groß. Alles klar, danke schön, Samet. Mit Kamelurin wird das sehr groß, hast du recht. Danke dir. Ich verstehe diese Sache, Armee, bis heute nicht mit diesem rechten Flügel, linke Flügel. Das ist doch... Aber wenn er doch reingefallen ist, dann ist das schon drin, diese Heilung. Riesen, riesen, riesen Schwindel, ne? Du hast, wie du schon gesagt hast, sein kritisches Denkchen wird ausgestattet. Wie unsinnig ist das? Leute, wir haben welche 300.000 geschafft. Komm, die eine Million knacken wir heute. Nein, nein, nein. Ey, Bruder, Armee. Guck dir das mal an. Warte mal. Warte, warte. Das muss ich jetzt eigentlich ja gerade von der Schwester ein Bild bekommen. Warte. Von der Schwester Eva. Von Schwester Eva. Ja, Schwester Eva hat mir ein Bild geschickt. Könnt ihr das sehen? Fliege landet auf Essen, ja. So begleitig ist das. Genau das Gegenteil ist nämlich, du musst das rausholen. Du darfst das nicht mehr essen, weil da so schlimme Bakterien drauf sind. Ja, aber die tun können wir doch mal rein. Mohammed war ja unter schwarzer Magie. Deswegen hat er diese ganzen Sachen gesagt. Ja, das ist das. Guck, was der Mohammed nicht gesagt hat. Er hat solche krassen Dinge gesagt, wo du denkst, das kann doch nicht wahr sein. Guck dir das, guckt euch das bitte an. Warte ganz kurz. Kannst du dich wieder klein machen? Ja, ich zeig euch das jetzt. Das ist so krass. Oder Armee, hängt dein Stream? Oder so, weil manchmal höre ich dich, manchmal höre ich dich nicht. Nein. Martin, komm mal rein und raus. Ich gucke irgendwelche Nebengeräusche bei dem, wenn er redet. So zusätzlich. Ja, achso, hörst du das also auch? Ja, ich weiß nicht, warum das so ist. Ich dachte, bei mir die ganze Zeit, ich mache Internet an und aus die ganze Zeit schon. Bei dem schon seit ein paar Tagen. Hört ihr mich? Also ich hörte mich. Hört ihr mich? Ja, man hört dich. Aber gerade die ganze Zeit schon, stream war einmal weg. Da, Nebengeräusche. Das ist eine fliege Lachen. Mein kleiner Neffe. Der ist nur Terror machen, der Kleine. Mama, Mama, Mama. Der sagt schon Mama. Ja. Hier, passt mal auf. Guckt euch bitte die Aussagen von, was Bukhari uns übermittelt über Muhammad, was er sagt. Guckt euch das bitte an, das ist so krass. Warte. Was ist das denn? D' Doe? Danke. Danke. Das ist das denn. Danke. alle tippen liebe alle tippen genau mit tippen unterstützt ihr den ganzen stream alle tippen 1 2 3 ab jetzt alle tippen die 400.000 knacken wir locker komisch wird hier nicht mehr angezeigt ihr könnt ruhig du kannst ruhig irgendwas sagen bis ich habe ganze gewartet ja mein lieben ich würde ich was erkündigen weil die ganzen muslime die hier drin sind guck mal ihr wisst nicht wohin geht ist das nicht traurig dass sie immer sagen muss inshallah das ist doch richtig traurig dass er zittern bis bis zum letzten atemzug und ihr gar nicht wisst ob ihr paradies geht oder in der hölle selbst mohammed hatte sogar besuche 46 dass er nicht mal weiß wo er hingeht woher kommt das ist doch katastrophe mein lieben muslime wiedergeborene christen wissen wo wir hingehen und wo wir herkommen dank den herrn jesus christus der unsere ganze sünden hinweggenommen hat weil wir einen glauben und nachfolgen das ist sehr wichtig glauben und nachfolgen aber euer gott oder so genannter gott er möchte doch die hölle wird den ganzen menschen füllen das ist sogar sein ziel der steht in suche 15 111 was glaube ich oder bruder haben in so 15 11 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 und das ist katastrophe er will die menschen und die menschen mit der hölle füllen das ist sein ziel seine eigenschaft da alle reinzutun und er gehört sich darauf was ein gott ist dass man die muslima hand aufs herz was ein gott ist das oder die eigenschaften von schätan hat doch alle in suche 5 lesen wir das ja vers 42 wissen wir wissen wir ja dass allah ja sagt dass er hass und zwietracht und feindschaft zwischen den menschen machen möchte guck mal hier ich habe es gefunden guck mal einige aussagen von muhammad muhammad demütigt den geist also den satan indem er ihn mit bloßen händen wirkt aber hurraida berichtete der prophet sprach einst das gebet und sagte satan trat vor mich und ich versuchte und versuchte mein gebet zu unterbrechen aber allah gab mir die oberhand über ihn und ich ich wirkte ihn zweifellos dachte ich daran ihn zu fesseln eine eine der säulen der moschee bis du morgens aufstehst und ihn siehst dann erlte erinnerte ich mich an die aussage des propheten salomo mein herr schenke mir ein königreich wie es keinem anderen nach mir gehören wird dann ließ ihn satan mit gesenktem kopf gedemütigt zurückkehren guck mal hier weiter sehen wir fieber entsteht durch die hitze der hölle guck mal was momentan sagt der prophet sagte fieber kommt von der hitze der hölle also lindere das fieber mit wasser das fieber kommt aus der hölle von der hitze der hölle sahibukhari band 7 buch 71 hadise 621 heftig woher kommt denn die hitze von sauna von stein böse perücken ahlullah bin masoud berichtete der apostel alas hat die frau verflucht die falsches haar trägt also so eine milliarde muslimers die sich extensions rein machen alle sind bei allah verflucht seibukhari band 6 buch 60 hadis 409 das muss man sich bruder pavos vielleicht mal alles aufnehmen weil es eine muslimer hochkommt doch im stream ja ich hab immer von seibukhari dass wenn die schon ihre gesichtbehaarung beispielsweise augenbrauen zupfen sind die von allah und mohammed verflucht dann sag ich immer wo ist deine monobraue damit du allah stolz machst aber das andere bruder amir sagt nochmal diesen anderen hadis welches denn dann das mit dem extension also geh mal ins wohnzimmer abdullah bin masoud berichtete der apostel alas hat die frau verflucht die falsches haar trägt also entweder so eine perücke oder so extensions und sowas das ist in sahibukhari band 6 buch 60 hadis 409 band 6 buch 60 adis 409 409 warte screenshot ab jetzt werde ich mir dann heute noch mal rausholen das andere mit der zahlbuch hatte war eh was mit 5 4 hab ich schon noch im kopf hab ich mal aufgeschrieben guck mal wie bösartig der mohammed der lernt eine frau kennen und dann sieht auf einmal dass sie alt ist und lässt sich sofort von ihr scheiden guck mal hier als der prophet zu ihr ging stellte er fest dass sie eine alte frau war und ließ sich von ihr scheiden hat aber die band 9 seite 139 guck dir mal diesen aber glauben an sagt nein zu grünen und weißen gläsern dann erzählte ich hörte abdullabin abu aufer sagen das ist so zwangsstörung merkt man richtig der prophet verbot die verwendung grüner gläser ich sagte sollen wir aus weißen gläsern trinken er sagte nein weiß und grüne gläser bitte nicht gläser Millionen und Abermillionen von muslimen die aus weißen gläsern aus durchsichtigen gläsern trinken alle gegen mohammed die heben das glas um gegen mohammed zu sein oder was alle Prost ja woraus denn soll man denn sonst was bleibt denn noch wenn keine grüne und weiße und so sollen wir aus PET flaschen oder was trinken Fanta Fanta Mango Reza mit Besteck wirst du sündigen Reza um Salama die Frau des Propheten berichtete der Apostel Allah sagte wer silberne Utensilien trinkt benutzt füllt nur seinen Unterleib mit Höllenfeuer Reza Reza das kann nicht mehr normal sein man gib mir diese Quelle bitte gib mir diese Quelle Reza zieh dir das mal bitte Reza der Kommentar wenn das Tragen von Gold oder Silber im Islam akzeptabel ist warum sollte es dann ein Problem sein mit silbernen oder goldenen Utensilien zu essen Reza das ist Aberglaube natürlich das finde ich Sai Bukhari Band 7 Buch 69 Hadith 538 Geh doch ins Wohnzimmer Reza der letzte Hadith 136 Ich muss mein Kind zum Wohnzimmer schicken ich will lieber liegen der so ein Wohnzimmer gehen Hadith 136 Band 7 Buch 69 Hadith 538 538 hab ich ja das mit dem Stein und Moses kennt ihr ja ne dass der Stein die Klamotten von Moses geklaut hat ja ja das kenn ich schon ne dann das war heftig ein weinender Baum verpasst die Predigten des Propheten überliefert von Jabal bin Abdullah der Prophet stand am Freitag bei einem Baum oder einer Dattelpalme dann sagte eine Ansari Frau oder ein Ansari Mann O Allahs Apostel sollen wir eine Kanzel für dich bauen er antwortete wenn sie möchten also bauten sie eine Kanzel für ihn und als es Freitag war ging er zur Kanzel um die Predigt zu halten die Dattelpalme weinte wie ein Kind der Prophet stieg herab von der Kanzel und umarmte sie während sie weiter stöhnte wie ein Kind das zum Schweigen gebracht wird der Prophet sagte es weinte um das Vermisste was es von religiösem Wissen hörte das ihm in der Nähe gegeben wurde meine Frage ist hat der Mohammed wirklich diesen Baum weinen gesehen oder ist es genau dasselbe was er von der schwarzen Magie abbekommen hat dass er sich das vorgestellt hat dass dieser Baum geweint hat so krank was meinst du wie die schwarze Magie gekickt hat bei dem absoluter Wahnsinn wie gesagt also diese Dinge werden noch nicht mal so schlimm wenn diese Gewaltexzesse da nicht wären dann würden wir alle sagen ja okay dann wollen die wollen die dann rein glauben dann ist das so ja das ist das Problem weil sie für solche Sache eben das ist das Problem Wahnsinn Bäume sind Informanten ich fragte Maslouk wer hat den Propheten in der Nacht als sie den Koran hörten über die Dschinn informiert er sagte dein Vater Abdullah hat mir mitgeteilt dass ein Baum den Propheten über sie informiert hat hey Prophet komm mal her meine Frage ist wieder hat er sich das eingebildet oder war das wirklich so passiert es ist eine gute Frage es sei Buchadi Band 5 Buch 58 Hadith 199 Band 5 Buch 58 Hadith 199 das ist krank das ist krank alleine schon dass der Satan erfolgreich war über Mohammed um ihn zu besitzen und zu besessen und und so weiter das ist doch schon vorbei das ist doch schon einmal vorbei das widerspricht den Koran Sura 15 42 war es glaube ne war es Sura 15 42 wo drin steht dass Allah gewiss über meine Diener habt ihr keine Macht außer wer dir von den Verehrten folgt Sura 15 Vers 44 44 ok 44 ja das ist das Gespräch zwischen Allah und Satan in Sura 15 Vers 39 bis 44 Wahnsinn der Allah hört gerne das Niesen aber hasst das Genen Abu Huraira berichtet der Prophet sagte Allah hört gerne das Niesen aber das Genen nicht gern wenn also jemand von wenn jemand niest und dann Allah lobt dann ist es für jeden Muslim der ihnen zuhört Pflicht zu sagen möge Allah dir gnädig sein Yadhamuqa illa aber was das Genen betrifft es kommt von Satan also muss man sein Bestes geben um es zu stoppen denn wenn man beim Genen H sagt wird Satan ihn auslachen also wenn ich so mache dann muss ich das so voll verbergen weil der Satan sagt Guck mal Dr. Scheer der ist am Genen Ja und was ist ja und? Ja ich gehe und jetzt? Ja was ist denn das Schlimmler? Ist das krank? Das ist so als wenn Allah sagt der Blinzeln kommt von Satan Halt dein Blinzeln so weit wie möglich entfernt Ja genau der Sound von Nase putzen gefällt Allah aber das Blinzeln ist von Satan Was sagst du denn? Das sind physiologische Vorgänge im Körper Das ist also alles nur ja was soll ich dazu sagen Ja der Mohammed sagt immer dreimal Assalamu alaikum wenn der irgendwo eintreten möchte Ja Alles dreimal immer diese drei Links spucken zum Schutz vor bösen Träumen Abu Qatada berichtete der Prophet sagte ein guter Traum der wahr wird kommt von Allah und ein schlechter Traum kommt von Satan Wenn also jemand von euch einen schlechten Traum sieht sollte er Zuflucht bei Allah vor Satan suchen und auf ihn spucken Verlassen denn der böse Traum wird ihm nicht schaden Auf ihn spucken? Ja Also auf die linke Seite spucken Auf die linke Schulter Auf die linke Schulter Spucken Das heißt bei denen ist immer die linke Schulter immer voll nass wahrscheinlich dann Ja Das ist so krank Was ist wenn die dann nebeneinander sitzen und jeder spuckt den linken zu seiner linken an die ganze Zeit Was ist das? Das ist so verrückt Oder Also wahrscheinlich nicht richtig spucken nur so Einfach so in den Mund Ja genau Das ist Sound machen Also nicht richtig Sound machen Sound of Captain Spuck Captain Spuck Die Kunst mit einem Furz umzugehen Das ist helllich Das brauchen wir Das braucht die Welt Überliefert von Ali Eben Tartt Der Prophet Allahs sagte Wenn einer von euch während des Gebets die Luft verliert Also Furz Sollte er sich abwenden Die Waschung durchbühren Und das Gebet wiederholen So ist er Das ist aber echt Die machen das wirklich Luft verliert Wie heftig Das ist so wie bei Fahrrad Dann zur Tankstelle gehen Wieder aufmachen Aufblasen Die Luft Ja Hey Hey Muhammad Brauchst du ein Bier? Abu Huraira berichtete dem Apostel Allahs Wurde in der Nacht In der auf eine Reise mitgenommen wurde Al Miraj Eine Schüssel Milch Und eine Schüssel Wein überreicht Sahih Sahih Bukhari Band 7 Buch 69 Hadis 508 Allah verflucht Tätowierte Frauen Ibn Masud berichtete Allah hat jene Frauen verflucht Die sich tätowieren Oder es sich selber machen lassen Und jene die Haare aus ihrem Gesicht entfernen Und jene die künstlich Lücken zwischen ihre Zähne schaffen Um schön auszusehen Solche Damen Die die geschaffenen Gesichtszüge verändern Bei Allah Warum sollte ich dann nicht diejenigen verfluchen Die Allahs Apostel verflucht hat Und die auch in Allahs Buch verflucht sind Sahih Bukhari Band 7 Buch 72 Hadis 826 Genau Das meinte ich Und das ist ein Zeichen Was für die Frauen dann Ja, warum habt ihr keine Mundumbrauen? Wieso habt ihr so geleckte Augenbrauen? Du weißt, was die sagen, Bruder Reza Die sagen dann immer so Und, das ist meine Sünde Ja, war laut Islam schon Hölle? Jaja, das ist verflucht Allah verflucht Laut Islam ist schon Hölle Ja, natürlich, das ist schon Das siehst du auch, dass der Islam eben eine Werksgerechtigkeitsreligion ist Ja, wenn du Augenbrauen zupfst, dann kommst du in die Hölle und so Warte, Bruder Reza Warum bist du hier? Ich habe Augenbrauen gezogen Reza 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 Reza, ein Baum, der 25,5 Millionen Meilen breit ist Im Himmelreich von Allah Echt Sal bin Saat berichtete Der Apostel Allah sagte Im Paradies gibt es einen Baum, der so groß ist, dass ein Reiter hundert Jahre lang in seinem Schatten wandern könnte, ohne ihn überqueren zu können Sahih Bukhari, Band 8, Buch 76, Hadith 559 Hier ist ein Hinweis, wenn man bedenkt, dass die Durchschnittsgeschwindigkeit eines skaloppierendes Pferdes etwa 30 Meilen pro Stunde betragen kann und das islamische Jahr 355 Tage hat, bedeutet dies, dass der Baum 25,56 Millionen Meilen breit sein soll Das ist etwa die halbe Distanz vom Planeten Erde zum Mars, Bruder Reza Ja gut, aber wenn doch dein Teil so riesig wird von hier bis zum Mond, dann passen diese Dinger wieder alle zusammen Die Beschreibung passt dann perfekt, ne? Ja, dann ist halt deine zwei Kugeln da drunter so groß wie Uranus oder wie Jupiter Ja, das sind halt diese Maße und dann passt das alles dazu, ne? Du hast so Bälle so groß wie Jupiter, Amir Das ist so krass Einfach Planeteier Planeteier Planeteier, also das ist ja Planeteier Planeteier Planete Planeteier 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 Das Gesicht von den Hoodies will ich sehen. Ich will das einmal sehen. Die Gesichter dieser Niqab-Hoodies sehen. Ich will sehen, wie die reagieren, wenn die die Dinger sehen. Hallo. 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 Dein Iraker. Mein Iraker? Ich habe keinen Iraker. Dein Iraker. Dein Iraker. Dein Iraker. Ekaros. Der nicht. Der will nicht. Der möchte nicht. Samsung ist wieder da. Der möchte dir wieder was sagen. Nehmt ihr euch nicht solche Witze. Wir haben keine Witze gemacht. Du musst das unterscheiden. Das war keine Witze, was wir gesagt haben vorhin. Das ist Islam. Samsung. Islam. Machen wir mal weg. Leidenschaft. Gott sei Dank. Ich bin nicht in der Familie. Nein, falsch. Mit was willst du uns heute bescheren? Mit was für einer Weisheit? Ich musste heute Mittag an die Geschichte mit dem Hund denken. Ich wollte mal fragen, ob Reza so lieb wäre und die mal wiederholen könnte. Was soll ich wiederholen? Mit dem Hund. Weißt du, was ich meine? Ne. Wo du deinen Hund auf einmal springen gesehen hast. Zwei Meter. Ach so, ja. Das war hier in der Wohnung. Und der Hund war ganz normal, hat Platz gemacht auf dem Boden mit einem Vierer. Ganz normal hat mich angeschaut. Ich war auf dem Bett und habe den auch angeguckt. Und plötzlich, wie aus dem Nichts, schubst ihn jemand so nach vorne. Und da hat er auf einmal sich erschreckt nach hinten geguckt. So nach dem Motto. Hä, wer hat mich jetzt gerade geschubst? Ich habe es auch gerade gesehen. Ja, das sind halt, ja, die sind überall, die Dämonen, die Geistern. Überall sind die. In jedem Haushalt, auf jeder Straße, die lauern überall. Oder Reza, der glaubt, dass nicht der will sich lustig machen darüber. Deswegen will er das fragen. Der will es wie ein Rekorde machen und dann sich so lustig darüber machen. Ach so, ja, das können wir machen, ja. Jetzt ist es unfertig. Ja. Mit Pavlos, möchtest du für mich sprechen? Ja, aber man merkt, welche Intention deine Frage hat. Aber ich, ganz kurz, im Gegensatz zu dir lache ich ja nicht die ganze Zeit. Ich habe ihn ganz normal. Ja, aber deine Frage weich ganz gut. Nein, nein, wirklich nicht. Wirklich nicht. Was, ein Christ bist du, mein Bester? Oder bist du überhaupt ein Christ? Warte, wir sind gleich. Ich habe das gleich. Ja, also, wenn ich mir das finde. Ja, Entschuldigung. Ja, nee, das sind ganz normale Dämonen, die überall sind halt. Der Satan hat ja seine Dämonen überall stationiert. Und die beobachten Menschen und so weiter. Manchmal erlaubt der Herr auch, dass die zum Beispiel jemanden bestrafen. Das gibt es auch. Also, es gibt verschiedene Methoden halt. Aber wie gesagt, mein Hund war ja auch danach krank, eine Woche lang. Hat nichts gegessen und so weiter, weil der Dämonen berührt hat. Aber wieso habe ich so etwas noch nie gehört zuvor? Das gibt es jeden Tag hunderttausend Mal. Warum habe ich es dann nicht gehört, wenn es jeden Tag hunderttausend Mal gibt? Ich habe ja auch ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz, ganz kurz. Lamson, Lamson, komm mal, rede nicht über mich, okay? Kennst du sowas wie paranormale Aktivität? Hast du schon was von sowas gehört? Munkeln hören, ja. Nein, nicht Munkeln hören. Ja, also nein, sage ich ja, Munkeln hören. Ja, es gibt aber solche paranormale Aktivitäten. Und das ist durch so Dämonen gegeben, dass du sie nicht siehst, aber sie dennoch zum Beispiel in deinem Raum so irgendwas umschmeißen können oder was. Hast du das schon mal erlebt? Einmal, glaube ich. Aber ich glaube, ich habe mir das eingebildet. Siehst du? Also kann sowas durchaus sein, dass es Sachen gibt, die wir mit unserem bloßen Auge nicht erkennen, weil wir nicht in deren Dimension sind, verstehst du? Das kann ein Atheist, kann darüber lachen, aber nicht ein Gläubiger. Der halbe Islam geht nur über Dschinn und Satan, wie der in deiner Nase schläft und wie der deine Anushaare zupft und in die Toilette. Da musst du dann glauben, dass der das macht, dass solche Dinge... Ja, ja. Also es gibt doch diese Besessenheit im Islam, wo die zur Hocai gehen und versuchen, diesen Dschinn aus den Menschen rauszuholen. Ja, was? Das nennt sich Lukia. Ja, das ist doch ganz normal. Reza, ich wollte jetzt... Also nochmal, das war jetzt kein Angriff. Du musst mir jetzt gegen Beispiele. Ich habe dich ganz normal gefragt. Achso, okay. Ich dachte, du wolltest nur als Moslem jetzt... Nein. Ich lustig. Nein. Ich habe wirklich... Ja, weil dieser ein gewisser Clown das getan hat, deswegen. Der hat sich darüber lustig gemacht. Meinst du, warum lassst du denn? Deine gesamte Religion ist da drauf aufgebaut. Du glaubst doch selber an Dämonen. Ja, aber guck mal, aber jetzt schweißen wir wieder ein bisschen ab, weil auf der anderen Seite, wenn du das mal neutral anhörst, also wie denkt man drüber? So, ich gehe zur Arbeit, Beispiel und sage, mein Arbeitskollegen, du pass auf, gestern war ich meine Katze angeguckt oder mein Hund und auf einmal ist der zwei Meter gesprungen und war danach eine Woche krank. Was glaubst du denn, wie der mich einstufen würde? Ja, das ist doch egal, wie der dich einstufen würde. Das ist doch vollkommen egal. Was heißt, das ist egal? Also der wird denken, bin ich wahnsinnig. Ja, die meisten Leute erzählen sowas nicht. Warum? Weil die wissen, dass diese ganzen ungläubigen Welt da draußen die auslachen. Ja, aber ich habe kein Problem damit. Ich erzähle dir die Dinge, wie die waren. Ob die Leute mich auslachen oder mir glauben, ist mir scheißegal. Ja, stell dir mal vor, du müsstest den Leuten erzählen, dass dein Prophet gesagt hat, dass ein Mann, der das Morgengebet verpasst hat, dass Satan in seine Ohren uriniert hat. Was sagst du denn dann dazu? Da müsste man dich einweisen. Was meinst du, wie die dann gucken? Bei so Paranormalaktivitäten kann man eventuell sagen, ja, es könnte durchaus sein, dass wir etwas nicht sehen, aber es dennoch existiert. Aber dein Prophet sagt, dass Satan in die Ohren von Menschen uriniert, dann ist er ja millionenfach an demselben Ort. Da ist er so, hat er also rückliche Pfingstkeiten. Ja, du magst. Also wenn es jetzt, Pavlos lacht doch immer so schön im Hintergrund. Wenn es jetzt darüber geht, wo suchen wir uns jetzt die sinnlosesten Stellen raus? Ich glaube, da kommen wir beide nicht großartig weit. Ich will dir nur damit sagen, dass mein Bruder ein Erlebnis hatte und dass diese Aussagen von Mohammed sehr utopisch klingen. Ich weiß auch, wieso, weil er überhaupt nicht ins Verborgene blicken kann, der Mohammed. Weil das gegen den Koran spricht, weil Aisha sagt, wenn jemand behauptet, dass Mohammed ins Verborgene sehen kann, der ist ein Lügner, denn Allah kann nur ins Verborgene sehen. Soll ich den Hadith zeigen? Ja, aber dann kann ich ja jetzt auch sagen, was sagst du denn zu dem Thema 3 in 1? Für dich ist das selbstverständlich. Ja, ich weiß. Für mich aber überhaupt nicht. Wir haben die doch versucht zu erklären, also mein Bruder und ich und die ganzen anderen Geschwister haben die doch versucht zu erklären, dass wir im Bilde Gottes geschaffen wurden. Und wenn Gott dreieinig ist, dann ist alles um uns auch dreieinig. Deswegen ist unser ganzes Dasein durch Zeit, Raum und Materie definiert. Verstehst du? Das haben wir dir doch schon acht Milliarden Mal erklärt. Also ich verstehe folgendes darunter, dass das eure Wahrnehmung ist. Das verstehe ich darunter. Richtig. Also ganz kurz, also willst du mir jetzt sagen, ganz kurz, willst du mir jetzt sagen, wenn du was wahrnimmst, dass das dementsprechend auch gleich mit der Realität zu vergleichen ist? Das ist eine Zeugenaussage. Was erzählst du da? Du kannst doch nicht wissen, ob das jetzt so passiert ist, wie es passiert ist, wie ich dir das erzähle mit meinem Hund. Das kannst du doch nicht wissen. Entweder du glaubst mir das oder du sagst nein. Richtig. Ja, also, dann lassen wir das doch dabei. Das ist doch nicht so wichtig. Es gibt viel wichtigere Themen als das. Zum Beispiel? Ja, über die Religion reden, was für gefährliche Bestandteile der Islam hat. Ja, Alter. Und wie wurde es in der Herr Jesus Christus, dass er dich bis bald unterlöst. Aber dann predigt doch über eure schöne Bibeln. Das ist doch alles cool. Machen wir doch auch. 50, 50. 50, 50. 50, 50 wäre gut. Machen wir auch 50. Rieser. Bei 50, 50 wird, glaube ich, wenige Menschen jetzt so viel manchmal beschimpfen, etc. pp. Bei 50, 50. Das geht ja noch. Da haben wir jetzt manchmal stundenlang Bibel laufen. Stundenlang. Ja, aber gleichzeitig sagst du ja auch alles, dass Amir predigt ist zu 99% richtig. Also da hört es ja schon auf, Rieser. Zu 100%. Wann habe ich 99% gesagt? Du hast 99% beim letzten Mal gesagt. Amir. Amir, sei ehrlich, hat er 99% gesagt? Nein, wenn er amir predigt, sagt er die Wahrheit. Er sagt dir die biblische Wahrheit. Was für 99%. Du hast gesagt, was aber sein Wissen betrifft, so sind wir alle 99%, wenn überhaupt noch nicht mal 9%. Guck, es ging um das Thema Kamelurin und was er sich darüber lustig macht. Dann habe ich zu dir gesagt, findest du das okay, so wie er das predigt? Würde Jesus das für richtig halten? Deine Antwort war, zu 99% war es richtig. So, ja, mit der Fleischlichkeit. Ach so, ja gut. Natürlich, auch ich bin nicht 100% geistig. Das ist doch nicht schlimm. Bist du 100% geistig? Hab ich das gesagt? Hast du schon mal jemanden beleidigt, weil du einfach wütend wurdest? Selbstverständlich. Ja, siehst du, du siehst, das ist ja kein Vorwurf. Das ist ja kein Vorwurf. Perfekt. Du machst perfekt sein. Nur der Herr Jesus ist perfekt. Ich will nur bei der Wahrheit bleiben, Amir. Ich mach dir kein Vorwurf. Du hast doch gerade einen Vorwurf gemacht. Das kann doch nicht wahr sein. Aber du, wie das kann doch nicht wahr sein? Aber wenn du dich 24-7 über Kamelurin lustig machst. Der Typ, der wirkt mir in einem Moment etwas vor, in einem anderen Moment sagt, ich hab dir nichts vorgeworfen. Was hab ich dir vorgeworfen? Was hab ich dir vorgeworfen? Man muss Geduld haben, weil der natürlich auch nicht den Heiligen Geist hat. Der ist ja nur fleischlich unterwegs. Der kennt ja die geistigen Dinge nicht. Reza, bin ich ein schlechter Mensch? Wie stufst du mich? Nein, ich war doch selber so fleischlich wie du. Wir waren alle so fleischlich, bevor wir wiedergeboren wurden und den Heiligen Geist empfangen haben. Das hat mit dir nichts zu tun. Du bist kein schlechter Mensch. Ich bin 30 Mal schlimmer als du gewesen, als Mensch. 100 Mal. Und trotzdem hab ich Gnade empfangen vom Herrn. Ob jetzt eine 200 Lügen am Tag macht oder zwei, das ist doch vor Gott egal. Eine Sünde trennt dich ewig von Gott. So einfach ist das. Und jetzt ist das so Quatsch, dass wir darüber reden, du bist ein besserer Mensch, ich bin ein schlechterer Mensch. Nein, ich sage zu dir, ich bin schlimmer als alle Menschen aller Zeiten, die je auf der Erde gelebt haben. 100 Mal schlimmer. Aber eure Sünden sind ja vergeben. Von daher ist das der Unterschied. Genau. Das ist ja nicht schlimm. Wir sind ja vergeben. Ja. Ich habe Sünden. Sündenvergebung empfangen. Das brauchst du auch. Du musst auch deine Sünden vergeben bekommen vom Herrn Jesus. Du musst gereinigt werden. Ja, genau. Anstatt solche Diskussionen zu machen, ja, du bist ein schlechter Mensch, ich bin ein besserer Mensch, ich bin ein besserer Mensch, du bist ein schlechter Mensch. Das ist doch Quatsch. Apostel Paulus sagt, dass er der größte Sünder aller Zeiten ist. Wer die Gemeinde Gottes verfolgt. Weißt du, was das heißt, wenn jemand so über sich selber redet? Ich bin der größte Abschaum von allen Menschen zu allen Zeiten. Ich bin der größte. Weißt du, was das bedeutet, wenn du dich so erniedrigst? Sehr bodenständig auf jeden Fall. Ja, siehst du. Deswegen sage ich immer, hört auf mich zu erhöhen. Der Einzige, der verdient hat, erhöht zu werden, ist der Herr Jesus. Ich bin nur ein elender Sünder. Du siehst doch, wie klein ich mich immer mache, wenn jemand mich versucht zu erhöhen. Ist dir das nie aufgefallen, Samson? Leben und leben lassen, Anja. Ich habe immer immer leben und leben lassen. Also Anja kommt nicht zu dir nach Hause und sagt, jetzt nehme Jesus an, so mache ich ja ab. Ja, aber durch die Blume macht er was anderes. Erzählte die Wahrheit und du sollst selber entscheiden. Der Armee macht kein Gewalt wie Islam mit, hey, du bezahlst Jizia oder Nackentherapie. Weißt du, was das Schlimme ist? Ich kenne keinen praktizierenden Moslem in Hamburg, der nur annennt, so ist, wie ihr das sagt. Nicht einen. Ja, weil es keine Muslime gibt. An diese 99,9 Prozent, was du meinst, Muslime sind keine Muslime. Das ist alles... Ihr habt noch nicht die Oberhand, die mich mehr als 50 Prozent sind. Das ist ja auch die weißen Muslime hier haben doch gar nicht mit dem Islam zu tun. Sie sind nur die auch keine Tisha-Bars und Dönerboot. Guck mal, zum Abschluss ich will euch auch gar nicht länger aufhalten. Ich bin gläubiger Moslem und zum Abschluss, ich sag euch ganz ehrlich, du bist doch dein Möller-Möller-Möller-Möller-Möller-Möller-Möller-Möller-Möller-Möller-Möller-Möller-Möller. Der kann nicht mal Al-Ikhlas rezitieren. Sprech dich aus. Sprech dich aus. Was wolltest du wissen? Rezitier mal bitte Surah Al-Ikhlas. Das würdest du ja wohl hinkriegen, oder? Okay, und wenn du mich das fragst, sagst du auf der anderen Seite, dass du ein praktizierender Moslem warst. Richtig? Du hast doch gerade gesagt, du bist ein gläubiger Moslem. Warte, warte. Ich gehe davon aus, dass du mal die Surah Al-Ikhlas mal dir durchgelesen hast, oder? Und auf Arabisch rezitieren kannst. Ich habe dich gefragt, ob du ein praktizierender Moslem warst. Du hast zu mir gesagt, nein. Ich kann das. Ich kann das alles. Du hast aber zu mir gesagt, du bist keiner. Ich kann alles. Ich kann sogar Al-Ikhlas. Ich kann sogar Al-Ikhlas. Ich kann sogar Al-Ikhlas. Ich bin sehr stolz auf dich. Ich bin sehr stolz auf dich. Kannst du das auch? Kann ich nicht haben. Zum Abschluss. So einfach. Ich kann es nicht. Genau. Wenn mein Nachbar, ich wollte nur noch eine Sache sagen, dann bin ich hier raus. Ganz schnell habe ich das herausgefunden. Ja, okay. Wenn mein Nachbar, zum Beispiel, ich habe einen christlichen Nachbar, weil ich habe einen christlichen Nachbar. Und mir geht es manchmal finanziell nicht so gut. Und wenn ich zum Beispiel abends hier bin und ich meine das ernst und ich bestelle mir was zu essen, glaubst du mir das? Ich kann keinen Happen runterkriegen, wenn ich nicht wüsste, dass er auch was zu essen hat. Wo bin ich denn jetzt gefährlich? Aber du bist doch, du bist doch, du tust diese Dinge, die eigentlich gut sind, obwohl du Muslim bist. Normalerweise sagt das Wort im Koran, die, die mit Mohammed sind, die gläubigen Muslime, sind barmherzig nur untereinander unter den Muslimen. Zu den Ungläubigen aber sind sie hart. Du tust also das Gegenteil, was dein Koran von dir sagt. Du bist eigentlich ein Christ und du bist dir darüber nicht bewusst. Weil ich so eine Denkweise habe, bin ich ein Christ? Ja, weil du gegen dein Koran handelst. Okay. Ganz aufschreiben. Schreib es dir doch auf. Sura 88, Vers 29. Aber ganz kurz, ganz kurz, zum Verständnis, ganz kurz. Wie müsste ich reagieren, dass ich ein Moslem bin? Ganz normal aufessen? Die Kufar-Feindschaft. Gegenüber den Kufar-Feindschaft. Verfluchen, so wie Allah die Christen verflucht, musst du auch die Christen verfluchen. Ich bleibe auf jeden Fall genau so, wie ich es gerade gesagt habe. Das hat doch mit dem Islam nichts zu tun. Denn Allah will, dass du deinen christlichen Nachbar verfluchst. Und du sagst Allah, nein, du bist ein schlechter Gott. Ich zeig dir mal, wie man besser macht als du, Allah. Ich mache das nicht so, wie du das, weil ich will dir zeigen, wie man das besser macht. Ich will dir was beibringen, Allah. Reza, wenn ich dafür bestraft werde, dann ist das so. Was erzählst du? Hast du denn deinen Verstand verloren? Ich habe nicht meinen Verstand verloren. Also, das, was du sagst, ist wie einer, der außer seinem Verstandes ist. Okay, wenn ich für dich den Verstand verloren habe, wenn ich sage, ich kann nichts runterkriegen, wenn mein Nachbar hungert, was soll ich dir dann noch sagen? Deine Tat ist nicht deckungsgleich mit dem, was Allah von dir verlangt. Allah verlangt das Gegenteil von dir. Und du tust das Gegenteil, was Allah von dir will. Allah will, dass du die Christen verfluchst. Ach, weißt du, wenn du danach gehst und nicht die Waage mal aufstellen, dann könnte ich, wer schafft denn alles, das, was auch machen möchte? Sag mir, wer das alles schafft. Sag mir mal einen Namen. Samson, wenn du das umsetzen willst, wenn du das umsetzen willst, was Allah von dir verlangt, du wirst der schlechteste Mensch der Welt werden. Dann ist das so. Wir warten, was ist dann ist das so? Dann ist das so. Nein, du kannst doch umkehren. Du musst sagen, nein, dann ist diese Religion, dieser Gott, da stimmt was nicht. Ich muss zu dem wahren Gott der Liebe kommen. Reza, du hast, guck mal, sei mir jetzt nicht böse. So ist das so. Nein, sei mir jetzt nicht böse, aber da hast du Realitätsverluste und da reden wir alleinander vorbei. Raus, raus, raus. Raus, 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 raus. Ich kann es nicht. wir haben es versucht mit dir. langsam wird es lächnerlich. Du hast Realitätsverlust, am besten sein Koran drin steht, aber du hast den Verlust. Die Leute lieben etwas, was sie gar nicht kennen. Ja. Das ist so, als wenn ich sagen würde, da ist irgend so ein Vogel in Brasilien unter den Bergen und der fliegt so schön mit seinen Flügeln und oh, wenn ich den einmal sehen könnte. Ja, und dann sagen die, was ist das für ein Vogel? Der gibt es, wo ist das, der gibt es gar nicht. Ach doch, den muss man suchen. Wenn man lange genug sucht, in den Amazonas unter dem Wasser, der versteckt sich unter dem Sand von Amazonas von da unten. Der fliegt so nachts um 24 Uhr bis 24 Uhr 10. Der fliegt im Vatikan rum. Hallo. Also ich muss sagen, ich muss sagen, ihr beide seid, also vor allen Dingen du, du bist echt lächerlich. Ja, aber derjenige, der ein sechsjähriges Kind geheiratet, ist für uns lächerlich. Nein, das ist jetzt eine Lüge. Nicht mit sechs, mit neun. Mit sechs hat er sie geheiratet, sondern Abidahut 21, 21. Nein, das ist mit, das ist besser gemacht, mit neun, ne? Ja, das ist viel besser, ist ein neunjähriges Kind auseinander, mit 55 Jahren. Wenn du sagst mit sechs, wenn du sagst mit sechs und wir wissen alle mit neun, warum sagst du denn mit sechs? Mit sechs, mit abidahut 21, 21. Schlag auf. Bleib doch bei der Wahrheit, wir wissen beide, dass diese Hadidale ist. Raus mit dir, bleib bei der Wahrheit. Ich nenne die Quelle, was der zu mir sagt, wie verrückt ist das denn bitte? Raus. Ich gebe sogar noch eine Quelle, dass er es von einer Zeit 337 macht. Ich sag ihm, schlag auf, Sunder und Abidahut 21, 21, das kann sich jeder merken, 21, 21. Er hat mich geheiratet, als ich sechs Jahre alt war und hat die Ehe mit mir konsumiert, als ich neun war. Mit sechs hat er sie geheiratet, mit neun auseinandergenommen. Richtig. Ja. Da steht sogar auch ein Sunder an einer Zeit 337 macht. Das ist doch Sunder, das sind ein bisschen verwechselte Leute. Die verwechseln halt heiraten und die Ehe vollziehen dann halt. Die verwechseln das. Heiraten? Geheiratet hat er sie mit sechs oder sieben. Und die Ehe vollzogen mit neun. Ja. Mein Iraker. Mein Iraker. Kein Iraker. Guck mal, wenn du nicht redest, blockierst dich. Ah. Ah, ja genau. Sag mal etwas, sonst wirst du blockiert. Es geht. Aha. Du hast also eine Stimme. Ja, oder? Ja, warum stellst du Anfrage und sagst nichts? Mal aus Versehen. Aus Versehen, ja okay, dann geh runter. Jedes Mal aus Versehen, anstatt dir selber mal guckt, habe ich eine Anfrage gestellt oder nicht, oder was ist denn da? Ach, nicht. Was ist denn da? Hallo? Hallo, mein Lieber. Äh, und ich hab eine Frage, also ich bin, also ich folge keiner Religion, ich bin also zum Christen hingezogen, ich hab viele Kollegen, die Christen sind, ähm, und ich bin halt unschlüssig, also was ich machen soll, also meine christlichen Kollegen, empfehlen sie mir immer? Ja, dann hör auf, deine christlichen Kollegen. Ja, aber, also kannst du, kannst, also kannst du, also können sie mir das selber empfehlen? Ich hoffe, du hast mich nicht zu siezen. Äh, kannst du, also kannst du mir das selber empfehlen? Ja, natürlich, ich empfehle dir, dem Sündlosen zu folgen, dem Heiligen, den Gerechten, der Herr Jesus Christus liebt dich ja über alles. Okay. Du hast in Jesus Christus das beste Vorbild aller Zeiten, die Rettung in Person und den, äh, die Vergebung deiner Schuld. Okay. Ist das nicht wundervoll? Willst du nicht Vergebung deiner Schuld erlangen? Doch, will ich. Aber was ist nicht ganz verstanden, war die Trinität. Also, das habe ich nicht ganz verstanden. Weil jeder Kollege von mir sagt irgendwie immer irgendwas anderes. Ja, der Gott der Bibel hat sich dadurch offenbart, dass er sich in Vater, Sohn, Heiliger Geist geoffenbart hat. Alle drei Personen ergeben diese eine Gott. Jesus, oh, Jesus, oh, Jesus, du bist wunderbar. Was ein Mensch, was ein Mensch. Wahnsinn. Ja, da seht ihr mal was für, was für einen Geist die haben, ne? Ja, so ist das. Die werden dann eines Tages vor dem Herrn stehen. So ist das. Das bleibt für ewig, ne? Da hat das Evangelium jetzt gehört, ne? Das heißt, wenn die Entrückung kommt, wenn die Entrückung kommt, ist das vorbei mit ihm. Der hat seinen eigenen Grab geschaufelt, wenn er meint, mit sowas spielen zu müssen. Richtig, ja. Er legt sich mit Sachen an, wo er nicht weiß, was das für ein Gegner ist. Das ist so, als wenn so ein Typ irgendwo so ein Kreisliga-Boxer in Buxtehude der noch nie was von Mike Tyson gehört hat und sagt, ja, wer ist dieser Tyson? Bring den mal her. Ja. 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 Verfolgungst du ja. Und die. Hi, Servus, Leute. Gott segne dich, mein Lieber. Danke. Dich auch. Ja, der Teufel geht umher, ne? Aber was meinst du, wie groß unser Lohn ist, ne? Guck mal, wir werden beleidigt um des Namens Jesu Christi willen. Wahnsinn, ne? Ist so. Ist so. Und beleidigen wir zurück. Beleidigen wir zurück. Beleidigen wir zurück. Nein. Man sieht es ja schon, wo Jesus auf die Welt kam, geboren wurde als Baby, hat Herr Rotes ja befohlen, dass alle zweijährigen Neugeborene, also unter zwei Jahre auch, alle getötet werden sollen. Ja. Daran sehen wir auch, dass der Kampf, sobald du ein neugeborener Christ bist, ist der Kampf gleich da. Der Kampf ist gleich da. Ja. Deswegen sollen wir die ganzen Waffenrüstungen von Gott anziehen. Ja. Da wird mir, da wird mir kämpfen können gegen Satan. Ja, genau. Ja. Bist du wiedergeboren? Bitte? Wir sind auf Platz 37. Wahnsinn. Sehr schön. Sehr schön. Bist du wiedergeboren, Mundi? Natürlich. Jesus Christus, mein Herr und Gott. Sehr schön. Du glaubst nur an die Bibel allein? Du glaubst nur an die Bibel allein? Keine Religion? Religion ist nicht von Gott. Nein. Du machst keine Zungenrede? Bitte? Du machst keine Zungenrede? Wie? Du machst keine Zungenrede? Was heißt Zungenreden? Pass auf. Ich bin, ich bin ein Mensch, der, ich bin sehr vorsichtig. Ja. Ich sage nicht, dass es die Zungensprache gibt. Oder ich sage jetzt nicht, dass es die Zungensprache nicht gibt. Ja. Weißt du, ich meine, ich habe zum Jesus gesagt, Gott, wenn du willst, dass ich diese Zungensprache bekomme, dann gibst du ihn mir. Ja? Und wenn du das hast, dann gehst du in die Hölle. Ich sage jetzt aber warum. Weil ratatatatatatata ist nicht biblisch. Gut, dass es dich hat, mein Bestes. Der Herr hat noch Gnade mit dir. Deswegen sage ich, halte dich fern von das. Zungensprache ist Fremdsprache, gemeint, und die haben aufgehört. 1. Grunde 13, Vers 8. Gott hat sich aber nie geändert. Das weißt du ja, ne? Nie, nie geändert. Da steht doch in 1. Grunde 13, Vers 8. Ja, pass auf, die Zungensprache, die Zusprache gibt es. Aber es wird nur 2. 1. Grunde 13, Vers 8. Weißt du, was ich meine? Und wenn da jetzt 5, 6 Stück sind, die in Zungen reden oder sprechen und keiner legt es aus, weißt du, dann... Ja, aber das sind ja Fremdsprachen gemeint. Da ist kein Ratatatata gemeint. Ratatatata gibt es nicht. Und die Zungensprache, also die Fremdsprache, also die Zungenrede, die hört auf. Die hat aufgehört. 1. Grunde 13, Vers 8. Okay. Was steht da geschrieben? Lies, hol mal deine Bibel. Das ist sehr wichtig, dass du diese Stelle schön markierst, damit du schön bewahrt wirst von diesen Leuten, die dich so verwirren wollen und dass du rumzappelst. Ich bin jetzt auch so ein Mensch, wo ich sage, wenn ich in einer Gemeinde bin, einer steht auf und sagt, Gott hat mir was gezeigt, ich habe was gesehen oder Gott hat geredet, dann heißt es immer Achtung. Achtung heißt das. Heißt immer Achtung. Nicht Achtung, der will jetzt was verkündigen und was richtiges, Achtung, der hat einen Dämon gesehen. Weißt du, was ich meine? Aber wo man 1. Korinther 13, Vers 8, du musst da gefestigt sein, du musst da auf jeden Fall differenzieren. Guck mal, wie der Herr Gnade mit dir hat, dass du diesen Quatsch nicht erlernt hast. Zungerede sagen die, Zungensprache ist biblisch, aber die gibt es nicht mehr. 1. Korinther 13, Vers 8, kannst du schön vorlesen. 1. Korinther 13, oder wie? Genau, Vers 8. 1. Korinther 13, Vers 8, der euch, warte mal, der euch auch fest. Ihr Liebe hört niemals auf, so fängt das an. Okay, ich hab hier die Schlacht dran. Also, das ist Korinther 1, Vers 8, ne? Nein, nein, 13, Kapitel 13. So, in der Zeit. Amir, was wolltest du sagen, Amir? Ich hab hier gerade einen Kommentar reingezogen von diesem Videoseite so. Sogar Ex muss den Wachtag wieder auf manuell so. Okay. Kapitel 13, Kapitel 13, 1 von 3, 13, Vers 8. Genau. Die Liebe hört niemals auf, aber seien es Weissagungen, sie werden richtig getan. Werden. Seien es Sprachen, sie werden aufhören. Sei es Erkenntnis, sie wird weggetan werden. Liesst du? Hast du gesehen? Seine Sprachen, sie werden aufhören. Lies mal jetzt, Vers 9 und Vers 10. Vers 9 und Vers 10. Ja, genau, die Verse weiter. Denn wir erkennen Stückweise, und wir Weissagen Stückweise, wenn aber einmal das Vollkommene da ist, dann wird das Stück, Stückwerk weggetan. Stückwerk weggetan. So, bezogen, wenn wir jetzt charismatische Auslegungen nehmen, ja, und wir sagen, das Vollkommene ist Jesus, okay, dann sehen wir, das ist auf Stückwerk dann bezogen. Gut, Stückwerk wie Weissagung und Erkenntnis, aber die Sprache hat trotzdem aufgehört. Das sind zwei griechische Wörter. Wenn wir aber die echte biblische Erkenntnis nehmen, ist das auf Vollkommene, die Heilige Schrift, die Bibel bezogen. Warum? Korintherbrief ist vor, die Offenbarung geschrieben, Offenbarung war alles vollkommen und fertig. Und dann sehen wir, Sprache hat trotzdem aufgehört. Egal, welche Interpretation wir nehmen, die Sprache hat aufgehört. Die Charismatiker sind in Unrecht. Deswegen gehe nicht mehr, guck mal, ich gebe dir jetzt eine Empfehlung, Modi. Gehe nicht in charismatischen Gemeinden. Wenn du mit denen jetzt das Brot teilst, obwohl du es weißt, dass es jetzt unbiblisch ist, machst du dich deren Sünden teilhaftig. Komm, der Herr kann dich auf eine ganz andere Ebene züchtigen. Ich bin in der Pfingstlergemeinde. Da sind die Katastrophen. Da sind die. Raus, sofort raus. Das sind keine Brüder und Schwester. Das sind Leute, die eine Ehelehre sind. Es sind einige rausge... Nein, nein, nicht mit raus raus schmeißen. Mit raus, nein, mit raus meint nicht. Er sollte raus, ist der Gemeinde. Wenn der raus wird, auch beim Träumen. Raus, 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 raus. Raus, raus. Ich schmeiße alles raus. Aus der Wohnung. Aber die Moderatoren, die können das ja auch übernehmen. Die haben auch die Möglichkeit zu verwalten. Ja, da ist es wieder Modi, Modi, Entschuldigung. Du solltest dich raus, meint ich aus der Gemeinde raus. Ich war das. Aber ich meine, die Moderatoren haben auch die Berechtigung, Leute einzuführen. Ja, alles gut. Alles gut. Pass auf, ich kenne ja, äh, also ich kenne ja auch, äh, äh, Pfingstergemeinden, sag ich mal, wo die da dann rum schnipsen, ja, und dann fallst du da um oder was. Das sind, das sind Sachen, wo ich mich da von fernhalte, ja. Oder wenn, wenn eine, in einer Gemeinde, eine Frau predigt, stehe ich sofort auf, weil sobald du dich da hinsetzt und du, und wenn du jetzt sagst, zum Beispiel jetzt, ah, ich kenne ja die Bibel, ich habe ja die Bibel schon x-mal durchgelesen, ich kenne das Wort, dann, und dann, wenn du dich da trotzdem da hinsetzt, dann unterordnest du dich dieser Frau. Und dann heißt es, dass es ein falscher Stolz ist, weil du kennst ja die Bibel. Aber Moni, Moni. Weiß was ich meine? Ja, ich weiß ja, aber Moni, wenn du schon die Sachen weißt, warum bist du in diese Gemeinde? Pass auf, ich bin noch in gar keine Gemeinde jetzt. Ich bin jetzt seit zwei oder drei Jahren nicht mehr in die Gemeinde gegangen. Ich war vorher Musiker. Ich habe das jetzt aufgegeben durch Jesus Christus, weil ich habe vorher Musik gemacht mit Gringo, ich habe Videos gedreht. Gringo? Gringo? Ich war aus Berlin. Ich bin jetzt eng. Was hast du denn mit denen zu tun? Ich habe, ich war bei dem Studio und alles, ich war da eingeladen, ich habe da Videos gedreht, ich habe ein ganzes Album mit denen produziert. Hast du bei Universal einen Vertrag? Niemals. Kass auf, was ich dir jetzt sagen will. Ich hatte zwei Jahre Unfrieden, ja, weil ich das gemacht hatte und ich dann von Gott mich getrennt habe, sage ich mal, ja, ich habe nicht mehr so gebetet Konsum. Aber Gott hat mir einen Traum gezeigt, dass der Teufel meine Seele haben will. Hast du konsumiert? Ja, ne? Diese Musikbranche und weiter, also ich meine ganze Musiksachen und so, ja. Und ich bin ja da auch schon sehr, sehr, sehr wach und ich weiß, was da auch so abgeht. Und ich will jetzt keine Namen sagen, ich war schon bei Leuten schon im Studio eingeladen worden, wo ich später nachhinein gehört habe und auch gesehen habe, Videos, dass sie ihre Seele verkauft haben an den Teufel. Ja. Du kennst das also, dass diese ganzen Leute Illuminaten sind und so weiter. Ja, natürlich. Meine Kinder, meine, meine... Aber was hatten die mit dir zu tun? Warum machen die mit dir ein Album? Bitte? Warum machen die mit dir ein Album? Normalerweise machen die mit ihm einfach ein Album, wenn da nicht auch ein Illuminati ist. Normalerweise. Pass auf, die... Das ist eine Sache. Das, was ich hier gemacht habe, das kann keiner. Ich will jetzt nicht hier angeben oder so, ja, mich hier jetzt hier ins Licht stellen, hier der King oder was. Aber ich war, ich war Sänger, ich bin immer noch Sänger. Hier gibt, hier gibt es halt keinen Zweiten, der das halt konnte, so wie ich das halt rübergebracht habe. Weiß ich meine. Ich habe hier keine... Aber jetzt hältst du dich fern davon, ne? Ja, du... Ich weiß nicht, ob du diesen Sänger Nate Dog kennst. Kennst du den? Ja, Nate Dog, ja. Die singt genauso wie der. Der ist aber nicht... Der ist jetzt weg vom Fenster, ne? So gesehen. Ja, klar. Damals war er sehr, sehr populär. So, ich bin 40. Ich wurde von dieser Musik geprägt früher. Ich habe nur West Coast Shit gehört und das schon immer. Ja. Und, ähm... Ja, und die Leute... Aber, aber Mundi, Mundi. Aber geh weg von diesen Gemeinden. Wirklich, geh weg von diesen Lauduzer und ihr Lehrergemeinden. Du weißt, Pfingster sind nicht biblisch. Ehrlich, geht da weg. Pass auf, ich habe ja nichts... Habe ich mir doch was Falsches gesagt? Nee. Sag, Kami, komm, korrigier mich, sag, sag. Lauduzer. Ich bete dafür, dass Gott nicht in eine Gemeinde Lauduzer, Lauduzer. Also, ich bete dafür, dass Gott mir zeigt, in welche Gemeinde ich gehen soll. Ja? Und, ähm... Auf jeden Fall bin ich einer, der alles prüft, ja? Und... Du wirst das ja auch richtig prüfen. Ich brauche dann immer meistens drei, zwei, drei Bestätigungen. Eigentlich brauche ich immer die dritte Bestätigung, ja? Damit ich weiß, ich bin auf der sicheren Seite. Das sind Sie? Ja. Wieso sind Sie? Ich bin Sinto, ja. Hm. Ich bin Sinto. So, bei uns sind die Pfingstergemeinde, ich kenne bei uns keine Pfingster, äh... Gemeinde, wo die Leute auf dem Boden sind und rumzappeln und irgendwelche Decken auf denen dann sind, bis sie dann aufwachen oder so, weil für sowas sage ich dir ganz ehrlich... Ja, aber die machen trotzdem Dämonenaustreibung, schreien trotzdem rum, lachen trotzdem richtig übertrieben und, äh, trotzdem machen die Zungenrede. Also bei uns gibt's das nicht, ne? Muss ich dir halt sagen. Eine Pfingstergemeinde, die keine Zungenrede macht? Ich war in eine Pfingstergemeinde drin, da kam welche zu Besuch, die haben dann in Zungen dann, äh, gesprochen oder geredet. Ja, siehst du? Die Schöder machen jetzt doch. Also es gibt keine... Die Pfingstergemeinden sind Charismatiker und die machen Zungenrede. Es gibt keine Ausnahme, die machen das. Und jetzt, Ding, passt noch auf, Bruder, was ich dir sagen will. Du sagst jetzt zwar, dass es das nicht mehr gibt, ja? Ich bin jetzt nicht einer, der jetzt drauf rumpocht und so, weil, ähm, die Rechtsstreitfragen und so ist nicht in Jesus. Auf gar keinen Fall. Weiß ich meine. Und, ähm, ich kann nur sagen, ich muss das prüfen. Ich muss selber darüber beten. Ich kann nicht nur jetzt... Du kannst gerne beten, das ist kein Problem, aber du hast doch die Bibel fest so gerade gesehen, oder? Ja, aber ich muss halt weiterlesen. Weiß ich meine. Das sind dann praktisch, sage ich mal, ich sehe es nicht, nichts gegen dich, wie die Zeugen Jehovas. Ich war früher ein Zeugen Jehova, ja. War ich. Und, ähm, weiß ich meine, die, ich sage mal jetzt mal so, die können jetzt nur noch auf eine Bibelstelle pochen. Ja, siehst du da und da und da. Aber ich muss halt weiterlesen. Weiß ich meine. Das machen Charismatiker, die pochen. Mein Bester, ich gebe dir eine Empfehlung. Boah, ich habe jetzt diesen Link jetzt weggemacht. Schade, ey. Ey, guck mal, folgt mir mal. Geh mal gleich in meinen TikTok-Kanal. Ich habe jetzt meinen WhatsApp-Kanal reingeteilt. Ich mache den jetzt gleich weg und tue gleich den YouTube-Kanal wieder rein. Da habe ich die Zungenrede komplett aufgedeckt. Ab Minute 35 fängt das dann in meinem YouTube-Kanal. Und dann habe ich dann komplett erst runter 14 ausgelegt, Apostelgeschichte 2 und 13. Also mit Apostelgeschichte 3 und 13. Da hat so komplett Kontext über eine Stunde. Ich muss halt darüber beten, weiß ich meine auch. Ja, bet auf jeden Fall. Man muss halt darüber auch fasten. Fastenzeit gehört auch dazu, zum Christen-Ding-Leben, weiß ich meine. Das gehört einfach dazu, weil das einfach biblisch ist. Es gibt Sachen halt, wo man halt darüber halt auch fasten muss. Weiß ich meine. Lieber Mondi, ich muss mal kurz dazwischen. Ich höre nur, dass du von einer Ehelehre in die andere Ehelehre tappst und so eine Art Lehren-Tourismus betreibst. Du musst aber in der richtigen Lehre schon längst angekommen sein. Aber du bist immer noch unterwegs. Tja, wir müssen halt prüfen. Und ich habe mich nie mit der Zungensprache auseinandergesetzt. Ich sage halt, ich bin jetzt nicht der, der sagt, die gibt es nicht, weil ich habe jetzt die Bibel jetzt nicht durchgelesen, sage ich mal, dass ich sagen kann, hey, die Zungensprache gibt es nicht. Wenn ihr jetzt wenige paar Bibelstellen zeigt, wisst ihr, da dürft ihr mir auch nicht böse sein und müsst ihr mir wenigstens Zeit geben und sagen, okay, kommt, der Mondi muss das hier prüfen, muss darüber beten. Weiß ich meine. Letztendlich muss, natürlich sind die Geschwister da und tun eine Art. Du weißt nicht, was die richtige Lehre ist, richtig? Wie? Du weißt nicht, was die wahre Lehre ist in der Bibel. Du bist unsicher. Und das erkennst du jetzt, Beispiel, weil ich jetzt wegen der Zungensprache jetzt... Ja, selbst da, da sagt der Bruder Pavlos ein Vers und schon sagst du, ja, okay, ich muss das prüfen. Das heißt, du bist noch nicht angekommen in der richtigen Lehre. Du bist immer noch in der Luft. Tja, Bruder, es gibt halt viele Sachen, wo man halt noch dafür halt noch beten muss und dass es Gott zeigt, aber ich habe nie, mir war das nie wichtig, weiß ich meine... Die Lehre ist heilsentscheidend. Die Zungensprache war mehr. Natürlich ist das wichtig. Weil ich habe immer so gesagt, für was brauche ich die? Was brauchst du, die gesunde Lehre? Nein, die Zungensprache meinte. Ach so. Ja. So, ich muss halt darüber beten, weil das heißt, er prüft alles. Weißt du, was ich meine? Wenn ich jetzt, wenn jetzt jeder zu mir sagt, so und so und so und so und ich nehme das einfach an, ohne es da vorher zu prüfen, dann renne ich ja auch irgendwo in die Irre oder unter... Ich muss halt vorsichtig handeln. Ich kann nicht auf meinen Verstand oder irgendwie mich da festklammern, weil es sowieso falsch ist. Weiß ich meine. Mutti, ich habe noch eine Frage. Denkst du, Dämonen austreiben ist heute noch biblisch, noch richtig, in der heutigen Zeit? Dämonen austreiben, wie die ganzen Pfingstler es machen? Du, pass auf, ich weiß nicht, wie die das machen. Wenn die das im Namen Jesus Christus, wenn die das im Namen Jesus austreiben, dann ist das richtig, kann ich nur sagen. Okay, warte Mutti, jetzt habe ich noch eine Frage. Warte Mutti, ich habe noch eine Frage. Meine Frage ist jetzt, denkst du, wenn man an Jesus Christus glaubt und so gesehen ja wiedergeboren ist, dass man nie wieder abfallen kann oder könnte man abfallen? Was denkst du? Natürlich könnte man abfallen, woher kommt auch die Bibelstelle, wenn dann Jesus kommt und sagt. Warte, warte Mutti, Aspett, Aspett, ich rede klinisch mit denen. Ich habe in euren Namen, ich habe in deinem Namen, Geweißsack, dies, das und habe Dämonen ausgetrieben. Und was sagt dann Jesus hinweg mit dir? Okay, okay. Da muss ich erst mal diese Bibel festöffnen. Öffne mal Johannes Kapitel 10, Vers 27, 28. Erst mal das lesen. Und dann können wir den Vers gleich nochmal lesen, wie du gerade nanntest, mit Matthäus 7, 21 bis 23. Erste Johannes 10, bis 27, 28. Aber du siehst, ja, der ist von der einen Ehelehre in die andere und dann ist er in der richtigen Lehre, heilsame, rettende Lehre angekommen. Der hängt auch weiteren Ehelehren an, also ein Wahnsinnsdurcheinander, ein Wahnsinnsdurcheinander. Okay, und deswegen bekehren sich dann auch, deswegen bringt auch der liebe Jesus auch Menschen zu mir, die Moslems, überwiegend Moslems sind, die sich dann... Moody, liest doch einfach Johannes Kapitel 10, Vers 27, 28, 28, bitte. Okay, ich muss jetzt mal dazwischen, ich hab keinen Nerv mehr dafür, keinen Nerv. Gar keinen Nerv. Kein Lust, dass der Stream jetzt hier so, äh, weiß ich nicht. Er ist traurig, ne? Wenn jemand nicht hören will, also wenn jemand die ganze Zeit so reingrätscht, nicht hören will und überhaupt partout nicht begreifen will und immer wieder was sagt, das ist ja Wahnsinn. Hallo, ich grüße dich. Gottes Segen, mein Lieber. Gott segne dich und deine Familie. Danke, kann ich nur zurückgeben. Ich hab eine ernste Frage. Und zwar war ich eigentlich mein Leben lang evangelischer Christ, bin aber vor zwei Jahren tatsächlich durch viel Einfluss zum Islam konvertiert. Jetzt ist meine Frage, weil ich mich schon, also jetzt schon mindestens wieder einen Monat sehr weit entfernt habe, da vorn. Gibt es für mich noch Rettung, also kann ich noch zurückkehren oder wie ist das geregelt? Ja, also wenn du... Er ist kein Problem, also ich denke nicht, dass der Hebräer 6,4 auf ihn trifft, weil er sowieso vom Glauben überhaupt gar keine Ahnung hatte. Ja. Der war ja nicht drinnen, richtig. Der sagt ja schon, ich war evangelischer Christ. Wenn jemand sowas sagt, dann weiß er ganz genau, er hat überhaupt nichts mit dem Daumen eigentlich zu tun gehabt. Ja. Versteht du? Oder versteht ihr? Für dich gibt es noch die Möglichkeit, umzukehren und deine Schuld vor dem Herrn Jesus Christus zu bereuen und Buße zu tun vor ihm, dass du ihn verraten hast, den wundervollen, den heiligen Herrn Jesus Christus und zu einer Religion gewechselt, bis die ihn anspuckt und sein Werk am Kreuz. Also ist es für mich noch nicht zu spät. Nein. Du kannst ja die Wahrheit noch nicht erkannt hast. Bitte, nochmal? Weil du die Wahrheit nicht erkannt hast. Okay. Ja, ich muss dazu sagen, ich war nie so wirklich streng praktizieren, habe mich nicht viel auseinandergesetzt damit. Nee, du hast dich überhaupt gar nicht damit auseinandergesetzt. Nichts? Nee, nicht wirklich, nee. Nichts, ja. Okay, dann weiß ich auch wieder Bescheid. Danke euch und schönen Abend noch, ne? Hilf einer Entscheidung heute noch für den Herrn Jesus Christus. Warte nicht auf morgen. Alles klar, mein Besser. Gott segne dich und deine Familie. Gottes Segen. Betet alle für Lukas. Und betet aber auch für diesen Mondi, damit, ja, ich hoffe, dass es umkürt. Hallo? Gina? Ah! Das war Gino. Das war er Gino. Gina wurde konvertiert, Gina wurde konvertiert gerade zu Gino. Das war der Shahada. Das war der Shahada dazu. Hallo? Armin? Ja? Ich habe eine Frage, also ich war ja letztes Mal auch da. Ich wollte fragen, also steht ja, ich weiß nicht, wo es genau noch stand, aber also die Verspottung des Heiligen Geistes wird ja nicht vergeben, oder? Ja. Richtig, ne? Und wie heißt es nochmal? Das heißt, wenn man ja sozusagen gegen Gott spottet, spottet man ja sozusagen gegen Vater, Sohn, Heiliger Geist, weißt du doch nicht. Ja, aber wenn du ganz speziell den Heiligen Geist erwähnst, so wie die Pharisäer das auch getan haben, und wir haben den Herrn Jesus Christus beschuldigt haben, mit einem dämonischen Geist die Dämonen auszutreiben, da hat er gesagt, ihr habt den Heiligen Geist gelästert. Kann denn ein Dämon, ein Dämon mit sich selbst austreiben? Na, ihr habt den Heiligen Geist gespottet. Und du siehst, wie Muslim über den Heiligen Geist sprechen. Hast du das schon mal gesehen? Ja. Wenn die sowas machen, was meinst du, was der Herr Jesus Christus mit ihnen machen wird. Ich würde sogar so weit gehen und sagen, der Herr wird diese Herzen von diesen Leuten versiegeln, sobald den Heiligen Geist lästern. Achso, okay, Dankeschön. Ich wollte noch fragen, hast du die Stelle, wo, ich glaube, das war Jeremia 19, 11 oder so genau, ich weiß nicht mehr genau, aber da, wo gesagt wird, dass sie erst jemand versucht, das Buch zu lesen, der es aber nicht lesen kann? Das ist Jesaja 29, müsste es sein. Okay. Da geht es um Israel und die Auslegung des Gesetzes. Und das sind Sachen, die niemand öffnen kann oder auslegen kann. Und da geht es auch darum, dass diese Leute auch verflucht werden. Also, wenn du mal Mohammed gemeint ist, dann akzeptiere ich das. Also, das ist Mohammed ein Verfluchter. Achso, okay. Und ich würde noch fragen, hast du nochmal diese, den Tafsir, ich weiß nicht mehr, welches es war, aber da, wo irgendwie jeder Muslim zuschaut, wie die Christen oder so gefoltert werden? Achso, das ist Surah 83, Vers 35 bis, Surah 83, Vers 33 bis 35. Da wird der Allah den Muslimen so Kino-Felings geben. Der wird sie also dahin setzen mit UCI-Popcorn und dann werden sie im Himmelreich, wird dann so Tor aufgemacht und dann werden die so sehen, wie die ganzen Schädel explodieren, Blut rausgespritzt und diese ganze Unsinn-Tik-Tock-Sportlichen. Und ich wollte noch fragen, Und dann werden die so lachen, die Muslime über uns Christen. So, äh, guck mal, die werden gequält, ja. Und ich wollte noch fragen, also es gibt ja sozusagen, also ich bin zum Beispiel orthodox, also getauft und es gibt ja zum Beispiel orthodox, katholisch, freikirchler, also und ich wollte fragen, also wie ist es sozusagen dazu gekommen, dass diese Bücher sich so unterschieden haben? Also, soll ich draufhören oder willst du drauf antworten, Bruder? Ähm, mein Bester, äh, die orthodoxen haben ja 76 Bücher, die katholikern haben 73 Bücher, die Wirklichkeit hat die Bibel nur 66, der Rest nennt sich Apokryphen, hinzugefügte Bücher, die ab dem 5. und 4. Jahrhundert hinzugefügt worden sind. Also da wollen die die aktiv, richtig aktiv, weltweit hinzufügen. Äh, kein Jude hat diese Apokryphen akzeptiert, ja, wenn, nur die ganz kleinsten Sekten, die keine Juden letztendlich dann sind. Und wir sehen, dass das Alte Testament nur 39 Bücher hat, ganz klar. Die Apokryphen ist im 1. und 2. Jahrhundert datiert vor Christus, aber die Bibel mit Malachi, der letzte Prophet und der letzte Buch der Heiligen Schrift der Bibel in Alten Testament, Buch 39, ist natürlich Malachi, 4. Jahrhundert vor Christus und prophezeit Jesus und prophezeit natürlich Johannes den Täufer. Malachi 3, 1. Alles eine richtige Stadt. Aber der Heilige Geist ist nach Malachi, Haggai und Zacharia entwichen in ganz Israel, bis Johannes der Täufer wiedergekommen ist, weil er den Heiligen Geist schon im Bauch hatte bei der Mutter. Lesen wir in Lukas Evangelium, Kapitel 1. Also, die Apokryphen bezeugen nicht mal selber, dass das Propheten geschrieben haben. Das ist einmal ein Apokryph, 1. Makabea, Kapitel 9, 27. Kein Prophet hat sie geschrieben, kein Prophet hat da gelebt und diese Bücher so schreiben. Also sind diese Bücher von irgendwelchen Menschen geschrieben, die nicht von Gott inspiriert sind. Die haben ja einen Widerspruch zur Bibel, Tobit, Kapitel 12, 12. Das ist auch ein Apokryph. Da steht drin, dass man die Gebete an die Engel abgeben kann und die geben es Gott weiter. Aber wir beten keine Engel an oder die Heiligen. So etwas gibt es gar nicht. Wenn es einer ankommt, gut, die Septuaginta kann man als Übersetzung nehmen. Kann man als Übersetzung nehmen. Hat die Septuaginta Apokryphen? Ja, klar, hat die Septuaginta Apokryphen. Aber somit die Apokryphen akzeptieren, klar ist nein. Denn viele behaupten, Jesus hat dort der Septuaginta gelesen. Das stimmt nicht. Septuaginta ist auf Griechisch. Und wir wissen, dass Hebräisch, Aramäisch geschrieben worden ist damals. Und der Herr Jesus hat auf Hebräisch, Aramäisch gelesen. Also er hat aus dem Kanon der Tanach gelesen. Das war der erste Kanon, Tanach. Und nicht römisch-katholisch im vierten, fünften Jahrhundert, wo da gewisse Apokryphen hinzugefügt worden sind. Und das ist sehr, sehr wichtig zu betrachten, meine Lieben. Sehr wichtig. Jesus hat nie aus der Septuaginta gelesen. Und das ist Fakt. Und was passiert jetzt mit Leuten, die die Apokryphen annehmen? Ja, die Bibel in Offenbarung spricht davon, wer was hinzufügt, so wird ja die Planen Gottes hinzugefügt werden. Wer sowas hinzufügen möchte. Und ich sage dir, beispielsweise, Alin, hast du von jemals gehört, dass du von Neuem geboren werden sollst? Äh, Orthodox-Katholiken predigen, die sowas, ne? Ne. Ja, das ist ja nie gehört, sonst würdest du ja nicht fragen. Siehst du? Aber liest mal Johannes Kapitel 3, Vers 3. Jesus sagt, wenn ich von Neuem geboren ist, wird das Recht Gottes nicht erben. Hast du gesehen, wie die Kirchen agieren und wie die Bibel agiert? Ja. Siehst du? Und dessen sage ich dir, du musst von Neuem geboren werden, heute noch. Und die Religion verlassen. Du kannst mir gerne meinen TikTok-Kanal angucken, das fixierte Video. Drei Gründe. Ich habe drei Fakten hingeliegt. Ich könnte noch mehr legen, aber drei Fakten gelungen schon. Warum die orthodoxe und katholische Katastrophe ist mit die evangelische Sosa. Das heißt, würdest du jetzt sagen, dass es unmöglich werden, in den Himmel zu kommen, wenn man orthodox ist oder halt katholisch? Ne, ne, ne. Nicht unmöglich in den Himmel zu kommen. Wenn man nicht von Neuem geboren ist, wird man eh nicht im Paradies kommen. Das sagt Jesus. Das sagt nicht ich. Wenn jetzt aber jemand wiedergeboren ist und jetzt sind diese religiösen Wahnsinn so drin, ja, aber er erkennt gerade die Wahrheit und geht Stück für Stück raus. Aber er kannte wenigstens die Wiedergeburt. Du kanntest die ja nicht. Der ist bisher nicht von Neuem geboren, ist ja klar. Und, ähm, dann geht der ja Stück für Stück raus. Ich war Katholik, zum Beispiel. Ich war von Neuem geboren, aber dann habe ich dann gemerkt, so Stück für Stück immer mehr aus katholischen Kirchen rauszugehen, weil ich gesehen habe, ja, da ist nicht die Wahrheit, sondern die Bibel. Jesus ist die Wahrheit. Nur die Bibel allein. Mit der Bibel machst du nicht falsch. Weißt du, was in der Bibel steht? Ermutigt, erbaut und errettet. Und weißt du, wie du den Heiligen Geist bekommst, wenn du dein Geist heute mit Wort abgibst und ihm nachfolgst, wiedergeboren werden. Ich glaube, bis du rettet. Schreibt dir das auf. Epheser Kapitel 1, Vers 13. Dein Glaube geführt den Heiligen Geist. Epheser Kapitel 1, Vers 13. Dankeschön. Und ich würde mal sagen, also wurde ich getauft oder muss ich auch sowas sagen? Also, aber das ist ja oder was anderes oder wie? Die Taufe, die du da gemacht hast, die ist jetzt sowieso falsch, weil du musst erst von einem Geboten werden, dann kannst du dich taufen lassen. Davor waren nur Wasserplanschen. Wasserplanschen. Okay. Ja, ich weiß das. Ich weiß nicht. Das ist ja so Wasserplanschen. Und, also, weiß man sozusagen, an was die Kirchenväter geglaubt haben? Die Kirchenväter, die widersprechen sich. Beispielsweise, Augustinus von Hippo sagt einmal, Petrus ist der Fels und darauf ist ja die Kirche und so weiter. Gut, einmal sagt Augustinus von Hippo wieder in seinem anderen Werk, Petrus ist nicht der Fels. Johannes Christos, du musst, sag dann, das sind Kirchenwarte von euch auch noch, sagt dann auf einmal, ja, Petrus ist nicht der Fels. Ja gut, wir haben jetzt die Kirchenväter, die Kirchenväter, die widersprechen sich. Und ich kann noch weitere geben, wenn du mein Video anschaust, drei Fakten gegen die komplette Kirche, zeige sogar Kirchenväter. Und die widersprechen sich. Also, auf Kirchenväter, wenn die sich widersprechen, sind nicht vertrauenswürdig. Aber wer ist vertrauenswürdig, allein, die Bibel, Ja, aber merkt die diesen Satz, all den mündlich, um ein mündliche Überlieferung, muss mit schriftlicher Überlieferung einstimmig sein. Ist es nicht einstimmig, hat die Schrift immer gewonnen. Weil das ist eine Quelle, die du schwarz auf weiß hast, das andere stille Post. Und, also, das heißt, aber Jesus hat doch irgendwie die Kirche hinterlassen, oder nicht? Nein, 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 Jesus ist die Kirche. Also, so gesehen, wir sind die Kirche, ja, auf Jesus Christus gebaut, weil er der Grund ist. Da musst du erst Korinther lesen. Ich glaube, Kapitel 11, Vers 3 war es, glaube ich. Müsst das sein, ja. Dann, da ist der Grund gelegt. Jesus Christus, er ist der Eckstein. Er ist der Petrus, Kapitel 2, Vers 5. Er ist der Eckstein auch noch, wie wir alle wissen. Und wir sind die lebendigen Steine, wie Petrus es behauptet, darauf aufgebaut. Und nicht nur das, ein geistliches Haus, Petite Petrus es. Also nicht ein physisches, sondern geistlich. Du bist die Ekklesia, mein Bestand. Das heißt, Kirche, Gemeinde, Versammlung, auf Deutsch übersetzt. Und die starke Übersetzung ist immer Versammlung, Gemeinde, und nicht Kirche. Kirche ist noch schwach übersetzt. Und wie, also, wie soll ich es mir vorstellen, dass so viele Leute, z.B. katholisch, evangelisch, also... Ja, Abraham konnte auch nicht glauben, dass bei Sorte und Ungemorra nicht 50 Leute gerettet sind. Dann sagt er, aber Herr, nicht 50 Gerechte in dieser Stadt? Wenn es doch 50 gibt, dann verschule doch diese Stadt. Dann sagt er, um 50 Gerechte, um deinem Willen, werde ich diese Stadt verloren, wenn es 50 Gerechte gibt. Dann sagt er, ja, nein, 40 Gerechte, Herr, bitte 40, um deinem Willen 40. Und er sagt der Abraham, nein, 30, nein, 20, nein, 10, und nein, 5. Um 5 Gerechte werde ich es um deinem Willen verschont. Und es waren nicht mal 5 Gerechte in eine ganze Stadt. Du weißt, was mit Sorte und Ungemorra passiert ist. Ja, so ungefähr. Er stört, kaputt gemacht. Der Herr hat die alle gerichtet. Denkst du? Mhm. Wenige gehen den engen Weg, viele gehen den breiten Weg. Bei der breite Weg ist angenehm. Das ist, du kriegst kein Ärger, du hast deine Gemeinschaft so groß. Aber der enge Weg, da ist alles unangenehm. Du hast nur Probleme, aber du hast dafür die Wahrheit. Jesus Christus, den Wahrhaftigen. Jesus sagt, wenn sie euch hassen, so vergiss nicht, mich haben sie zuerst gehassen. Und ich sage dir, dass die orthodoxen Katholiken, diese evangelische Kirche auch, alle umkehren müssen und voneinander geboren werden müssen. Die gehen alle Richtung Hölle. Alle? Ja, sagen wir mal 99%. Ja, weil die Lehre ist ja falsch. Die Lehre ist so 100% falsch. So, sagen wir mal, die ein, zwei Menschen, also diese, es gibt bestimmt die einen oder anderen, der da drin umwiedergeboren ist und dann aber von alleine dann verlassen wird, weil er ja wiedergeboren ist, weil er es ja Stück für Stück erkennt. Aber die Masse verloren. Und was soll man machen, wenn man es nicht wusste? Also Gott ist ja gerecht. Nee, es gibt keine Ausrede. Der Herr lässt sich nicht einfach sterben und sagt so, ja, du wusstest jetzt nichts und das ist jetzt okay. Nein. Der Herr ruft dich zwei bis dreimal mindestens. Wie jetzt gerade. Der hat dich jetzt gerade gerufen. Hier und jetzt. Könnte ich auch so mal lesen? Die Stelle haben mit der Wiedergeburt. Ja, Johannes 3, Vers 3. Und wenn du Vers 5 liest, da steht drin, wer dann nicht aus Wasser und Geist gebogen ist. Wasser ist die Reinigung der Sünden gewesen, des Eigentestamentes. Heute, was reinigt dich heute, mein lieber Arlen? Denk mal nach, was reinigt heute deine Sünden? Wiedergeburt. Ja, aber was ist denn symbolisch? Und praktisch, das ist das Blut des Herrn Jesus Christus. Erste Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Also, wo schlagst du mal mit der Wiedergeburt? Johannes 3, Vers 3 und Vers 5. Und dann bitte noch Erste Johannesbrief, Kapitel 1, Vers 7. Johannes 3, Vers 3. Jesus antwortet, Amen, Amen. Ich sage dir, wenn jemand nicht von oben geboren wird, das... Ich bin noch neun. Von neun, ja, der hat die Einheitsübersetzung. Also, da steht, ich sage, aber die ist okay. Also, da steht, wenn jemand nicht von oben geboren wird. Ja, oben heißt, von neun geboren werden. Das ist aber schwach übersetzt, Adin. Du musst die Schlacht der 2000 und der Elbeväter lesen. Kann er das Recht Gottes nicht sehen. Aber von oben geboren werden, kannst du auch sagen, als Beispiel. Ist jetzt ein Umlautwort, ja, aber ist trotzdem das Gleiche. Was heißt denn von oben geboren werden, Adin? Ja, sie sind halt neu geboren. Siehst du? Hast du erkannt, dass das nur ein anderes Wort einfach nur genannt worden ist. Aber das ist... Ne, oben... Dieses oben geboren, das ist... Das ist aus dem Geist Gottes, das ist aus Gott geboren. Hier auf der Erde, menschliche Geburt rettet dich nicht. Du kannst dich einfach durch eine menschliche Geburt in irgendeiner religiösen Instanz oder Institution errettet sein. Dann werden ja alle Menschen irgendwo errettet, weil sie zufällig in die Wahrheit hineingeboren sind. Nein. Der Herr ist gerecht. Es gibt keinen zufällig in die Wahrheit hineingeboren. Du musst also von oben geboren werden, aus dem Geist Gottes. Aus Gott musst du geboren werden. Okay, danke schön. Ja, danke, ja. Ich schau dir die Videos an, Adin. Da kriegst du noch mehr Antworten. Schau dir, geh in meinen Kanal, schau dir das an. Direkt fixierte Video, drei Fakt, das hat 150.000 Aufrufe. Schau es dir. Mach mal. Aber eine Frage. Johannes hat ja Johannes geschrieben, oder? Ja. Und hat Petrus oder Paulus auch was zu der Wiedergeburt geschrieben? Ja, sicher. Natürlich. Kluck dir mal die Briefe an. Wo? Genau. Ganzes eingeben. Die Wiedergeburt auch im Geiste. Erwähnt der Apostel Paulus auch. Erste Petrus Kapitel 1. Direkt mit dem Wiedergeburt. Warte mal, ich gebe dir die Stelle. Erste Petrus. Erste Petrus Kapitel 1. Direkt am Anfang, ja. Erste Petrus? Ja. Gelobt sei. Also Abvers 3, ja. Korinther? Nein, Apostel Petrus spricht auch noch mal über die Wiedergeburt. Erste Petrus Kapitel 1, Vers 3. Vers 3. Okay. Vers 3 ist auch 1, 23, denn ihr seid wiedergeboren, nicht aus vergänglichen, sondern aus unvergänglichen Samen, nämlich aus dem lebendigen Wort Gottes, das da bleibt. Ja, genau. Aber von weißen, mit drei an, 1. Petrus 1, Vers 3. Kein Moment. Lies mal. Ja, wir sollen das selber lesen, am besten. Achso, wir alle in diesem Satz selber lesen. Ich muss gerade rüber gehen. Also es dauert so, ja gut. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat, zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Und hier können wir auch sagen, dass siehst du, wenn zum Beispiel auf Petrus der Fels und die Kirche gegründet ist und die Leute sich darüber lustig machen, dass die Leute von Neuem geboren werden müssen, da waren sie sich automatisch lustig über Apostel Petrus, der gesagt hat, wir sind wiedergeboren. Die machen sich lustig sogar über den Herrn Jesus. Okay. Und ich habe ja, also ich habe, glaube ich, die katholische Bibel schon gefragt. Könnt ihr mir da irgendwelche Apokryphen zeigen, die nicht übereinstimmen? Apokryphen? Erste Makabärbuch, Kapitel 9, 27. Wie bitte? Erste Makabär. Makabär. Wo ist das? Ja, aber der Erste davon, ne? Eins Makabär und dann Kapitel 9. Okay. Okay, warte, sag mir einfach die Zahl, also dann suche ich dich, ne? Ja, Kapitel 9, 27. Okay, dankeschön. Da steht drin, Na, kein Prophet hat da geschrieben. Es hat da kein Prophet gelebt. Nichts. Wer hat das geschrieben? Der ist nicht von Gott inspiriert. Moment. Historische Fakten sind auch fatal. Sehr, sehr katastrophal. Oder du musst Tobit 12, 12 lesen. Die Gebete an Engel abgeben, da gibt es an Gott weiter. Ich gebe doch meine Gebete, doch nicht an Engel ab. Ich gebe meine Gebete direkt an Gott ab. Das widerspricht Moses Gesetz. Da empfehle ich dir, ich empfehle dir, gehe in meinen Kanal, ganz runterscrollen, da habe ich so ein blauen Polo-Shirt an, Apokryph auf dem Prüfstand. Da gebe ich dir alle Bibelfersen. Und dann lese ich es vor und dann wieder lege ich komplett die Apokryph. Ah, ich habe Makabär gefunden. Makabär, der erste Brief. Ja. Der erste Brief, 9, 27. Richtig? Da steht drin, dass keine Propheten da gelebt oder geschrieben haben. 9, 27. Und wer hat sonst diese Dinger geschrieben? Von wem? Große Bedrängnis herrschte in Israel, wie noch keine geherrscht hatte, da die Propheten nicht mehr auftraten. Siehst du? Nicht mehr auftraten. Ja, wer hat denn sonst die Makabär dann geschrieben? Wer sind diese Leute? Also Menschen. Von was sind die denn inspiriert? Von Heiligen Geist? Ganz sicher nicht. Das waren immer Propheten. Okay. Ja, also die immer mit Gott hier in Verbindung sind. Die haben nichts. Die sind einfach nur, ja, wie schreibt man was? Die sind, wenn du die liest, die sind sinnlos. Okay. Die haben keine Weisheit, nichts. Die sind wirklich ganz, ganz komisch drauf. Und dann kannst du Tobi 12, 12 sehen und dann widerspricht das Moses-Gesetz. Was ist das? Das Moses-Gesetz nicht widersprechen, weil die Apokryphen beruhen sich doch des Alten Testamentes, des Alten Bundes. Also dürfen die Moses-Gesetz nicht widersprechen. Und die Juden haben die nicht akzeptiert. Kein bisschen. Die Juden haben diese Apokryphen immer weggetan. Es gibt immer einer, der verwirren möchte. Das ist der Teufel. Okay. Dankeschön. Einer schreibt, das kann ich jetzt nicht bezeugen, einer hat jetzt einen Kommentar geschrieben, Tobit Kapitel 6, Vers 19, praktizierende, abergläubische Methoden. Sag ihm das. Musst du prüfen, weiß ich ja selber nicht. Muss ich selber auch mal anschauen. Ich glaube, dass Tobit 6, 19 abergläubische Sachen ist. Da ist halt dieser Engel, der eben Tobit beibringt, Okkultismus zu betreiben. Ach, Wahnsinn. Tobit 6, 19, da muss ich selber, kannst du das mal öffnen, mein Bester? Ich will das mal hören. Tobit, alte Testament? Ja, ja, es ist ja, laut Apokryphen und so, das ist der alte Testament. Tobit 12, 12, aber das gehört ja nicht zum Alten Testament. Aber da findest du es wieder in diese katholischen Bibeln und orthodoxen Bibeln. Aber wieso, also es gibt auch Leute, die das bestimmt studiert haben, ist das keinem aufgefallen? Nein, 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 das sind die Leute aufgefallen, das heißt ja auch Apokryphen. Aber die Leute sind ja nicht wieder geworden, die interessieren das nicht. Ist ja auch so mehr und so besser. Tobit, Tobit, wie viel? Tobit 12, äh, Tobit Kapitel 6, 19, lies mal vor. Ich bin mal gespannt, was da entsteht. 19, Tobit 6, 19, das ist Tobit 1. Ich bin mal gespannt, hab ich ein neues Argument da. Äh, Tobit 6, 19, ah, er steht drin, äh, ich muss kurz 19 finden, ähm, hier, äh, als Tobias Raphaels Worte hörte, ähm, dass Sarah seine Schwester aus der Nachkommenschaft des Hauses seines Vaters war, gewann er sie, gewann er sie lieb und sein Herz fängte sich an sie. Ist das? Ist das Tobit 6, 19? Also ich hab gesagt, Tobit 6, Vers 8, da sieht man eben, dass der Engel, äh, dem Tobit beibringt, äh, also Okkultismus. 8 oder 6, 19? 6, 8, diesmal Tobit 6, 8. Er antwortete ihm, äh, lass das Herz und die Leber des Fisches von einem Mann oder einem, oder einer Frau, die von einem Dämonen oder einem bösen Geist angefallen werden, im Rauch aufgehen und jeder Anfall wird vertrieben werden. Sehst du? Das heißt, also solche okkulte Praktiken zu machen, um Dämonen zu vertreiben? Also 6, 8 war das dann. Die, die Dämonen werden in Ewigkeit nicht mehr bei ihm bleiben. Also ich, 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 einer schreibe, was kommt, das ist heftig, das muss ich auch mal prüfen. Tobit 12, 9, ein Mosen reinigt von Sünden. Das will ich jetzt höre. Also das ist heftig, weil Bruder Rieser, weißt du, wie die auf Tobit beruhen, mit der, Tobit und seine Weisheit. Äh, aber die Alten und seine Weisheit. Gibt es im Neuen Testament, die weiße Führung bei Vers 9? Eine Frage, gibt es im Neuen Testament da beprüfen? Da gibt es auch, die Orthodoxen haben sowas. Es gibt verschiedene Arten von Orthodoxen wieder. Dann gibt es noch, nicht nur 76, dann gibt es noch 78 und dann gibt es noch 81. Ja, warum akzeptiert man die jetzt nicht? Ja, ihr habt noch verschiedene Orthodoxie. Ja, ich bin ein alter. Wie heißt die, koptisch-orthodox heißen die? Wie viel? Was? Äh, mach mal Tobit, Kapitel 12 Vers 9. Und dann kannst du auch gleich Vers 12 noch lesen, aber erst mal Vers 9. 12, 12, Vers 9. Errechnung wie Scherke. Stark, meine Lieben, dass ihr euch so gut auskennt. Sehr gut. Ehrlich. Aber das müssen noch safe irgendwelche Metaphern sein oder so. Nein, Lies mal vor. Lies mal 12 Vers 9. All unsere Retten aus dem Tod, sie reinigen von aller Sünde. Ja, Boah, das ist schön. meine Lieben, ihr habt mir was neuen Argument gegeben. Äh, diesmal bitte, äh, paar Verse weiter, noch Vers 12. Ein Moment, ich schaffst davon, also davor steht, besser Gebet zusammen mit Wahrheit und Almosen zusammen. Wahnsinn, das ist keine Metapher, der ist eine komplette Irrlehre. Was zu Almosen? Das ist ja wie Mohammed. Helm, das hat er dann Geld geben und dann gebe ich dir ein Grundstück im Himmelreich. Was sind die, was sind die überhaupt Almosen? Alles nicht, äh, Almosens Geld, Geld, mein Bestes, es gibt Muchachos, verstehst du? Was? Es geht um Geld, du solltest mir Geld geben und dann bist du... Besser Gebet zusammen mit Wahrheit und Geld sozusagen zusammen mit Gerechtigkeit. Das heißt, geh spenden, geh immer Geld abgeben und durch Spenden kriegst du Reinigung. Was ist das denn? Ah, Almosen geben ist schöner als einen Goldschatz sammeln. Aber... Ja, spenden ist schön, aber spenden rettet dich nicht und spenden reinigt deine Sünden nicht. Aber das muss ich doch sozusagen auf ganz den Kontext ziehen und nicht, also weil die Bibel ist ja erkommend nicht auf Kontext aufgebaut. Tobi, 12. Sollte es genau so zu verstehen. Ja, zum Beispiel bei dem anderen, also im alten Testament hat auch, glaube ich, irgendwie, dass man Freude hat, die Kinder umzubringen oder so. Aber die wurden ja gezwungen. Das hat doch eigentlich... Da musst du wirklich doch Kontext lesen. Da hat doch damit... Weil ganz andere... Da hat er nicht der Herr gesprochen. Ja, aber Tobi, 12.9, dann liest du von mir aus sogar Vers 1. Da kannst du alles lesen. Aber diesmal Vers 12, bitte jetzt. Vers 12. Guck mal, was da steht. Tobi, 12.12. 12.12? Ja. Nun also, als ihr gebetet habt, du und Sarah, war ich es, der euer Gebet vor die Herrlichkeit des Herrn, getragen hat und es dort in Erinnerung rief und ebenso, als du die Toten begrubst. Siehst du? Die Gebete an den Engel geben. Wer spricht da? Engel anbeten. Welche Engel? Wahnsinn. Welche Engel hat es? Wer hat da gerade geredet? Keine Ahnung, bestimmt Jibril oder so. Ja, ein Engel. Ein Engel war da. Das macht doch gar keinen Sinn. Lies nochmal vor. Also, nun, als ihr gebetet habt, du und Sarah, war ich es, der euer Gebet vor die Herrlichkeit des Herrn getragen hat. Ja, wer hat es getragen und wer hat da gerade geredet? Das war ein Engel. Könnte es auch nicht, sozusagen, der Heilige Geist. ich gehe mit seinen Gebete all denen und ich renne kurz zu Gott. Wie könnte es nicht, der Heilige Geist, der es empfängt? Nein, das ist ein Engel gewesen. Aber, ich frage mich, wo kriegt man diese Impffeuerung? Also, wo finde ich, dass wer mit Sarah und dem Jungen geredet hat? Du verstehst, du verstehst das ja gar nicht? Da steht du drin. Okay, sagen wir mal, Mensch. Sagen wir mal, Mensch. Welcher Mensch, deine Gebete und rennt ihr zu Gott und gibt das ab? Nein, nein, ich meine nur, wo steht das? sozusagen, wo der Engel sich den Leuten offenbart? Wie den Engel sich offenbar? Was meinst du damit? Wo findet man heraus? Also, wo fängt dieser Dialog an zwischen dem Engel und Sarah und dem anderen? Dann kommen wir aus dem interpretiert der Mensch da rein. Aber, lies mal, nein, nein, du kannst, 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 mal Vers 1 zu lesen, dann verstehst du wieder dein Vers 9 gleich und dann verstehst du gleich Vers 12. Fang mal an. Vers 12.1 oder Tobit 1? Ja, 12.1. Okay, als die Hochzeitsfeierlichkeit an ihr Ende kam, rief Tobit seinen Sohn, Tobias, und sprach zu dem Kind, sie zu dem Mann, der mit dir gegangen ist, den Lohn zu geben und ihm auf dem Lohn noch etwas draufzulegen. Geht das weiter? Ja, also zwei, Tobias antwortete ihm, Vater, wie viel Lohn soll ich ihm für seine Dienste geben? Wenn ich ihm die Hälfte des Vermögens gebe, dass er mit mir hergebracht hat, trage ich keinen Schaden davon. Und es weiter? Du kannst er weiter bis 12. Ah, er hat mich gesund heimgebracht, meine Frau geheilt, das Geld mit mir gebracht und dich gesund gemacht. Wie viel kann ich ihm als Lohn jetzt geben? Tobit sagte zu ihm, es ist ein gerechter Lohn, Kind, wenn er die Hälfte von allem erhält, was er mitgebracht hat. Tobias rief ihn und sprach, nimm die Hälfte von allem, was du mitgebracht hast, als sein Lohn und sie wohlbehalten weiter. Da rief er beiden zur Seite und sprach zu ihnen, preist Gott und bekennt ihn vor allen Lebenden das Gute, was er euch getan hat, damit wir ihn preisen und sein Namen bloß Lob singen. Macht allen Menschen Ehren, die Worte Gottes, das Eck bekannt. Es ist gut, das Geheimnis eines Königs zu wahren, die Werke Gottes aber zu offenbaren und Ehren zu bekennen. Tut das Gute und das Böse wird euch nicht finden. Besser, besser, besser Gebet zusammen mit Wahrheit und Almosen zusammen mit Gerechtigkeit als Recht und zusammen mit Unrecht. Wie siehst du? Ich verstehe, aber wie siehst du? Wie siehst du das Vers 9? Siehst du, das Vers 9 gezeigt hat, Almosen, Abgabe und dann sind dir Sünden vergeben. Oder Arnie, hast du das gehört? In der Apokryphen steht drinnen, wenn du Almosen abgibst, sind deine Sünden vergeben. Das ist das Beste. Das ist eine katholische Kirche, da ist ja diese Ablassbriefe, siehst du. Ich habe eine Frage auch. Ich habe eine Frage. Alen ist immer noch da? Ich dachte, ich bin schon dreimal abgehauen. Also da steht ja, also da sagt er irgendwas, da redet er mit seinem Sohn und wem gibt er den Lohn? Also dem Engel oder wie? Und ich sage, mein Bester. Wenn du Vers 12, dann muss es Vers 10, 11 und 12 ist und dann hast du die Antwort mit deinen Engel. Also mit diesen Gebetern, diesen Person geben und der gibt es Gott weiter. Ja, ich verstehe es halt nicht. Gibt man diese Almosen, die Engel? Nein, Almosen. Achso, das meinst du? Ja, einfach generell Almosen. Gib dir eben, welche Menschen Geld. Du hast gute Werke gemacht und gute Werke reinigt deine Sünden. Was hast du denn? Das macht doch gar keinen Sinn. Ja, siehst du, du hast es erkannt. Ja, habe ich. Du hast es erkannt. Siehst du, was eine Katastrophe du nachläufst und du hast nur gerade 0,1 Prozent erkannt. Oder hier, zweite Makabea Buch, Kapitel 12, 43, 45. Gebet haben Verstorbene. Wo sind wir denn gelandet? Sind wir bei den Muslimen, oder? Ja. Ich habe mich auf jeden Fall damit nochmal mehr befasst. Ich folge dir, aber ich sage es dir immer wieder, das muss ich auch immer alle anderen sagen, es gibt Leute, die werden dich anschreiben, die dich verwirren wollen, das sind orthodoxe Katholiken, macht dir keine Sorgen, die machen das immer, die haben nichts anderes zu tun. Ich sage dir eins, frag heute Gott, heute, wer bist du, was ist die komplette Wahrheit? Ich verstehe das alles hier nicht. Und wenn du es erkannt hast, nimm den Herrn Jesus Christus schnellstmöglich richtig an und sei von neuem Geburt, und sonst gehst du nicht in den Paradies. Und wenn du morgen stirbst und du nicht von neuem Geburt bist, gehst du in die Hölle. Und das muss ich dir sagen. Schau dir die Videos jetzt an, mein Bestand, nicht mal den Live, geh jetzt in meinen Kanal, schau dir das mit drei Fakten an, geht nur drei Minuten. Drei Minuten ist nicht viel. Und dann siehst du noch mal Katastrophen. Mit Kirchenväterbeweise. Okay, mache ich. Gottes Segen, mein Bestand. Gottes Segen. Betet alle für den, ne? Betet für den. Dankeschön. Der Emmert hat auch Kamellorienleitung. Ja, super. Gottes Segen ist noch da. Das auch. Nein. Bist du geistig weg oder was ist los mit dir? Körper ist da, aber Geist ist bei apolitanischer Pizze. Das Gleiche ist schwach, doch der Geist ist willig. Der Geist ist willig, doch das Gleiche ist schwach. Genau, wo die eingeschlafen sind. Der Herr sagt, komm, wach mit mir mal. Eine Stunde. Oder Reza. Reza, guck dir das mal. Tobel 6, Vers 17, 18 von der Schwester Semia. Durch ein Ritual, Zauberei, Leber plus Herz und Fisch verbrennen, vertreibt man Dämonen. Ja, 6, 8. Genau, haben wir ja gerade vorgelesen. Genau, das war Okkultismus, was der Engel Tobit beigebracht hat mit Verbrennen von Fischleber. Ah, der hätte 17 noch vorlesen müssen und die Person hat nur 19 gelesen. Das war das Problem. 17, 18 hätte er lesen müssen. Aber heftig, ne? Wahnsinn. Abu Fitna. Was ist dein Name? Abu Mitzwa. Abu Fatima. Abu Batima. Da kam heute ein Schieter zu mir rein, da sagt er, der Allah hat durch Ali, die Ahlul Bayt und Mohammed die ganze Welt geschaffen. Weiß er. Also Ali ist der Schöpfer, ja? Ja, genau. Da meine ich so, jetzt zeigt mir mal bitte ein Vers aus dem Koran. Da gibt er mir Surah, was war das? Surah 33? Irgendwas? Drei Fests. Ich weiß nicht mehr genau. Irgend so ein, wo ist denn jetzt der Fest, wo Allah die Welt durch die Familie von Mohammed geschaffen hat? Und die Familie auch noch? Ja, Ahlul Bayt ist ja die Familie. Ach so. Durch Ali, Hassan, Hüseyin, Ali, also Ali, Hassan, Hüseyin und Fatima und die ganze Bande von Mohammed. Sie waren alle bei der Erschaffung des Universums und der Welt dabei? Ja, natürlich. Der Allah hat den Ali benutzt, um das Ganze zu machen, Ressa. Wahnsinn. Nicht der Mohammed? Nee, Ali. Ach so, ja gut. Solange der Ali das gemacht hat und nicht ein Mehmet, dann... Ja, und jetzt ist der Manuelsen zum schiitischen Islam konvertiert, Ressa. Hallo. Ja. Deswegen, hallo. Ich wollte mal was fragen. Also, wenn man jetzt zum Beispiel in eine Pfingstlergemeinde geht und die legen Hand und sowas auf, da habe ich mich ehrlich gesagt nicht wohlgefühlt, weil ich da irgendwie keinen Sinn bei gesehen oder erkannt habe, was der Zweck dahinter ist, dass die Leute sich dann fallen lassen, umkippen, die Augen verdrehen. Das hat für mich keinen Sinn ergeben. Dann habe ich aber so oft gefragt mit der Zungensprache, was das auf sich hat, weil ich habe dann selber auch nachgelesen, eine Stelle, wo dann steht, wenn da jemand ist, der es halt auslegt, dann ist das in Ordnung. Aber irgendwie denke ich mir auch, wo ist da der Sinn, warum soll da jemand was in anderen Sprachen sprechen, auch wenn er das vom Heiligen Geist empfangen hat, was wir gar nicht dann, die da sitzen, verstehen und mitbeten und gar nicht wissen, was die da reden. Wo ist da der Sinn und der Zweck? Was ist jetzt da richtig und falsch? Also guck mal, die Zungensprache, die hinter bei 1. Korinther 14, Vers 22, ganz klar, es galt an die Ungläubigen und die Weissagung an die Gläubigen, damit die Ungläubigen die Wundertaten sehen und dann das erkennen und dann die Auslegung hören, wie Vers 28 ist, muss ausgelegt sein, damit die auch die Message verstehen, beides, und damit die angläubig werden. Aber die Zungensprache ist kein Ratatatata, sondern echte Frenzsprachen. Und die Frenzsprachen haben aufgehört. Es ist Korinther 13, Vers 8. Ja, man sagt ja, das ist das, was die vom Heiligen Geist empfangen in dem Moment, oder? Das ist doch nicht Heiliger Geist. Frag dich doch einmal selber, wenn du zum Beispiel diese Leute rumgackern siehst und sie aufspringen von ihren Stühlen und wie wilde Affen rumlaufen und einfach so die ganze ist das der Heilige Geist? Nein, also ich empfinde das da nicht so. Das ist verstörend. Ich bin da auch nicht mehr weiter hingegangen, aber wenn man das dann so nachfällt. Die charismatische Bewegung ist dazu da, den Glauben vor den Menschen zu zerstören. Mehr ist das gar nicht. Dieser Geist ist da, um die Leute zu verwirren und dann guckt dir mal die verrückten Christen an. Ja, aber das sind doch auch Christen trotzdem da drin. Nein, 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 nein. Das sind richtige Christen, die teilweise diese Zungenrede machen und deswegen... Nein, wie heißt die? Mrs. J. Das ist genauso als kleines Beispiel, damit du das verstehst. Innerhalb dieser Geist hat sich ja nicht nur bei uns eingeschlichen, sondern auch bei den Muslimen. Das ist diese sogenannte Sufi-Sekte. Hast du schon mal gesehen, wie die Sufisten dann anfangen? So mythischer sind das. Die drehen sich im Kreise wie ein Wirbelwind. Hast du das schon mal gesehen? Ganz genau der gleiche Unsinn, was die Charismatiker machen. Zappeln auf dem Boden und dann macht jemand so Yoga Flame und dann macht er so... Der Ding jetzt legt Hände auf, der Imam legt Hände auf, berührt die einmal, warte kurz, Brutum haben los, der Imam legt einmal seine Hände auf, auf diese Muslime und auf einmal empfangen die einen Geist, genau wie bei den Charismatikern. Und dann fangen diese Leute auf einmal zu zappeln und zu springen und zum Rennen und den Kopf so hin und her am Zappen. Genau das ist ein Phänomen wie die Charismatiker, wenn sie anscheinend so den Geist empfangen. Das sind aber unreine Geister, die sie empfangen, weil sie nicht wiedergeboren sind, diese Leute. Lesa, der hier, pass mal auf, kennt ihr den? Das ist so ein islamischer Charismatiker. Ja, aber diese Leute in der Gemeinde, da gehen ja viele Leute hin und seid ihr dann der Meinung, die sind aufgrund dessen, obwohl die den Herrn Jesus Christus anbeten, obwohl die... Das ist meine Meinung, die Bibel sagt, die sind nicht wiedergeboren. Ja, die lesen dieselbe Bibel wie wir auch. Die predigen eigentlich dasselbe, was der Armee hier drin auch alles sagt, aber meint ihr dann, die sind dann trotzdem nicht errettet, die predigen nicht das gleiche. Die predigen nicht das, die predigen ein falsches Evangelium. Lest mal Römer Kapitel 16, Vers 17, 18. Ja. Lest mal ganz laut vor und dann siehst du, was der, dann postet Paulus über diese Menschen sagt. Also, beziehungsweise Gott, der Heilige Geist. Ich habe euch nie gekannt, weicht von mir, ihr Übeltäter. Guck mal, einer schreibt schon richtig, ich brauche, ich werde das schon sehen. Also ist das davon, abhängig dann, egal wie. Lies mal Römer 16, lies das mal laut vor. Ja, ich habe meine Bibel nicht vorliegen, weil ich jetzt hier gerade bei meiner Schwester bin. Ich sage mal, ich sage mal, was da drin steht. Da steht drin, ich muss jetzt nachdenken. Da steht drin, wenn ihr einen Widerspruch, einen Widerspruch zur Lehre habt, die ihr nicht von uns gelernt habt, eine Lehre, die ihr nicht von uns habt, meidet sie, denn sie dienen nicht unseren Herrn Jesus Christus. und die haben ihre Widersprüche, Zungenrede, Dämonenaustreibungen in der heutigen Zeit, was eigentlich schon apostolische Zeit war, ist ausgelaufen. Da haben die ihre Wundertaten, dann haben die, keine Ahnung, ihre Zappeleien, epileptische Anfälle, Werksgerechtigkeit, alles Ehelehre. Alles falsch. Prophetisch reden, das ist alles falsch. Wir haben keine Propheten mehr, es hat aufgehört. Ja, aber früher gab es das ja mit der Zungenrede. Ja, früher, aber warte, früher gab es keine Werksgerechtigkeit, früher gab es kein Ratatatatatata, früher gab es kein Rumgezappel, sowas stimmt nicht, das ist immer eine Äliere gewesen. Und Prophetischweißer gab es früher, der Rest gab es nicht früher. Ja, also ich habe das so verstanden jetzt, ich habe das so aufgefasst, dass es das früher gegeben hat, weil ja in verschiedenen Sprachen, weil halt die Bibel nicht jeder hatte und so kam dann der Heilige Geist und hat dann halt diese Sprache, dass es halt jeder verstehen konnte. Genau, aber erdische Sprachen. Wenn du Apostelgeschichte Kapitel 2 liest, um diese Sprachen zu erkennen, dort steht, dass die zum Beispiel in Arabisch gesprochen haben, Römisch und verschiedene erdische Sprachen, so wie Deutsch, Chinesisch, Griechisch, das waren keine Schapatakachachapatatapachachachachachachachachachachachachachachachachachachachach. zum gewalt sagt habt ihr das gesehen resa ist jetzt ich bin jetzt auch schon auslegen können das geht nicht du musst noch mal damit ich das nur gesagt ich habe viel viel hunger auf napolitanische pizza das ist die auslegung der politische pizza lecker aber jetzt mal ernst beiseite wenn ich da gerne was ich gesagt hätte ich gesagt die auslegung war du musst mir du musst mir dein ganzes geld geben das war das hat gott gesagt glaube ich wäre so ein mensch wenn ich so nicht wieder geboren wäre das geld aus der tasche von den leuten die machen das geben ja der geist hat mir gesagt ihr sollt heute nicht diese klimper geld reinschmeißen leute der geist hat diese scheine sind das was wohl gefälligste frage noch mit auf was sie also was für eine begründung haben denn diejenigen die das halt machen in den gemeinden auf was rechtfertigen die das dass sie jetzt sagen das ist richtig so wir lesen dass da und da und da und danach ja erst grüter 14 2 neben die das war's wir haben erst grüter 14 fest zwei dann haben wir auch ein bisschen fest fünf und das war es dann lesen nicht weiter aber wie wirst man erst konnte 40 komplett lesen vers 21 trennsprachen gemeint der 22 an die ungläubigen gerichtet vers 28 auslegung vers 5 bis 9 das hört sich dann an wie als in ein instrument deck einfach nur so geschlagen wird aber keine richtige töne gibt weil die einfach nur nichts machen und erstens die korinther gemeinde ist eine unvorbildliche gewalt die war die war voll mit den sünden klar ist die gerettetige man keine frage nur die hat richtig viel geschlagen und paulus musste die hardcore ermahnen ja weil die falsch gehandelt haben und die sehen die korinther gemeinde als vorbild gefühlt das ist der wahnsinn und die verstehen alles falsch erst gründer 13 vers 8 steht drinnen sprache hat aufgehört ja aber steht da denn nicht auch geschrieben mit der zungenrede dass das in ordnung ist aber das zeigt die voraussetzung ist da muss jemand bei sein der es halt ausgelegt es hat aber aufgehört erst gründer 13 vers 8 ok gut ich hab's verstanden genau und wenn die sagen aber das vollkommen ist jesus dann sagst du ganz einfach okay aber das steht trotzdem aufhören gut sagen wir das vollkommen ist die schrift trotzdem aufhören egal welche interpretation aufhören gut ok gut diese leute müssen es jenny abschluss damit das verstehe ist diese leute sind alle nicht von neuem geboren das sind alle falsche 50er die der herr jesus dahin gegeben hat aufgrund ihres falschen herzens die haben sich nicht mit ganzem herzen und seele zum herrn jesus bekehrt sondern sie haben wohlgefallen an ihre eigene super wunder taten und so weiter die wollen sich nicht unterordnen dem herrn deswegen gibt der herr jesus sie auch dahin damit sie einen falschen geist empfangen nämlich diese unreinen geister diese leute sind besessen wie du das jetzt gerade erzählst also ich weiß nicht nur weil die jetzt vielleicht eine bibelstelle vielleicht eventuell falsch auslegen weil die das anders lesen oder anders aufgefasst haben oder anders war oder anders oder mir kannst du matthäus kapitel 7 vers 21 bis 23 laut vorlesen bitte da sieht was gott mit diese leute macht und du was machen die mrs j die machen doch dämonaustreibungen wunder taten und weissagungen das machen die ja nicht mehr aber die machen halt zungenrede aber halt so wir machen die monaustreibungen die machen weissagung also bekommen wunder taten verbringt ihr die pfingster gemeint die machen das das ist ein ganz großes motto bei den gefühlt und jetzt bruder amir bitte nicht jeder der zu mir sagt der herr wird in das reich der himmel eingehen sondern wir den bilden meines vaters im himmel tod viele werden in jedem tag zu mir sagen haben wir nicht in deinem namen geweiss sagt und in deinem namen dämonen ausgetrieben und in deinem namen viele wunder taten vollbracht und dann wird werde ich ihnen bezeugen ich habe euch nie gekannt weicht von mir ihr gesetzlosen siehst du ja ja wie das aber einmal gerettet immer gerettet wir sind einmal gerettet immer gerettet johannes sehen 27 28 also können wir nicht sagen ja das sind die abgefallene gemeint nein so was gibt es nicht einmal gerettet immer gerettet die die leute die nicht im paradies gehen und wo die doch an jesus glauben die haben einen falschen jesus geglaubt wegen der falsche botschaft durch römer 16 17 18 so siehst du kontext in der bibel damit du den kontext verstehst ganze bibel benutzen nein ich bin da auch im letzten jahr ab und zu gelegentlich gewesen und irgendwann weiß ich nicht irgendwas kam dann immer zwischen dann eine autopanne dann dies es sollte irgendwie auch nicht sein wenn man eine beziehung zu zum zu gott hat eine lebendige beziehung irgendwie etwas hat mich immer gehindert und irgendwie sollte es nicht sein jetzt wurde ich schon gefragt warum kommst du nicht mehr wann kommst du mal wieder und irgendwie weiß ich nicht als ob das irgendwie nicht gewollt ist der herr geht dazwischen anscheinend die das empfangen des heiligen geistes legen die falsch aus die sagen du musst mit dem wasser getauft werden bei der taufe empfängst du den heiligen geist das totaler schwachsinn der verser 1 vers 13 sagt nachdem wir geglaubt haben haben wir den heiligen geist empfangen durch glaube empfängst du den heiligen geist nicht durch die taufe ist man nicht errettet ne ja genau wasser taufe bekommst du nicht den heiligen geist und die charismatiker sagen doch wenn du wasser getauft hast auf einmal kommt der heilige geist über dich nein das falsch und wie schaut das aus wenn die auch sagen gut das ist ja das leuchtet ja ein man braucht gemeinschaft und so weiter dass meine gemeinde besucht aber ich finde man manche leute haben ja nicht die mittel oder die möglichkeiten die gemeinde zu besuchen es sind genauso die leute auch errettet die zu hause in die eigenen vier wände in der beziehung zu gott haben und mit gott täglich reden und beten dazu muss man keine gemeinde besuchen oder da weiß ich nicht in manchen auch eine riesen show abziehen oder was weiß ich das genau manchmal zu hause dann besser aufgehoben und bete und rede mit gott als ich irgendwie in einer gemeinde mit 100 leuten dann sitze aber noch eine letzte frage was er haltet was ist eure meinung dazu in der gemeinde jetzt zum beispiel gesang und klatschen also lobpreis für den herrn lobpreislieder ja lobpreislieder sind richtig aber die charismatiker haben wieder eine ganz andere sache gemacht wir haben wieder so gangster web noch eingepackt ja manche rappen mit gitarre schlagzeug und so weiter so nein so soll man nicht sein ganz normal ganz normal biblische lieder ganz normal und auch mit klatschen halt und man sagt die sagen ja dann wir klatschen und singen ja für den herrn für den herrn jesus christus ja ich würde noch nicht mal das klatschen machen weil wir sind ja nicht da um und durch durch die lieder uns selbst zu erbauen diese lieder sind zur ehre gottes ja diese charismatiker machen die machen die singen besingen sich mit komischen melodien und und rhythmen und rockmusik sich selbst in so einer art super zustand die machen das für sich selber man muss das einfach sein ja diese lieder sind nur zur ehre gottes und die sollen nicht jetzt zu deiner dass du dann darauf auf einmal hier dingens machst wie nennt man das twirken ja weil wenn man immer dann jemanden aus der gemeinde gefragt hat ist ja dann klar dass sie dann halt ihre auffassung einfach gehört haben jetzt geht die party ja deswegen habe ich dich nicht gehört wenn man jemanden ich habe das so oft schon jemanden aus der gemeinde gefragt dann ne dem prediger und so weiter und das ist ja dann klar die haben dann immer deren auffassung ein immer erklärt das ist ja normal deswegen war das jetzt auch mal gut dass ich mal jemand ganz anderen mal gefragt habe immer ganz anderes dass man dann auch mal eine andere meinung ja wenn du die liebe jenny ein letztes mal ja ein letztes statement von mir wenn du doch siehst dass jeder was anderes sagt sagt und du bist aber ein bisschen verwirrt du weißt jetzt nicht welche von den leuten wirklich den wahren geist gottes hat mit dem herrn jesus vernünftig wandelt dann fragst du doch den herrn jesus der herr wird dir den weg zeigen da sagst du heute abend herr jesus wer von diesen leuten hat denn jetzt recht zeig mir bitte die wahren geschwister und der herr wird es dir zeigen okay der herr wird deine gebete hören vor allen dingen solche gebete wenn es um dein heil geht wenn es darum geht dass du nicht auf eine falsche fährte kommst solche gebete erhörte sofort der herr rede mit dem herr ja das sowieso immer immer er betet für mrs j ich gehe jetzt raus ich gehe jetzt was essen gottes sehen euch gottes sehen die lieben ich komme hier raus ich mach dich raus ich mache dich raus mich ich mache dich raus jim 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 me den wollte ich nur kurz gelacht und weg war er war der weg amiran ja was das ist mein namens wetter und zwar also ich war schon letzte woche mit theresa und kablos live bezüglich des katholizismus weil ich bin ja also ich war katholik und er hat mir gesagt dass ich dann einen tag beten soll dass ich wieder geboren werde und als bruce zeigen soll das habe ich auch tatsächlich gemacht und mir ist etwas passiert das würde ich jetzt sagen ja ich bin ein tag später tatsächlich noch mal zu der katholischen kirche zu meiner gemeinde gegangen aber bevor ich das gemacht habe habe ich halt zu gott gebet und habe gesagt bitte ein zeichen wenn das falsch ist war stur und du musst dir vorstellen die als man singt auch lieder und da war ein lied weil ihr habt ja gesagt diese die katholische kirche redet halt über maria und dass man maria anbietet und ich habe mir mal dann ein eigenes bild davon gemacht wie das das ist weil ich habe mir davon nie wirklich gedanken darüber gemacht und dann habe ich halt da war halt ein lied das ging über maria und ich weiß nicht genau so dieses lobreisen für maria und ihr müsst euch vorstellen dass nicht gelogen immer wenn im gesang dieses wort maria kam war ich einfach stumm verstehst du so ich konnte ich konnte diesen namen nicht aussprechen und da so krass weil jede einzelne strophe auf einmal ich konnte ich konnte diesen namen nicht aussprechen so als ob als ob meine zunge so müde vorweist ist ja und bis jetzt und dann habe ich das so anderen erzählten haben sie gesagt ja das ist ein zeichen ja weil so an zufall oder so glaube ich nicht dass der herr hat alles unter kontrolle ja genau weil du wenn du den heiligen geist des empfangen hast und es sieht so danach aus ich weiß es du musst du selber für dich wissen ob du wirklich alles richtig gemacht hast bei dem wiedergebot aber natürlich lässt der heilige geister nicht zu wenn du den empfangen hast der heilige geist aus dir heraus dass du auf einmal einen götzen anbetest das ist wobei das versiegelung ist dass eine versiegelung jetzt weil in johannes 14 15 und 16 sagt der jesus christus dass er uns den parakleten sendet den heiligen geist der zeugnis von ihm gibt der ihn verherrlichen wird nur ihn nicht maria das ist eine unmöglichkeit dass ein wiedergeborener der mit dem heiligen geist versiegelt ist auf einmal anfangen maria zu lobpreisen ist unmöglich weil das eine götzen dienst ist und der heilige geist macht keinen götzen dienst er gibt uns keinen götzen dienst gebete auf nacken fall also ist halt krass ich habe durch geredet ich habe euch geredet ein tag später kommt dann das nicht so weil er ohne euch ohne euch ich werde unwissend also ich habe auf jeden fall den wahren weg gefunden ja auf jeden fall noch ich will noch sagen das war ja schon echt lachtig als du damit man jetzt schon wieder das erste mal war schon schlimm genug als er mit meinem bruder und mir geredet hat beim zweiten mal dass der herr das aber auch erlaubt hat dass ich da reingehe von 20 leuten und dann auf einmal die ganzen leute ex muss der ex was der ex muss und dann hat er gesagt hat er es auf einmal gesehen der hat mich eine minute zwei minuten drei minuten ignoriert da hat er immer so weg geguckt bis bis die leute die ganze zeit weiter gemacht haben und hat er gesagt oh ich sehe der ex muslim ist auch hier drin hätte sollen mit dem reino und manuel und das ding ist das ding ist vor paar tagen habe ich mit einem kollegen noch diese alten videos geschaut mit resa und manuelsen da wir damit ihm geredet hat das war ja schon krass was da gesagt hat man dachte man so ja ein jahr später aber es war ja vor allem ja glaube ich und ein jahr später man dachte ja das ist bestimmt bisschen wissen als geworden ist einfach gar nichts rauskommt nein denn manuelsen ist auch nicht umsonst so erfolgreich im rap business unterwegs ja aber krass dass man mit euch reden kann ohne geld zu zahlen das ist auf jeden fall sehr korrekt wer hat das denn gesagt nein 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 bevor du hier raus gehst musst du überweisen so was kommst du jetzt nicht raus gibt meine bank da gesund und stark ok aber alles gut ja das ist eben mein lieber wie der herr das auch zugelassen hat haben wir ja in fünf bis zehn minuten alles vernichtet und bin rausgegangen ja wunderbar gottes segen dort sehen die vernichtung ist immer eine gute sache ausradieren vernichten alles ja und zwar möchte ich ein kleines zeugnis geben aus meinem leben ganz kurz und zwar ich bin jetzt seit ungefähr etwas über einem jahr im herrn und damals so als ich so ein paar monate wiedergeboren war hatte ich immer dennoch so ein bisschen ich wollte wissen ob ich wirklich wieder geboren bin und dann habe ich mich daran erinnert auch wie ich zum glauben kam wie das alles angefangen hat und dadurch das worte wieder im kopf wo er meinte frag doch den herrn und so hat ja meine reise damals begonnen und dann dachte ich mir damals okay dann werden wende ich das sozusagen noch mal an damit ich ins gebet gegangen und habe den herrn gefragt her bin ich ein scharf jetzt von dir bin ich von neuem geboten bitte gib mir ein zeichen und dann verging so eine woche und dann habe ich bei ich weiß nicht mehr facebook oder tik tok so ein bild gesehen wo drauf stand dass in der bibel 365 mal ja vorkommt fürchte dich nicht und diesen fakt fand ich so weiß nicht also ich wusste das nicht war mir neue und das hat mich voll berührt dass es wirklich so drin steht und dann ging glaube ich noch mal eine woche und dann war ich nachts um ein uhr auf dem balkon und es war einfach mit ja toten still so ne halt dann nachts mitten in der nacht und dann habe ich so drüber nachgedacht über die ja über diesen fakt den ich gelesen habe mit denen fürchte dich nicht und gleichzeitig ist mir auch in den sinn gekommen dass ich ja noch vom herrn ein zeichen erwarte so darauf warte sozusagen dass er mir ein zeichen gibt ob ich von neuem geboren bin und dann hatte ich so habe ich an beides gedacht und habe ich so vor mich hin geflüstert fürchte dich nicht weil ich das im kopf hatte und genau in diesem moment hat eine kirchenglocke gekleutet so hat das gemacht und ich habe überall genlaut bekommen es war mitten in der nacht auf einmal geläutet so was ich gucke nach oben ich sage danke jesus christus das ist ja genau in dem moment wo ich beide sachen denke und vor mich flüstere fürchte dich nicht klingelt die kirchenglocke mitten in der nacht wo es totenstill war ich dachte das kann nicht wahr sein danke jesus christus ja der herz verschiedener arten die er ein zeichen zu geben ja das war das habe ich so und ich hatte über gänsehaut und so wie du sagst fragt den herrn der wird sich euch dann auch so wie du gerade eben auch gesagt wenn es um das heilige geht und so er möchte auch dass wir dann ruhiger werden und das war ja ja die wichtigste entscheidung im leben ob man von neuem geboren ist deswegen wollte ich das mit dem herrn noch mal sozusagen ja noch mal ein zeichen von ihm ja wunderbar ja sehr sehr schön okay das ist auch meine wunderbar bis dann ja das ist ja diese berühmte stelle mit ihr sei ja sieben der herr sagt fordert von mir ein zeichen und dann sagte nein ich will nicht vor da ich will den herrn nicht versuchen man sagt ja okay du willst wenn ich sage du sollst von mir ein zeichen fordern du sollst du es tun aber jetzt weil ihr das nicht getan hat so gebe ich euch jetzt zeichen siehe die jungfrau wird schwanger werden und eigentlich mehr erst mal ich trau mich nicht mehr warum ich habe keine ahnung was erzählen aber jetzt muss ich meine anfrage zurückziehen ich bin zwar alleine aber ich werde gerade knallrot weil es mir unfassbar unangenehm ist warum denn so kein problem atme tief ein atme tief aus wenn du willst kannst du auch den song vorsingen dann geht es dir besser unter die haut das ist gänsehaut sie ist jetzt ist das eis gebrochen jetzt kannst du reden es geht unter die haut und in die kehle ich habe ich habe mir das so lange gut also ich habe jetzt extra ganz ganz viele follower gesucht damit ich mich da rein wählen kann bei euch weil ich keinen plan hatte wie das funktioniert jetzt habe ich es endlich geschafft und kriegt die team nicht auseinander in welche richtung wolltest du denn die fragen stellen welche richtung wollte denn gehen ich wollte tatsächlich ganz ganz viel fragen aber weil ich so viel auf dem herzen habe dachte ich ich fange mit einer einleitung an und kann gar nicht fassen dass ich mit dir spreche tatsächlich weil ich dir schon so lange folge und ich dich wirklich jedes mal dass ich war auf dem weg zur arbeit auf dem weg zurück wenn ich morgens aufwache beim fertig machen also die auch resa natürlich aber dein bruder ist scheinbar häufiger online als du ja also euch allen tatsächlich sehr gerne und ihr habt mir so unfassbar die augen geöffnet dass ich also es ging tatsächlich von ein paar jahren an in der 1 20 in 2021 dass ich immer so gedacht habe du musst ein guter mensch werden ist eine schwierige angelegenheit man muss sich viel wahrscheinlich damit auseinandersetzen das habe ich auch getan fühlte mich auch immer wieder mal wieder gut dann hatte ich wieder so tiefen wo ich gemerkt habe auch gott du bist kein kind gottes weil du zu viel sündigst etc pp ihr wisst wovon ich spreche davon gehe ich jetzt mal aus da kam irgendwann tag x ich bin blöd also richtig doof krank geworden auf eine eklige Art und Weise krank na egal lange rede kurzer sehen das ist alles gut geworden danach ich wurde operiert und ein jahr später kurz vor ostern in 21 habe ich halt erfahren dass ich krank bin und wir konnten nicht richtig ostern feiern meine eltern alle traurig etc pp naja ein jahr später in 22 war alles wieder gut und dann sagt die ärztin ich muss noch mal operiert werden da ist wieder was gewachsen ich habe die panik meine des lebens bekommen ich wusste nicht gut wieder kurz vor ostern ich konnte meinen eltern nicht sagen sonst können sie wieder kein ostern feiern also habe ich mir gedacht komm behalten das für dich sag es ihnen nach ostern die ärzte sagte dann ja machen sie sich jetzt aber keine hoffnung mehr sie müssen auf jeden fall wieder und dann also unters messer lange rede kurzer sehen die osterwoche die karwoche begann für mich und ich weiß ihr hält nicht viel von der kirche was ist so das was was mich gerade trotzdem noch was mich sehr sehr verbindet zu gott ich war dann in der kirche und wollte die hostie nehmen also dieses krebeni kennt ihr das sprich die arabisch ja ganz normal die hostie dieses ja also in dem brot halt nicht das brot sondern es ist halt dieses in einem kelch und naja egal auf dem weg dorthin und ich hatte so panik ich hatte einfach nur angst ich wusste bald kommt der tag x ich muss seinen eltern meinen eltern sagen und wie ich auf dem weg dorthin bin und ich zu gott spreche und möge mir das übliche eben habe ich plötzlich so ein befreiendes gefühl gehabt ihr könnt euch nicht vorstellen wie glücklich und angstfrei ich plötzlich war das kann so kann ich gar nicht mit worten erklären und hatte keine angst mehr vor der operation verdienen wie ich es meinen eltern erklären werde ich hatte krebs also das an der stelle naja bin ich zurück zum arzt und musste dann noch mal zur kontrolle der ich hatte schon meine freundin angerufen die hat mir den termin weil sie auf der station arbeitet wo ich auch das erste mal war hat mir den termin direkt klar gemacht naja und dann muss ich noch mal zum arzt vor der kontrolle vor dem vor dem eingriff muss ich noch mal zum arzt und dann sagte mir und macht und tut und mit dem ultraschall und überall und sagt ich sehe nichts mehr ist ja wie sagt der mensch muss man im ultraschall kennt ihr wie das funktioniert das wird an einem projektor oder an die wand projiziert und dann macht man das screenshot davon sagt sie da ist nichts mehr ich muss noch mal kurz meinen meinen also noch einen weiteren arzt dazu holen also der herr ist mein zeuge er hat einfach es war nichts mehr da also es war nicht mehr zu finden sie meinte ich muss noch ein screenshot machen das glaubt mir keiner es war nicht mehr dabei ich werde das nie in meinem leben vergessen und ja halleluja ich sag's euch wie es ist habe ich noch nie in meinem leben erlebt tatsächlich ja und ich muss natürlich trotzdem jedes mal zum arzt und immer wieder kontrollen aber es ist alles gut und ich hab's meinen eltern nach ostern dann erzählt dass es wieder da war und ich aber das tatsächlich dann nicht mehr da da war und ich hab's dann ja egal ich wollte das eigentlich gar nicht so weit bringen und nicht so viel erzählen eigentlich wollte ich cool danke sagen ihr macht das wirklich ganz toll ihr begleitet mich ein bisschen alle ihre dem herrn wie sagst du immer al hamdul jesus wie sagen wir mal arabisch in jesus geht es uns gut in jesus werden wir mit ihm sein und was ist auch noch so toll ist an der ganzen sache ihr begleitet mich wirklich ein bisschen schlaf hinein also ich ja ich muss das ladegerät anmachen die leute stehen mit mir auf die leute essen mit mir die leute gehen mit mir die leute gehen das ist ja wirklich ein schönes kompliment dass wir schlaftabletten sind das nicht tatsächlich aber ich muss ja auch jemand schlafen aber sonst ich weiß ja aber eine frage habe ich wenn du morgens auf dem weg wenn du morgens im auto oder im lkw buch immer deine streams machst wie guckst du da auf die straße und wie guckst du dann auf deine hadith et cetera also wie dr scherabohm ist ein geübter transporter kennst du diesen jason stessen der macht ja auch alles der schießt der fährt der macht alles macht er genau so dr scherabohm macht das genauso aber bevor ich jetzt wieder gehe und den nächsten rein lasse kannst du mal dieses wunderschöne lied abspielen was du da ein studiert hast das ist das sommer wird ganz heiß wenn die aus allen aus allen cabriolets dieser songs gespielt wird in allen städten deutschland lade ich mir runter auch in berlin ganz berlin liebe ich einfach das ist ein meisterwerk das flüssige gold das ist ein meisterwerk das flüssige gold das gute ist ja mit diesen hiphop im hintergrund kommt das richtig gut ich bin mal gespannt wie der wie der der wie ist er noch mal der arafat wenn der so ich in berlin rumläuft und dann kommt zum cabriolet vorbei mit diesem song an ihm vorbei aber wenn er das hört aber du bist doch der kurser fahrer vw fahrer oder resa du hast das alten kurs haben wir gehabt ne ja genau oder sowas ähnliches ich war der große boom boom doktor von deutschland jetzt hast du das zepter abgegeben ja ja ich habe den löffel abgegeben und das zepter ich bin wirklich den löffel abgegeben und bin wiedergeboren in dem nicht gewinnen kommst du denn das ist eine komplizierte angelegenheit ich bin aus der türkei aus dem ehemaligen atyokien Aber wieso kannst du so gut Arabisch? Weil sie da Arabisch und Türkisch sprechen. Vermutlich, weil viele Nationalitäten zusammengelebt haben, Türken oder viele Kulturen. Und wir an der Grenze zu Syrien wohnen, sprach man da beides. Die ältesten jetzt so Opa und Oma aus den 1920 Geborenen, die sprachen sogar noch alle Französisch, weil es noch eine französische Kolonie war. Wunderbar, merci beaucoup. Danke euch. Okay, mein Lieber, Gott segne dich und deine Familie. Danke, dass du dabei warst. Alles Gute. Alles Gute und gute Besserung auch. Ich bin safe. Ja, wunderbares Zeugnis. Halleluja. Ja, ich bin's doch, ne? Ja, Armin. Ja, ich hab noch eine Frage und zwar bezüglich dieses Lives von Islam Bayern und so. Woher hat er diese Quelle, dass diese Kumran Rollen gefaked sind? Ja, von diesen großen Medien. Diese großen Medien beziehen sich darauf, dass angeblich die Schriftrollen nicht authentisch werden. Aber das stimmt nicht. Wenn du darauf schaust, dann wirst du merken, dass die Carbon-Datierung eindeutig auf 200 vor Christus datiert wurde. Die Schriftrollen, die vor 200 vor Christus mit dieser Radiokarbon-Datierung festgelegt wurde. Und das kann jeder nachlesen, nachschlagen. Da sind auch Leute losgezogen und haben das mal nachgeprüft. Und das siehst du auch in verschiedenen Dokumentationen, dass das festgehalten wurde. Also da gibt's nichts dran rumzurütteln. Nein, aber was die Muslime falsch verstehen. Es gibt da also einen Multimillionär, einen Milliardär, der versucht hat, auf dem Kunstmarkt auch solche Dinge zu erhaschen. Aber der hat dann halt Kunstfenstuen gekauft und hat versucht, seine eigene Museum damit aufzubauen. Und dann ist das aber als Schwindel aufgeflogen, dass er nicht die Originalen hat, weil die Originalen sind in Jerusalem im Museum. Museum, genau. Das sind diese Fälschungen, die dieser Millionär gesammelt hat. Darauf sind diese ganzen Muslime hier reingefallen. Heftig, ne? Aber Armin, das ist ja nicht aufgefallen, während du mit meinen Rates die ganze Zeit geredet hast, dass er die ganze Zeit im Computer bei uns sogar so gedacht hat, so ey, ich muss irgendwas hinterfragen, ich schreibe irgendwas auf und so. So wird dann immer irgendwas aus dem Computer genau, hat einfach gesagt, ja, das stimmt nicht, das stimmt nicht, das stimmt nicht. So. Ja, der, ich sah am, der versuchte mit allen, der meinte, ich habe mich mit dem Thema ganz befasst. Ich sehe, wie der sich befasst hat mit dem Thema, weil er weiß ganz genau, dass sein Islam ruiniert wird durch die Kumran-Schriftrollen. Ja, aber das Ding ist, du wurdest ja hochgenommen und, ähm, während du argumentiert hast, haben die schon so gedacht, so, ja, wann sollen wir den Sturm, wann sollen wir den Sturm, weißt du? Du hast halt immer mit Quellen argumentiert, aber sobald die halt nichts sagen konnten, haben wir sofort gestürmt, ne? Ja. Ja. Das ist krass. Ja, da siehst du mal, ne? Gott sei Dank hat der Herr das zugelassen vor diesen ganzen zigtausend von Menschen, ne? Ja, jetzt machen die sich alle auch Gedanken und das ist auch gut so. Ich habe das auf meiner Seite gepostet. Hier. Können wir uns nochmal alle andere anhören. Guck mal, was die Dings dazu sagt. Guck mal, hier. Hier. Das Stück der Ausstellung zum erstaunlichsten und bedeutendsten Fund. Es ist eine komplett erhaltene Abschrift des Buches Jesaja. Heftig. Die Horde stammt aus dem Zeitum 200 vor Christus. 200 vor Christus. Auf 7,34 Metern gibt sie nahezu lückenlos den Text des Propheten. Des Propheten. 7,34 Meter lückenlos Text überliefert. Gottfried Böhler trifft den Museumskurator Adolfo Reutmann. Was bedeutet es für ihn, dass die Jesaja Rolle gerade vier Wochen vor der Staatsgründung Israels der Öffentlichkeit vorgestellt hat? Halleluja. Preis den Herrn. Können Sie diese 2100 Jahre alte Schrift lesen? Ja, das kann ich. Ich möchte Ihnen etwas zeigen, das ich sehr bemerkenswert finde. Ja. Das hier ist der Anfang des Buches Jesaja. Ja, und jetzt werden die herausfinden, wer hat die Wahrheit gesagt und wer hat gelogen. Meinst du, darunter gibt es nicht hunderte von Leuten, die herausfinden wollen, was meint der Ex-Muslim da mit Qumran-Rollen? Davon habe ich noch nie was gehört. Versteht ihr? Die werden dringend Nachforschung anstellen. Sofort. Ist das nicht genial? Ja. Guck mal drauf. Seid Lob und Dank. Das hier ist der Anfang des Buches. Und Sie lesen von rechts nach links, richtig? Also die sind im Museum vor den Schriftrollen. Warte mal. Guck mal hier. Der liest gerade den Text. Was machen wir? Warte, Effekte. Mach mal kurz aus. So. Der Prophet Jesaja, der über Judah und Jerusalem prophezeit hat. Und Judah und Jerusalem. Das ist derselbe Text, der auch in unseren modernen Bibeln steht. Boom. Der Text dieser alten Jesaja-Rolle deckt sich bis auf wenige unbedeutende Abweichungen mit dem Text in der Bibel. Abwechslung und Beschädigungen kann der gesamte Text komplett entziffert werden. Eine Sprache, die über 2.000 Jahre überlebt hat. Sogar 3.000 Jahre. Wissen Sie, dieser Text ist nicht nur ein archäologischer Text. Natürlich ist er etwas ganz Besonderes und hat für verschiedene Juden auch unterschiedliche Bedeutungen. Eine religiöse und geistliche Bedeutung ebenso wie eine archäologische, soziologische und historische Bedeutung. Für verschiedene Gruppen ist dieses Buch also auf unterschiedliche Art und Weise bedeutsam. Aber der gemeinsame Nenner besteht darin, dass dieser Text für alle Bedeutung hat. So sieht es aus. Guck mal, wie das aussieht. Heftig. Das ist eine komplett erhaltene Abschrift des Buches Isaiah. Die Muslime tun mir so leid, ne? Die Hohle stand durch die Zeit um 200 vor Christus. Auf 7,34 Metern gibt sie nahezu lückenlos den Text des Buches. Jeder kann ihn lesen im Internet. Wahnsinn, ne? Das ist ein großes Zeichen vom Herrn, ne? Damit die Münder alle gestopft werden. Ja, habe ich doch gesagt. Da hat der Manuelsen sich aufgeregt. Meinst du, das war eine geistige Backpfeife für Allah. Und man sagt, wow, ich hab's nicht gesagt, wirf den raus, ich sag... Da ging's dann los, ne? Ja, aber wie schlimm sein muss, dass man sagt, dass es Fake ist. Nein, wie gesagt, absolut. Ja, die haben halt, die sind auf diesen Bericht reingefangen von diesem Multimillionär, der versucht hat auf dem Kunstmarkt auch solche Dinger zu erhaschen. Kurranrollen. Aber dem wurden halt falsche Dinger verkauft. Und er hat das in seinem eigenen Museum aufgestellt. Und dann hat er sich herausgestellt, dass diese Dinge, die er in seinem Museum aufgestellt hat, nicht die Originalen sind. Die Originalen sind nur in den Händen von israelischen, äh, Dinges, Regierung. Und die sind ausgestellt in Jerusalem im Museum. Besser. Hör mal. Hör mal. Human Texte stammen aus verschiedenen Zeiten. Das belegt die Radio Carbon Untersuchung. Das war's. Eine Methode zur Erforschung des Alters. Das war's. So lässt sich ein Zeitraum von Mitte des dritten Jahrhunderts vor Christus bis in die Zeit des ersten Jahrhunderts nach Christus bestehen. Das war's. In den Qumran-Schriften finden sich verschiedene Text-Traditionen. Die sogenannte masoretische Textversion wurde von Masoreten, also von jüdischen Schreibern, auf hebräisch überliefert. Sie ging fast wortwörtlich in die hebräische Bibel ein und liegt auch den mittelalterlichen Schriften zugrunde. Dieser außergewöhnliche Fund vor 75 Jahren hat die Bibelforschung entscheidend gefördert und zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen geführt. Die Schriften von Toten Meer geben uns einen ganz wertvollen Einblick in die Entstehungszeiten des Testamentes. Bevor das nomiert, also kanonisiert wurde, haben wir in Qumran wundervere Beispiele davon, wie exakt und wie genau die Schreiber gearbeitet haben und uns diese Tradition eins zu eins weitergegeben. Boom! Können einzelne Fragmente zusammengefügt und einem Text zugeordnet werden? Die Frage, wer welchen Text geschrieben hat, stellt sich nicht. Die Schreiber waren keine Autoren. Sie haben Überlieferungen festgehalten oder kopiert, um sie der Nachwelt zu erhalten. Das waren nicht einfach nur irgendwelche Menschen, die irgendetwas abgeschrieben haben, sondern sie sind sehr bewusst Glieder einer langen schriftlichen Tradition gewesen. Das hebt nun gerade das Judentum aus vielen Völkern seiner Umwelt heraus, dass sie ihre schriftlichen Traditionen ohne Unterbrechung sehr exakt fortgibt. Absoluter Wahnsinn, ne? Ja. Gerade Jesaja, wo es von der Gottheit des Herrn Jesus spricht, das Kind wird geboren, Jesaja 9. Habe ich ja vorgelegt, aus meinem Kopf heraus habe ich den ja gebrettert. Ja, genau. Und dann natürlich die berühmteste Stelle im Alten Testament, würde ich mal sagen, Jesaja 53, dass der Herr Jesus kommen wird und durchbohrt wird, wenn es sein Leben für uns als Schuldopfer geben wird, um uns zu retten und unsere Sünden auf sich zu nehmen, um durchbohrt zu werden. Das ist unglaublich. Das 600 bis 700 vor Christus schreibt der Prophet Jesaja diese Prophezeiungen über den Messias. Wahnsinn. Und gerade diese Jesaja-Rolle ist so schön erhalten und ist im Museum auch für die Juden. Der Herr macht das ja für die ganze Welt und vor allem in Jerusalem aufgestellt für die Juden. Verstehst du an mir, was das für eine Bedeutung hat, was der Herr damit machen will in Jerusalem? Das ist kein Problem. Damit die Leute hingehen, die Juden und das lesen. Häftig, ne? Ja. Das ist krass. Ey, ich würde noch was sagen, ne? Ich gehe ja noch zur Schule. Ja, du bist du? Ich bin 18. Ja, okay. Ich bin Oberstufe. Und ich, also bei uns gibt es auch einen Religionskurs und ich bin da auch drin. Und ihr müsst euch vorstellen, meine Religionslehrerin hat auch Biologie studiert. Und ihr müsst euch mal vorstellen, wir gehen Themen durch. Zum Beispiel Evolutionstheorie, dass wir von Affen abstand zum Beispiel, ne? Ja. Ja. Sowas geht hier mit uns durch. Und das Schlimmste ist... Das wird in der Schule gelehrt. Das ist das Schulsystem. Ist doch klar, die wollen dich zu einem Atheisten bringen. Zum Atheismus. Ja, guck mal. Und mein Lehrer hat Theologie studiert. Und die sagt, die sagt zu uns wirklich... Also die sagt, ganz am Anfang der Stunde sagt sie immer, ja, ich darf euch nichts einreden, weil ihr müsst euren eigenen Glauben finden. Also darf uns nicht irgendwie so Gegenargumente bringen, dass wir vom Glauben abkommen. Aber sagt dann im gleichen Atemzug, sagt die, das Johannes-Evangelium kann historisch nicht möglich sein. Das hat sie wirklich zu uns gesagt. Unglaublich. Oder dass bei Noah im Alten Testament dieser Sturm einfach nur ein Sturm war so. Oh, ich habe eine Live-Einschränkung bekommen. Dein Live ist nicht für Empfehlungen qualifiziert und in den Suchergebnissen eingeschränkt. Da es möglicherweise Inhalte enthält, die nicht originell und reproduziert sind. Die steht im Einklang mit denen für dich viel qualifiziert. Das hat den für den Unsinn. Ja, der Satan. Hast du gesehen? Wie der dazwischen geht gerade, wenn es um diese hier seine Rolle geht. Wahnsinn. Sofort kam die Einschränkung. Das war kein YouTube Video. Das war ein TikTok Video. Krass. Gott segne dich. Ja, warte. Das Ding ist, mit diesen verschiedenen, also meine ganzen Freunde und so, die auch in diesem Kurs sind, die zweifeln ja richtig dran. Ja, und jetzt ist deine Aufgabe. Jetzt weißt du, warum du jetzt wiedergeboren bist, damit du jetzt in diesen letzten letzten Zeit, die wir noch haben, diese kurze Zeit, die wir noch haben, bis zur Entrückung, dass du deine Aufgabe wahrnimmst und in der Schule die Leute zum Herrn bringst. Das mache ich, mache ich. Das versuche ich auch die ganze Zeit. Ja. Ja, dankeschön, ne? Alles klar, mein Lieber. Gott segne. Gott segne. Tschö. Wahnsinn, da haben wir einen neuen Bruder, jungen Bruder, ne? Im Herrn. Wahnsinn. 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 Ist dir das bewusst, dass die Atheisten, die ihre Evolutionslehre so vehement propagieren, die wollen ja wirklich mit aller Kraft uns beweisen, dass ihre Urgroßeltern Schimpansen sind? Und wenn wir denen sagen, nein, deine Urgroßeltern waren keine Schimpansen, die sagen, hey, hör auf damit, das ist bewiesen. Meine Urgroßeltern sind Schimpansen. Das ist so heftig, das ist so krass. Die wollen das wirklich mit aller Kraft beweisen, dass ihre Urgroßeltern Schimpansen sind. Und ja, man muss sie dann lassen, wenn die das unbedingt sagen. Die Stütchen erschienen. Er hat nicht mal gecheckt, dass er drinnen war, der Typ. Das ist unglaublich, ne? Guten Abend, Gottes Segen. Die Gummibärme. Gottes Segen. Ich gehöre nicht dazu. Achso. Achso, okay. Ne, ganz kurz. Ihr habt ja gerade über die Jesaja-Rollen gesprochen. Ich wollte euch gerne mal was zeigen. Vielleicht wissen das die einen oder anderen nicht. Es geht sich um drei Bibelferse, die sich in einer Bibelstelle komplett widerlegen. Also drei Prophezeiungen in einem Vers in Jesaja. Und Philippa 2, denke ich mal, müsste auch jeder kennen. Kapitel 2, Vers 5, da steht ja drin, ihr sollt so gesinnt sein, wie es Christus war, als er eine Gestalt Gottes war, aber es nicht festhielt, wie ein Raubgott gleich zu sein, sondern er enträußert sich und nahm er die Knechtschaft an. Wenn wir jetzt aber in Markus-Evangelium gehen, Kapitel 1, ab Vers 10, steht da drin, Und sogleich, als er aus dem Wasser stieg, sah er den Himmel zerreißen und der Geist wie eine Taube auf ihn herabsteigen. Richtig? Und eine Stimme ertönte dann im Himmel und sagte, du bist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Also wir haben die Gottesgestalt, er war in der Gestalt, nahm aber die Knechtschaft an. Wir haben das Wasser bzw. der Geist, der auf ihn kam und wir haben die Stimme aus dem Himmel wohlgefallen. Richtig? Jetzt pass mal auf, was die Jesaja 42 sagt. Eins, hört genau zu. Siehe, das ist mein Knecht, den ich erhalte, mein Auserwählter, Yahweh rettet, an dem meine Seele wohlgefallen hat. Ich habe meinen Geist auf ihn gelegt, er wird das Recht zu den Heiten ihn austragen. Jesaja 42, 1, in Kombination mit Markus 1, ne? Mit Markus 1, 10 und Philipp hat 2, 50, ne? Oder eben halt Johannes 15, 15, ist ja auch der Knecht, der Wind. Und da kommt diese Kameleurin um die Ecke und will die Bibel angreifen, Jesaja? Ja, genau. Wie perfide, Jesaja. Eine Kameleurin-Religion kommt um die Ecke und will die Bibel widerlegen. Nein, keine Chance. Also nicht unbedingt die Tür nehmen, weil die haben ja nicht den Geist Gottes. Mit dem menschlichen Geist kannst du die Dinge ja nicht einfach verstehen. Also steht ja auch zum Beispiel, dass der Geist Gottes, beziehungsweise, dass er den Geist wieder... Steht ja in Lukas, ich glaub rein, 20, 46, genau. Vater, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Ja. Selbst das ist vor prophezeit, in Psalm 31, 6. Ja. Wenn du willst, kannst du vorlesen. Ja, gerne, kann ich kein Problem. 31, 6 besagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist, du hast mich erlöst, Herr, du treuer Gott. Wusstet ihr, ihr wisst ja, dass Judas ja gekreuzigt worden ist, also ist er in jungen Jahren praktisch gestorben. Und er hat ja Jesus, beziehungsweise verraten, für 30 Silberlinge, die Prophezeiung kennen wir ja in Saharien 11, 10, glaub ich. Ja, das kennen wir. Aber jetzt pass auf, er hat ja praktisch sein Amt, beziehungsweise seinen Posten ja abgegeben, an einen Jünger. Richtig? Verstehen wir, wer hat seinen Posten abgegeben? Ja, Judas ist ja, er hat ja Jesus verraten, ist ja von seinem Weg abgewischen, so. Und wir haben ja 13 Aposteln. Einer hat ja, ist ja, Matthäus, glaub ich. Matthias, Matthias in der Apostelgeschichte. Richtig. Genau, richtig. So, jetzt pass auf, wusstet ihr, dass das auch prophezeit worden ist in der Bibel? Nein. Selbst das? Lies mal vor. Warte, das befindet sich in, ich glaub, Psalmen, äh, Psalmen 109. Ich liess mal ein paar Verse drüber, damit man das versteht. 109, 5 bis, ähm, 5 bis 8. Jetzt pass auf, was da drin steht. So, dafür, dass ich sie liebe, sind sie mir Feind. Ich aber bete, sie erweisen mir Böses für Gutes und Hass für Liebe, setze einen Gottlosen über ihn, und ein Kläger steht zu seiner Rechten. Wenn er gerichtet wird, soll er schuldig gesprochen werden, und seine Gebete werden ihm zur Sünde. Und jetzt pass auf, seine Tage, sein wenig, und sein Amt empfange ein anderer. Ja, genau. Ja, genau. Sehr schön. Genau, das ist diese Prophezeiung für Matthäus. Wichtig. Wunderbar. Und die nächste Prophezeiung, wenn ihr die auch noch wissen wollt, geht's ja um die, dass der, dass der Herz bei der Kreuzung, ja, Vater, in deine Hände, befehle ich meinen Geist, und der wird ja dann zur Rechten Gottes gesetzt, als das Lamm Gottes. Das ist auch prophezeit im Psalm 110, 1. Ja, genau. 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 Dann kommen die und sagen... Dann kommen die und sagen... Dann kommen die und sagen... Dann kommen die zu meiner Rechten, ne? Ja, genau. So werde ich deine Feinderschemel... Ja, zu deinen Füßen. Genau, zu deinen Füßen. Die Bibel ist einfach nur der Hammer. Die Leute, wenn die mir sagen, dass es ein Märchenbuch ist, ich würde am liebsten so drei Jahre durchgehen, nur so lachen. Nur so lachen, die auslachen. Das siehst du? Ja, gut. Die haben vielleicht Angst, die haben vielleicht Angst, wenn die anfangen mit der Bibel und eine Prophezeiung finden, dass sie dann zehn Jahre an der Bibel sitzen würden, weil wir haben ja 3.268 Prophezeiungen. Vielleicht habt ihr Angst, dass es die zehn Jahre gibt, um jede einzelne durchzugehen. Ja, allein diese mathematische Berechnung, die der Professor Weiner gibt, da er gemacht hat mit dem Ameisenmodell, das hat mich so überwältigt, ne? Wir müssten ganze zehn Universen voll machen mit schwarzen Ameisen und die eine rote Ameise. Jetzt such die mal. Ja, aber wenn du jetzt einen Moslem fragst, der antwortet, ja klar, ist doch machbar. Ja, ich hab der Risk Debate gefragt. Ich hab den die Bibelstellen gezeigt mit Rebekka angeblich, ne? Auch, dass sie krüge, dass sie schwanger war, keine drei... Ja klar, keine dreijährige schwanger werden, hat er gesagt. Komm, hab ich ja raus mit dir. Ja, vielleicht in seiner Kamelurienwelt, aber nicht bei uns. Ja, ja. Ja, danke dir, Claudio. Gott segne dich. Alles gut, Gott segne euch. Ciao zusammen. Ihr habt eine gute Auslegung. Ihr Lieben könnt ihr auch seinen Kanal abonnieren, der macht das sehr, sehr gut, ne? Simon 109, da fragt jemand, welcher Vers... Du kannst ab 5, 6 bis 8, 9... Du kannst auch mehr, weil da steht auch drin, dass er keine Nachkommen mehr haben wird und und und. Also ab 5, 6, 7. So, ich will nicht weiter stören. Gott segne euch. Ja, kein Problem. Gott segne dich und deine Familie. Danke dir. Danke. Sehr gut, sehr gut, der Claudio. Das ist heftig. Scharf bin ich. Na gut. Das wollen wir jetzt natürlich nicht sagen, ne? Das ist Dennis mit einem anderen Namen, der ist schon wieder am Kochen. Ist das dein Ernst, César? Ich weiß es, ich glaube schon. Dennis! Der ist auch eine Bratpfann. Ich höre schon wieder diese Bratpfann haben. Boris Denny. Dennis! Boris Decker. Jetzt pinkelt der, der ist ja. Nein, der ist am Kochen, der Dennis. Das ist ja aufgefallen, dass der Denny nur am Essen ist. Der Arm, ja. Und ich bin nur am Hungern. Du kennst doch den Film Transporter. Ich bin nur am Hungern. Du weißt doch, ja, der Film Transporter, wo der Adrenalin, wo ist das? Dieser Film ist das Transporter, wo der Adrenalin immer hochhalten muss. Jason Statham, ja, das ist der Schauspieler, Jason Statham. Ja, genau. Adrenalin heißt der Film, ne? Der muss ständig sein Adrenalin hochhalten, sonst kriegt er einen Herzinfarkt und sterbt. Der muss immer frei sein. Ja, das ist bei dem genau. Der muss immer essen, sonst wird er abfallen. Sonst wird er sterben. Dann kommt jetzt der Jaco rein. Dzeko. 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 Hi, Leute. Hi, grüß dich. Hallo, Dzeko. Grüß dich. An mir, ähm, ich finde das richtig... Ich verstehe kein Wort. Und... Deine Internetverbindung ist schlecht. Dzeko. Du musst bitte woanders hingehen, wo deine Internetverbindung gut ist. Habt ihr mich gehört? Nein. Deine Internetverbindung ist schlecht. Du musst rausgehen. Only Jesus. Sehr, sehr guter Name. Only Jesus. Verlasse den Hammam, die Hammam. Und geh raus kurz. Dzeko. Dzeko, du geh raus. Dzeko. Dzeko. Dzeko, hieß doch der kurze von Michael Jackson. Dzeko. 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 Er hat seinen magischen Hijab, dann sieht man ihn nicht. Dann sieht man ihn nicht. Ich bin gestorben vor Lachen. Jetzt sehe ich dich, nicht nur hier bei TikTok und YouTube. Jetzt kommst du noch in meine Träume vor. Das ist totale Verfolgung. Ich verfolge die Muslime auf Schnitt und Tritt. Der Hansi hundertprozentig. Ich glaube, diese ganze Dauerbande, die haben alle schon einmal von mir geträumt. Aber bestimmt. Albträume ohne Ende. Warum haben sie Angst vor dir? Die haben sich vorgestellt, mich zu schlagen, aber das ging nicht. Und dann lachen sie. Und die versuchen mich zu schlagen. Das geht einfach nicht. Man hat keine Kraft, jemanden zu schlagen im Traum. Das geht alles langsam. So wie unter Wasser. Ich glaube, mein Traum ist wegen meiner Vorstellung. Weil ich habe mir vorgestellt, wie ich mit dir im echten Leben rede. Und dann lege ich mich zu schlafen. Und ich habe so geträumt. Ich habe die Bibel gelesen. Und dann habe ich etwas nicht verstanden. Und ich habe mir gedacht, es wäre richtig gut, wenn ich jetzt mit Amir reden würde. Und ich bin einfach draußen gegangen. Und da kommt so ein großer Lastwagen. Und du warst da drinnen. Und dann hast du so die Tür aufgemacht. Du hast gesagt, komm jetzt steig ein und du wirst jetzt mit mir fahren lange Zeit. Und du wirst nicht aus diesem Lastwagen rausgehen, bis du alles von der Bibel so verstanden hast. Wahnsinn. Wahnsinn. Anni, ich hätte eine Frage, außer diesen Traum erzählen. Ich wollte wissen. Ich habe so ein Dokumentar gesehen. Zwei Stunden ging das. Aber ich fand das so sinnlos. Da stand so, wie die Welt so entstanden ist. Die Erde und so. Ich habe nicht so viel verstanden. Das war wegen, wer ist das? So wissenschaftlich. Da stand so zwei Steine, die sind zusammengekommen. Und dann, keine Ahnung was. Und ich wollte wissen, könnte ich mir das erklären. Wie sehen das so Arthesten? Wir erklären sie das. Wie wurde das mit zwei Steinen? Was meinst du denn? Ja, keine Ahnung. Ich habe nicht so viel verstanden, um ehrlich zu sein. Aber am Anfang, es war so dunkel. Urknall? Was? Urknall? Nein, am Anfang meinte ich, es war so dunkel. Und dann sind einfach wie zwei Steine gekommen. Und die wurden zusammen. Und dann, ja, diese Evolutionstheorie, oder wie das heißt? Urknalltheorie, ne? Dass aus einer riesen Explosion das ganze Universum geschaffen wurde. Und ja, dieses ganze Dasein, ne? Das ist ja die Urknalltheorie, ne? Aber woher kam die Explosion? Ja, im Universum, das Universum sollte sich ja stetig ausgedehnt haben. Durch diesen Urknalleffekt, ne? Aber das, äh, aus dem Nichts kann doch nichts kommen. Ja, das ist das ja. Wir wissen, dass das Prinzip aus dem Nichts, dass nichts kommt, das ist unlogisch und es geht nicht auf. Dieser Dokumentar, der war so komisch, weil auf einmal sind so Fische entstanden. Aus diesen Fische wurden dann andere Tiere auf der Erde... Ja, das ist ja diese Evolutionstheorie, das ist das ja. Aus Bakterien sind irgendwann mal Fische geworden. Aus Fische, die Amphibien dann, die auf Land laufen und so. Und dann ist aus ihm ein gerader Homo sapiens geworden. Affe mäßig so, ne? Ja, und dann... Wie heißt die Homo erectus? Homo erectus. Und die haben gesagt, dass die Affen, die mussten dann jagen und es ging besser, wenn sie mit zwei Füßen so gerannt sind. Und dadurch sind dann Menschen geworden, so, ähm, so durch Generationen und so. Das kann doch gar nicht sein. Entweder bin ich dumm oder... Und das ist irgendwie unmöglich. Ja, die Evolutionstheorie bleibt ja auch nur eine Theorie, ne? Das ist ja eine Lüge. Das kommt ja von diesem Typen namens David. David war ja in einer geheimen Gesellschaft in Cambridge, Universität namens Cambridge Apostels. Das war so wie Yale Universität, hat ja auch seine Geheimgesellschaft unter den Studenten, eine Studentenverbindung namens Callum Bones, wo eben die Elite aus USA aus dieser Geheimgesellschaft, aus dieser Geheimloge rekrutiert wird. Und die Schlüsselposition, äh, von der Elite in den USA von diesen Loge, von dieser Geheimloge besetzt wird. Und so war der Dingens, der, äh, Charles Darwin auch, Mitglied der Cambridge Apostels. Also auf jeden Fall war sein Bruder ein Mitglied der Cambridge Apostel. Und man sieht auch dieses berühmte Bild von Charles Darwin, wie er diese Schweigepflichtgiste macht. Dieser Sch... Das ist eines der bekanntesten Bilder von ihm. Also das bekannteste Bild von ihm, ja. Ja, das ist das Problem. Da siehst du mal, mit was für einer Verführung die kommen. Und dann lernen die das in den Schulen und die ganzen Leute glauben auch noch den ganzen Kram. Ja. Das ist das. Ich dachte schon, ich komme von Affe, als ich klein war. In den Büchern. Das wird uns ja gelehrt. Das wird uns gelehrt. Ja, durch die Französische... Die ganze Zeit diese Explosion, ja, diese antichristliche Revolution der Freimaurer, die dann halt wirklich vonstatten ging durch die Französische Revolution, Aufklärung und so weiter. Das ist alles ein Werk der Freimaurer. Die Erklärung der Menschen, Bürgerrechte, alles, alles, diese ganze neuzeitliche Bewegung seit der Französischen Revolution und Aufklärung inklusive Wissenschaft, Politik, ist ein ganzes Werk der Freimaurer. Das kann man auch ganz leicht beweisen. Alleine die ganzen Führer der Französischen Revolution, ja, Robespierre und wie die alle hießen. Ja, die waren Lafayette und so, waren hochrangige Freimaurer. Also denkst du, diese Theorie und so weiter, das wurde von Satan irgendwie erschaffen? Natürlich, natürlich, klar. Das kommt ja nicht vom Herrn. Und alles, was nicht vom Herrn kommt, ist von Satan sozusagen inspiriert. Alle Weltanschauungen sind von ihm. Alle Weltanschauungen. Ja, inspiriert, ja. Ja, das ist schon möglich, weil ich hatte eine Tante, die ist jetzt tot leider, aber als sie noch lebendig war, meine Familie ist ja, also wir waren Katholiken und ja, nicht alle sind aus meiner Familie sind wiedergeboren. Aber auf jeden Fall, die hat immer so Bücher gelesen und dadurch meinte sie einmal, dass, die hatte dann Zweifel an Jesus und hat mehr an diese Theorien und so, auf den Büchern, was sie gelesen hat, glaubt. Die wurde wie verführt von diesen Informationen, so von diesen Theorien und so weiter. Hört ihr mich? Was hast du gesagt? Ich habe gesagt, meine Tante, die war katholisch. Also meine ganze Familie war jetzt, also manche sind immer noch katholisch. Und die haben schon an Jesus geglaubt, nur halt an falsche Lehre und so. Aber trotzdem halt an Jesus geglaubt. Aber die hat so viele Bücher gelesen wegen dieser Theorien und so, wie die Welt entstanden wurde und so weiter. Und mit der Zeit hat sie dann Zweifel an Jesus gehabt und eher so an diese Evolutionstheorie geglaubt. Und deswegen habe ich gedacht, ja, Reza hat Recht wegen, dass es vom Teufel kommt. Natürlich, das ist eine absolute Verführung, eine Endzeitverführung. Und dies bleibt dann auch in diesem Glaube. Okay, ich sage mal, Gott segne dich und deine Familie. Gott segne euch euch auch und schönen Abend noch. Tschüss. Ja, da siehst du mal alles an, wie der Satan versucht mit allen Mitteln Millionen und Abermillionen Menschen auf seine Seite zu ziehen. Das ist so krass. Ja, und genau jetzt gerade, was ich jetzt über die Cambridge Apostel gesagt habe. Diese Geheimgesellschaft, das ist eine freimaurerische Geheimgesellschaft innerhalb der Cambridge University, wo auch eben die Familie von Charles Darwin eben Mitglied war. Mindestens sein Bruder, das ist nachweisbar, ja, in den Mitgliederlisten. Und da gibt es zwölf Apostel, die auserwählt werden, Amir. Weißt du, wie der das nachmacht? Wie der das nachmacht, der Satan? Ich helfe dich. Ja, ja, ja. Nachdem er helft den Herrn Jesus und seine zwölf Apostel. Aber der Satan wählt dann seine eigene zwölf Apostel da aus, ne? Und schickt ihn in die Welt, ne? Hallo, Armin. Guten Abend. Hallo, mein lieber Gott, segne dich und deine Familie. Euch auch. Ich habe eine Frage, und zwar, ich hatte vorgestern ein Gespräch mit meiner Tante. Leider hat sie den Islam vor 30 Jahren schon angenommen, weil ihr Ehemann Muslim ist. Er ist ein Türke. Und ich hatte, ja, wie gesagt, vorgestern ein Gespräch mit ihr und sie wusste bis vor kurzem nicht, dass Mohamed ein kleines Mädchen geheiratet hat. Und, ja, ich habe ja ein bisschen mit ihr gesprochen darüber, habe ihr auch ein paar Sachen gezeigt und so. Und, ähm, das meiste, was ja schockiert hat, war, aber ich wollte dich ja fragen, wo das drinnen steht, wo, ähm, wenn man unehelich noch ist, dass man dann mit seiner unehelichen Tochter irgendwie noch schlafen darf. Ach so, ja, das ist die Zuge 25 Vers 54. Das sieht halt kurz wie in Band 13 auf der Seite 58. Moment, schreib es mal auf. Hm. Ich wollte es unmittelbar zeigen und, ja, wo ich das erzählt habe, sie war... Hast du meinen WhatsApp, hast du meinen WhatsApp-Kanal abonniert? Äh, ja, habe ich. Da habe ich das da drin, ne? Da habe ich das rein gepostet. Da habe ich das rein gepostet. Ich muss nur gucken. Einfach langsam durchgehen, dann siehst du das. Okay, das werde ich auf jeden Fall machen. Auch SCX mit Tieren, Leichen, alles ist da drin. Stimmt, stimmt, ja. Ich muss mir das nur mal nachgucken. Ja, einfach mal ganz... Ich will nicht jeden Tag das alles voll machen, weil das wird dann zu viel, weißt du? Ich will nur einmal so die wichtigsten Sachen da rein posten, ne? Die sehr, sehr, ähm, dramatisch, also was heißt dramatisch, aber die sehr, sehr dem Islam halt, ähm, ja, schaden, ne? Ja, auf jeden Fall, das stimmt. Ne, das war's noch. Und sie würde sich da auch, als das zeigen, was er ist, nämlich die größte Lüge der Menschheitsgeschichte. Ja, das habe ich ja auch gesagt. Und ich weiß, dass sie eigentlich den Islam ja nur angenommen hat, mehr oder weniger, weil sie ja, weil ihrem Ehemann Moslem ist. Wurstig, wurstig. Wurstig, wurstig. Und, äh, ja, so wie Yasser war, die sagte, man, schau dir nur unsere Gesellschaft an, achi. Wer nimmt den Islam an? Keiner nimmt den Islam an. Es sind doch nur die Frauen von unseren Brüdern, die den Islam annehmen. Hm. Heftig, ne? Ja, mit dem Glauben hat sie sich auch nicht wirklich beschäftigt, sie ist jetzt dann weit zu lesen. Ich habe ja auch gesagt, sie soll wirklich lesen. Sie hat angeblich auch die Bibel gelesen, aber das war eine von Zeugen Jehovas Bibel. Und ich habe ja auch dann gesagt und so, dass es nicht von den Zeugen, dass es halt falsch ist und dass es anders interpretiert oder anders geschrieben wird oder so. Die haben auch eine ganz falsche Bibelübersetzung. Die haben den kompletten Text korrupiert. Genau. Und das habe ich ihr ja auch gesagt und habe sie halt auch gefragt, ob sie eine Bibel möchte. und sie war halt erst mal, nein, ich habe meine Wahrheit gefunden. Ich meine, die Tante, bitte. Das ist nicht die Wahrheit. Wie kannst du jemandem folgen, der ein kleines Mädchen erhält? Warte mal ganz kurz, warte mal ganz kurz. Wer den Link zu meinem Kanal haben will, muss die Moderatoren hier anschreiben. Die Moderatoren geben euch den Link. Und ja, sie macht sich ja auch Bedenken, sie denkt immer so, ja, das kann sein, dass vielleicht irgendwelche Menschen was Schlechtes über Mohammed und so geschrieben haben und so. Ich meinte, nein, das ist nicht so. Mohammed hat vergewaltigt, er hat gemordet, er hat viele schlechte Sachen gemacht. Das Gegenteil von Jesus, sage ich. Und Jesus hat Menschen, die blind waren, sehend gemacht, habe ich ihr gesagt. Und Mohammed hat sehende Menschen. Da muss ich sofort wieder mein Lieblingsvideo anmachen. Mein Lieblingsvideo. Jesus versus Mohammed. Wie in fünf, nicht mal in zwei, drei Minuten der Islam ruiniert wird anhand dieser beiden Personen. Ja, und das habe ich auch gesagt, sie soll das Leben von Jesus prüfen und von Mohammed werden. Mohammed versus Jesus. Bewerten wir den Islam nicht anhand der Taten von Muslime, die Ungläubige im Namen Allahs abschlachten oder ihre weiblichen Gefangene vergewaltigen oder ihre Frauen in den Gehorsam schlagen. Bewerten wir den Islam anhand der Lehren und dem Vorbild von Mohammed. Mohammed a. dachte zu einem Zeitpunkt, dass er von einem Dämonen besessen war. B. Versuchte mehrmals, Sesmur zu begehen. C. Gab zu mal Offenbarungen vom Teufel über Mittel zu haben. D. Beschwerte sich, ein Opfer von einem magischen Zauber zu sein. D. Unterstützte seine Religion dadurch, dass er Menschen ausraubte. F. Begann einen Krieg mit Mekka, obwohl er die Chance hatte, in Frieden in Medina zu leben. D. Die Leute ermorden, die seine Religion kritisierten. H. Köpfte hunderte von Juden dafür, dass sie versuchten, sich zu verteidigen. I. Befahl seinen Anhängern, jeden hinzurichten, der seine Religion verlässt. J. Befahl seinen Anhängern, gewaltsam die ganze Welt zu unterwerfen. K. Lies jemanden wegen Geldes foltern. L. Kaufte, verkaufte, besaß und tauschte schwarze afrikanische Sklaven. M. Nannte Äthiopier Rosinenköpfe und behauptete, dass Satan wie ein schwarzer Mann aussieht. N. Hatte Sex mit einem neunjährigen Mädchen. O. Hatte zu einem Zeitpunkt mindestens neun Frauen, obwohl seine eigenen Offenbarungen nur vier erlaubten. P. Heiratete die Frau seines eigenadoptierten Sohnes, nachdem er die Scheidung dadurch verursachte, dass er nach ihr lüstete. Q. Hatte Sex mit einem Sklavenmädchen. R. Brach das Versprechen, nicht mehr Sex mit seinem Sklavenmädchen zu haben. Er gab das Versprechen seiner Frau, nachdem er beim Sex mit seinem Sklavenmädchen in dem Bett seiner Frau Hafte erwischt wurde. S. Erlaubte seinen Anhängern, ihre weiblichen Gefangenen zu vergewaltigen. T. Nahm die schönsten Gefangenen in sein eigenes Zelt. U. Sagte seinen Anhängern, dass sie ihre Frau zum Gehortamt schlagen können. V. Sagte, dass Frauen dumm sind und ihr Zeugnis unzuverlässig ist. W. Förderte götzendienerische Praktiken, wie den schwarzen Stein zu küssen. X. Wiederholte Geschichten, die auf Fälschung basierten und gab sie als Gottes oft wahr und weiter. Y. Porträtierte Gott als betrügerisch und Jesus als einen totalen Versager. Z. Viel mehr Menschen in der Geschichte davon ab, den wahren Gott zu kennen, als jeder andere falsche Prophet in der Geschichte. Nun, wenn wir den Islam anhand der Person und der Lehre von Mohammed beurteilen, zu welchem Schluss kommen wir dann? Das ist die schlimmste Religion aller Zeiten. Sie müssen hier aber konsequent sein. Das heißt, sie sollten das Christentum nicht anhand der Handlung von Christen beurteilen, die Krankenhäuser erfanden, um sich um die Kranken zu kümmern. Das ist die schlimmste Religion aller Zeiten. Jetzt kommen wir zu Jesus Christus. Die Weisenhäuser erfanden, um sich um ungewollte Kinder zu kümmern, den Weg für das westliche Bildungssystem bereiteten, indem sie Universitäten wie Oxford, Cambridge, Harvard, Yale und Princeton starteten, die wissenschaftliche Revolution anführten und so weiter. Wir bewerten das Christentum nicht anhand der ganzen Christen, die die Welt beendet haben. Wir bewerten das Christentum anhand der Lehre und dem Beispiel von Jesus. A. Durch ihn wurde das Universum geschaffen. B. Alles besteht in ihm. C. Jesus legte seine Herrlichkeit ab und trat als ein menschliches Wesen in die Schöpfung ein, um unsere Willen zu leiden. D. Wurde von einer Jungfrau hier auf Erden geboren. E. Erfüllte über Dutzende von Prophetien des Alten Testaments. F. Gab auf wunderhafte Weise tausenden Leuten an mehreren Begebenheiten Speise. G. Lief auf Wasser. H. Konnte durch Worte Stürme stillen. I. Halte die Kranken. J. Reinigte die Leprakranken. K. Treibte Dämonen aus. L. Erweckte Menschen von den Toten. M. Machte lahme Gains. N. Gab Blinden das Augenlicht. O. Lies Taube hören. P. Gab seinen Jüngern die Macht, Dämonen auszutreiben. Q. Sagte, dass die Friedfertigen die Kinder Gottes heißen werden. R. Und dass die Barmherzigen Barmherzigkeit erlangen werden. S. Befahl seinen Anhängern ihre Feinde zu lieben. T. Sagte, dass wer das Schwert nimmt, durch das Schwert umkommen soll. U. Erduldete Folter und den Tod für unsere Sünden. V. Bad seinen Vater, den zu vergeben, die ihn kreuzigten. W. Stand von den Toten auf. X. Gibt uns seine Gerechtigkeit. Y. Bittet für uns. Z. Ist das ganze Gericht übergeben. Z. Wenn wir also das Christentum anhand der Person von Jesus beurteilen, dann müssen wir sagen, die beste Botschaft aller Zeiten. Z. Bittet für uns war es nicht. Z. Genial, ne? Z. Innerhalb von fast fünf Minuten einfach den Islam ruiniert. Die beiden Personen miteinander verglichen und haben gesagt, du bist die schlimmste Religion aller Zeiten, du bist der Beste von allen. Z. Das war's. Z. Fünf Minuten braucht man, um den Islam zu ruinieren. Z. Und sehr viele Muslime sagen, du musst wirklich bösartig sein. Glaub es mir. Du musst ein bösartiger Mensch sein. Du musst ein bösartiger, abnormaler Mensch sein. Ehrlich. Z. Viele Muslime sagen ja, Mohammed ist der Beste. Und dann denke ich mir, nach dieser ganzen Taten, das, was er getan hat, kann er bitte der Beste sein. Und wenn er der Beste ist, dann ist Jesus auf jeden Fall Gott. Z. Heftig, ne? Z. Auf jeden Fall. Z. Ja, das sage ich ja ständig, ne? Wenn ihr sagt, dass Mohammed der Beste Mensch war, nach dem, was er getan hat, dann muss ja Jesus Christus absolut Gott sein, weil er nie irgendwas Schlechtes getan hat. Z. Du siehst raus. Z. Die Fragen nach dem Video. Z. Ich schicke es in die Gruppe rein, mache ich gleich. Z. Okay. Z. Der Herr segne euch und eure Arbeit, der Herr beschütze euch und gebe euch alles zurück, was ihr gegentut. Z. Amen. Z. Ja, was soll ich sagen? Z. Ich wünsche euch noch ein schöner Segen. Z. Gottes Segen, meine liebe Gottes Segen. Z. Ich wünsche euch. 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 Z. Ich war ja gestern noch bei Manuelsen da und sowieso. Z. Das war gestern Nacht oder was? Z. Nacht war das, ja. Ich wollte eigentlich gar nicht, aber die Leute haben dann gesagt, äh, ich sah, Manuelsen ist da gerade live. Da hab ich gesagt, sollen wir dahin gehen? Komm, machen wir das. War ich mit dem einen Handy hier so live und mit dem anderen war ich dann dort drüben live mit dem anderen Account. Z. Ja, teufel ich. Z. Ja. Z. Ja. Z. Ja, okay. Z. Ja, das war alles. Z. Ja, genau, ihr Lieben. Macht mal ganz kurz die 700.000 voll. Z. Ja. Z. Ja, Wahnsinn, wie ein Ferrari. Guck mal. Z. Ja, doch. Hör mal. Unglaublich schnell auf einmal, ne? Z. Ja, ja, ihr Lieben. Gut, segne euch alle. Ach ja, den Toni hörn wir uns noch an. Z. Ja. Ich, ähm. Ich möchte nur kurz was zeigen. die ersten zehn sekunden was mich auf dem fernseher angezeigt wird zwei sekunden guck mal was mich nur zwei sekunden groß natürlich neben dem neben den ganzen kinderlieder ich begrüße euch mit dieser wundervolle ich begrüße ich sage wie geht es dir alles gut wie geht es dir ist noch gut gelaunt die ersten sekunden das lachen vergeht immer das war schon sehr heftig du siehst doch dass der herr durch einen namens mohammed die reihe wollen sind nachlassen ja das ist das was wir das nicht mit respekt reden dass sich das ist das bt losgeräte und mit respekt das ist Mach dich doch mal, mach dich doch. Du siehst doch, dass der Herr die Jesaja-Schriftfreunde hat finden lassen. Und wir sind heute im Jerusalem Museum für jeden sichtbar auf sieben Meter. Nahezu lückenlos überliefert der Text. Sind die denn falsch, diese Räume, oder was meinst du? Nein, nein. Die Jesaja-Schriftfreunde wurden am Toten Meer gebunden. Das sind die Schriftfreunde am Qumran. Und die wurden ironischerweise von einem Hirten namens Mohammed gefunden. Ungezahlbare Schriftstücke. Und damit hat Gott bewiesen, dass seine Bibel nicht verfälscht ist. Denn der Text ist absolut zuverlässig überliefert worden. Das kann jeder von euch nachschlagen. Guckt euch das mal bitte an. Die Qumran-Schriftfreunde... Nein, absolut nicht. Keiner kann die Qumran-Rollen widerlegen. Denn diese Jesaja-Schriftfreunde sind im Gebote der Museum auf 7,14 Meter lückenlos überliefert der Jesaja-Text. Und weißt du, was der Jesaja sagt in Jesaja 9,5? Denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt, und die Herrschaft ruft auf seinen Schultern. Man nannte seinen Namen wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewig Vater Friedefürst. Du siehst also, dass das Kind, das geboren wird, starker Gott, ewig, geboren genannt wird, im Hebräischen. Das hat mich wirklich genau damit beschäftigt, Abir, ne? Damit hat er sich beschäftigt. Man hat festgestellt, dass sie erschrumpfen sind. Warum lügst du gerade die Leute hier an? Die sind doch in der Lage, das Internet zu machen. Ganz gut, sie wurden doch erst vor knapp 20, 20 Jahren oder so. Guck mal, wie der lügt die ist, ne? Noch länger. Noch länger? Warte, was hat er gesagt? Warum? Ich hab genau darüber gelesen. Ich hab keine Videos geschaut, wo Leute geredet. Ich hab richtige Texte darüber gelesen, wo Leute Berichte darüber geschrieben haben. Ich bin nicht so, wie unbeholfen der wirkt, ne? Auf jeden Fall kann sich jeder selber ein Bild machen, ne? Die Kongran-Wolten wurden... Ich hab die komplett dominiert, ne? ...und dann ist Mohammed. Also der Typ hieß Mohammed und hat seine Ziege in der Höhle gesucht. Und wer war der Mohammed, Mohammed? Ja, Mohammed hieß dieser 10-Gerze. Und ein Ziege ist so verloren gegangen und die hat sich in die Höhle verkochen. Und dann hat der Stein da reingerufen, damit diese Ziege wieder so rauskommt. Und dann auf einmal hat der Tonkrüge getroffen und hat die Jesaja-Schrifträume finden. Und genau diese Wollen sind es, die eindeutig beweisen, dass der Herr Jesus Christus der allmächtige Gott ist, der jetzt gleichgekommen ist. Amen. 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 Der Herr Jesus Christus ist der Richter. Und das wird... Nichts mehr. Aber das ist krass. Das ist krass. Das ist krass. Man sieht richtig gut aus. Ja, auf jeden Fall. Es war's. Ja. Guck mal, das Ding ist, guck mal, du kommst hier rein, die holen dich hoch. Ich weiß gar nicht, ich wusste ganz genau, dass das so enden wird, aber du kommst hoch und du greifst mich persönlich. Und das, was du machst, das, was du machst, ist nicht schön. Ich würde das nur sagen. Aber das sieht man doch, das ist doch kein Geheimnis, das du mit dem Islamik zu tun hast. Ja, das ist deine Auffassung. Du glaubst, du brauchst auch an den nächsten Tag weg. Richtig, genau. Lass uns darüber reden, nein. Hör auf, ich will nicht darüber reden. Wir können uns dann darüber antragen. Ja, okay, dann können wir uns dann darüber antragen. Wer wird denn am Tag des jüngsten Geschichten in Islam? Ich will den Tänisch weiter. Wer wird denn in Islam am Tag des jüngsten Geschichten? Allah oder Jesus? Ich habe mal gesagt, er wird der Einzige sein, der richten wird, überwiesen oder mich? Habt ihr das gehört? Er wird der Einzige sein, der richten wird. Sein Prophet sagt, Israel in Maryam wird als gerechter Richter auf die Erde kommen, um zu richten. Habt ihr das gesehen? Du hast das geschehen, was? Sie hat aber recht, Allah sagt im Koran, es gibt kein gerechtes Richter als das Richten von Allah. Er hat der Richter, ich sage, ich gebe ihm absolut recht. Und die Hadisen sind ein einziger Widerspruch. Weil der hat ganz kurz, der hat mir. Der hat mich unterbricht. Da war ich gerade in Fahrt. Da hat er. Andersweilen. Warum hast du nie irgendwas gesprochen? So wurde anders. So, Entschuldige. Also, wer sich das anschauen will, kann sich natürlich die ganzen 17 Minuten anschauen. Mit 17 Minuten war ich drin, okay. Ja. Also, ich kann das noch laufen lassen, wenn du möchtest. Okay, die Leute können sich das in Ruhe angucken, wenn sie möchten. Deswegen. Mir war nur wichtig, die Stelle mit Manuel, wo er sagt, ja, dann lass uns darüber sprechen. Und dann sagt er, ich möchte nicht nur mit dir sprechen. Das war zu heftig, ja. Naja, so viel dazu. Geprieden seid ihr, Herr Jesus. 100 Millionen zu Null für Jesus Christus gegen den Islam. Ja, das war heftig. Das war heftig. Amen. Okay, ihr Lieben. Gut, dann sage ich auch Gottes Segen. Ich sage jetzt schon mal Gute Nacht. Oder, Reza, dir auch eine Gute Nacht. Ja, danke dir auch. Amen, ja, Toni. Oder, Toni, ja, genau. Euch allen eine Gute Nacht, Gesegnete Nacht. Und dem Herrn Jesus anbefohlen, bis bald, ihr Lieben. Gottes Segen. Gottes Segen. So, warte mal, ich trenne mal, ich trenne mal. So, ihr Lieben, wir beten auch alle zusammen und dann gehen wir schlafen. Komm. Wer seine Knie beugen kann, der soll seine Knie beugen. Und wer stehen bleiben möchte, bleibt stehen. Wer sitzen bleiben möchte, bleibt sitzen. Jesus Christus, mein Herr und mein Gott. Gott, ich preise, lobe und ehre deinen heiligen Namen, wie immer, Herr, als allererstes. Und danke dir von ganzem Herzen, dass ich jetzt zu dir beten darf, Herr. Und dich loben, preisen und ehren darf, Herr Jesus Christus. Du bist der allmächtige Gott, der ins Fleisch gekommen ist. Und das möchten wir immer wieder bekennen, auch für den Leuten. Und die eine Wahrheit auch bezeugen, als die Lehre, die gesunde Lehre zu vertreten, Herr, dass du ins Fleisch gekommen bist, Herr. Und es dann deiner Gottheit nichts rumzurütteln ist, Herr Jesus Christus. Wir danken dir, Herr, dass wir durch die Schrift erkennen dürfen, dass du der Allmächtige bist. Wir haben dich nie gesehen und dennoch glauben wir an dich, Herr, und an deine Gottheit, weil die Schrift uns das sagt, Herr, weil du, dein Wort, die Wahrheit ist, Herr Jesus Christus. Ich bete für jeden Einzelnen, der hier drin ist, Herr, und der das hört, dass du ihm die Augen öffnest, Herr, dass sie sehen, dass du alle Religionen ein Ende gesetzt hast und allen Religiositäten auch ein Ende gesetzt hast, als du am Kreuz ausgerufen hast, denn es ist vollbracht, Herr Jesus. Du hast auch damit gezeigt, dass keine andere Religion da ins Spiel kommen kann, um zu behaupten, dass dein Wort verfälscht wäre. Das ist Blasphemie und das ist eine Beleidigung gegen deine Person, Herr. Denn du lässt niemals zu, dass dein Wort verfälscht wird, weil du der Allmächtige bist. Niemand ist in der Lage, dein Wort zu verfälschen. Und ich vertraue dir, Herr, dass du dein Wort durch Gezeiten durchbringst, Herr, dass wir staunen dürfen über deine Allmächtigkeit. Nicht wie ein gewisser anderer Gott, der sehr, sehr schwach ist, dass Menschen die Möglichkeit haben, sein Wort zu verfälschen, Herr. An so einen Gott möchten wir niemals glauben, Herr Jesus Christus. Und wir danken dir, Herr, dass wir zu dir gehören dürfen, Herr. Und wir bitten noch für sehr, sehr viele Muslime und Andersgläubige, dass sie zu dir finden, Herr. Und dein herrliches Licht sehen, Herr. Dein herrliches Licht, dieses wundervolle Evangelium, die frohe Botschaft annehmen und ihre Seelen in Sicherheit bringen, Herr Jesus. Herr, bitte löse unsere Probleme, die in unserem Leben gerade sind, Herr. Und gewähre uns den Frieden, den wir brauchen, damit unsere Seelen, damit unsere Herzen auch Ruhe finden, Herr. Und wir nicht die ganze Zeit ständig unter Angst leiden oder so, Herr. Nimm uns die engste Sorgen und Probleme, Herr Jesus Christus. Und führe, lenke und leite uns, Herr Jesus. Herr, wir wollen auch wie in jedem Gebet für unsere Geschwister beten, Herr, dass du ihnen Trost schenkst, dass du sie segnest, dass du ihnen beistehst, Herr Jesus, in ihren schwierigen Momenten, wo sie durch die Hand des einen oder anderen Moslems dann, ja. Herr, öffne du ihre Augen, Herr Jesus Christus. Sie wissen nicht, was sie tun, Herr. Sie denken, dass sie Gott einen Dienst erweisen. Aber das tun sie, weil sie weder dich noch den Vater erkannt haben, Herr. Daher bitte ich dich, dass du auch Gnade mit den Muslimen hast und auch mit allen Andersgläubigen, ja. Und sie zu dir führst. Und dies alles erbitte ich in deinem heiligen Namen. Amen. 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 So. Ja. Immer wieder Jesus Christus euch segnen, beüten und beschützen. Okay, ihr Lieben, ich danke euch von ganzem Herzen, dass ihr dabei wart. Möge der Herr euch segnen, beüten und beschützten, ja. Und sein Angesicht über euch leuchten lassen, die Wundervollen. Danke, dass ihr immer da seid. Danke, dass ihr auch diese ganzen Streams teilt, macht, tut, ne. Wir sind ja eine Riesen-Community. Und gemeinsam werden wir dann halt das Ganze nach vorne bringen, egal was da auf uns zukommt, egal. Dr. Schick, Schick und sein Team. Und ich werde nie aufhören zu lachen. Die Freude kann mir keiner nehmen, ehrlich. Ist so. Diese Freude lasse ich mir von niemandem nehmen, echt. So sieht's aus. Ich danke euch von ganzem Herzen. Möge der Herr euch das 10-Millionen-Fache zurückgeben, was ihr für mich tut, Herr, ihr Lieben. Und eure wundervollen Herzen immer beisammen halten. Dass ihr auf Wolken auffahrt zum Allmächtigen. Dass eure Herzen wirklich vereint sind in der Liebe. Und dass ihr wirklich Flügel bekommt, im geistlichen Sinne, wenn ich so rede. Auf dass ihr wirklich wahrhaftig von Neuem geboren seid und wirklich Kinder Gottes seid. Das wünsche ich mir von ganzem Herzen für euch. Dass ihr im Buch des Lebens verzeichnet seid. Jeder einzelne von euch. Gottes Segen, ihr Lieben. Bis morgen, so Gott will. Ciao. 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 Vielen Dank.